So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Konstantin Kuhle. Konstantin, was machst du? Ich bin Vorsitzender der FDP in Niedersachsen und stellvertretender Vorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag. Das eine ist ein Ehrenamt, das andere mache ich sozusagen hauptberuflich. Warum machst du das? Das eine oder das andere? Mega. Das eine hat ja mit dem anderen ein bisschen auch zu tun. Das hängt zusammen. Ich bin 2017 das erste Mal in den Bundestag gewählt worden. Damals war die FDP noch in der Opposition. Das habe ich dann vier Jahre gemacht als innenpolitischer Sprecher. Und als die FDP dann in die Regierung kam, 2021, gab es neue Aufgaben zu verteilen. Und dann habe ich gesagt, Innen- und Rechtspolitik, das ist etwas, wofür ich mich interessiere. Und bin dann stellvertretender Fraktionsvorsitzender genau für diesen Bereich geworden. Stellvertretender Fraktionsvorsitzende gibt es in allen Fraktionen und die betreuen immer einen bestimmten Arbeitsbereich aus Fraktionen im Deutschen Bundestag. Und bei mir ist das alles, was mit Innen- und Rechtspolitik zu tun hat, insbesondere. Und das andere, FDP Niedersachsen, ja, da bin ich schon seit 2005 Mitglied und habe viele Höhen und Tiefen erlebt. Unter anderem die letzte Landtagswahl, die ziemlich in die Hose gegangen ist. Und danach habe ich gesagt, jetzt will ich selber Verantwortung übernehmen dafür. Und deswegen bin ich dann Vorsitzender geworden. Also du bist der Nachfolger von Stefan? Ich bin der Nachfolger von Stefan Dürkner, der auch schon zu Gast war. Und zwar während des Landtagswahlkampfs und das war eine sehr interessante Folge. Ach, hast du gesehen? Ja, habe ich mir angeguckt. Sehr sympathisch, aber lag nicht an ihm, glaube ich, ne? Ne, aber er ist so ungefähr die Art Persönlichkeit, von der man regiert werden will, finde ich. Also wenn ich irgendwie nachts aufgeweckt werde, dann würde ich sagen... Ich glaube, das haben die Niedersachsen nicht so gesehen, ne? Das mag sein, aber als Staatsbürger, finde ich, so jemand wie Stefan Dürkner wäre ein guter Minister geworden und war er ja auch mal in Niedersachsen. Vorbild von dir? Also sicherlich jemand, dem ich persönlich viel zu verdanken habe, weil er mich 2018 gefragt hat, ob ich sein Generalsekretär werden möchte in Niedersachsen. Und so die Art und Weise, wie er sich in politische Sachen einarbeitet, das fand ich schon immer beachtlich und beeindruckend. Und deswegen ist er schon jemand, an dem ich mich orientiere. Er ist halt eine ältere Person, also jemand, der älter ist als ich, einfach, also auf dem Papier, mehr Jahre auf der Welt. Wie alt bist du, musst du sagen jetzt? Ich bin 34, also jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste. Aber immer noch naiv? Klar, jeden Tag von Neuem, klar. Ich lerne auch jeden Tag irgendwie neue Dinge. Also bin jetzt im Bundestag seit sechs Jahren, aber es ist immer noch so, dass man jeden Tag neue Dinge lernt. Wie lange wird es im Bundestag bleiben? Also gewählt bin ich erstmal bis 2025. Ich weiß, das ist aber eine wichtige Antwort, weil die durchschnittliche Verweildauer im Bundestag sind ja acht Jahre. Also der durchschnittliche Abgeordnete, die durchschnittliche Abgeordnete ist acht Jahre im Parlament. Ich bin jetzt bei sechs, also bin ich schon bald sozusagen in der Situation, wo man sich fragen muss, ob man das ein Leben lang machen will. Und ich kann es ganz ehrlich nicht sagen. Also ich bin sehr froh und dankbar, dass das irgendwie möglich ist. Das ist ein Privileg. Ich glaube, ich kandidiere auch nochmal 2025. Aber wie lange das dann geht, keine Ahnung. Schauen wir mal. Im Prinzip, weil ich wissen will, willst du den Schäuble machen oder nicht? Also Schäuble ist ja, glaube ich, seit 1972. 18, 22, ja. Genau, ich glaube, so in dem Dreh. Über 50 Jahre. Genau, letztes Jahr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Also bei mir sind es jetzt sechs Jahre. 50 Jahre, das durchzuziehen, fände ich schon krass. Ist es zu lange? Ich glaube, die Mischung macht es. Ich glaube, es ist wichtig, dass da Leute dabei sind, die rotieren und dass wir bei jeder Wahl auch immer mal wieder neue Leute ins Parlament bekommen. Die FDP war ja komplett raus zwischen 2013 und 2017. Und als wir 2017 wieder reinkamen, da sind wir reingekommen mit, ich glaube, 80 waren es damals. Und von diesen 80 waren 60 zum ersten Mal im Bundestag. Und das fand ich damals genau richtig. Es wäre ein Problem gewesen, wenn die FDP rausgeflogen wäre und dann wäre sie wieder reingekommen mit den gleichen Nasen, die vorher schon drin waren. Das waren eben 60 von 80 neu. Und das gab dann auch so Typen wie mir die Chance, gleich innenpolitischer Sprecher zu werden, 2017. Aber ich will ja quasi wissen, brauchen wir nicht so eine, in Amerika haben wir das Term Limits, also keine Ahnung. Ja, also wir haben ja nur beim Bundespräsidenten ein Term Limit in Deutschland. Der darf irgendwie einmal wiedergewählt werden. Ansonsten gibt es das. Können wir ja bei Abgeordneten machen, können wir bei Ministern machen, bei Kanzlern. Ja, bei Kanzlern haben wir es, glaube ich, so mal vorgeschlagen. Wir haben auch so eine Kommission im Bundestag, die sich darüber austauscht, ob man sowas nicht einführen sollte. Also es gibt natürlich einige Sachen, die dafür sprechen. Wenn man irgendwie in seinem letzten Jahr ist, einer achtjährigen Amtszeit, dann macht man vielleicht auch mal Dinge, wo man irgendwie vorher zurückschrecken würde, wenn man sagt, oh, jetzt gefährde ich meine Wiederwahl. Deswegen, also es spricht schon was dafür zu sagen, man limitiert das irgendwie. Vielleicht können die politischen Parteien mal darüber nachdenken, zu sagen, wir müssen einen bestimmten Anteil von Leuten ins Parlament bringen, die neu dabei sind. Und wenn das nicht erreicht wird, dann ist das sicherlich ein Punkt, den man in den Parteien diskutieren muss. Also ich finde es gut, dass wir bei jeder Wahl im Bundestag viele neue Leute haben, so sollte es sein. Deswegen, es macht die Mischung. Wie siehst du denn? Wärst du dafür, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte, dass es quasi Amtszeitbeschränkungen gibt von Regierungsmitgliedern? Von Regierungsmitgliedern? Ja. Lassen wir mal die Abgeordneten weg. Wenn wir es jetzt hier zusammen entscheiden können. Wenn ich sage, das ist ja mein Proposal. Sag mal, wie lang? Also wie lang würdest du es beschränken? Einmal wiedergewählt werden, ist erlaubt. Als Minister, als Ministerin. Also man kann sozusagen einmal in die Bundesregierung und wir machen angefangene, sozusagen, oder nee, vollendete... Also acht Jahre, sagen wir jetzt. Acht Jahre. Acht Jahre Kanzler, Kanzlerin. Also es kommt so ein bisschen aufs Gesamtpaket an, was wir noch so für Deals miteinander machen über eine Reform der Verfassung. Wir haben ja das Grundgesetz hier auch extra weit liegen. Aber wenn wir da sowas reinschreiben würden und wir dann... Ich biete auch noch an, die Schuldenbremse rauszunehmen. Ja, da kann ich nie mitgehen. Das können wir nicht machen. Okay. Was willst du haben? Also ich finde es ganz gut, wenn wir das Wahlrecht in die Verfassung schreiben. Wir haben ja gerade eine Wahlrechtsreform gemacht als Ampelkoalition. Der Bundestag wird verkleinert von 736 auf 630, über 100 Sitze weniger. Das war so eines der Gesetze, an denen ich am meisten gearbeitet habe in den letzten Jahren. Und ich bin auch ziemlich stolz darauf, dass es gelungen ist, sowas hinzukriegen. Ich befürchte aber, dass die Diskussion nicht beendet ist. Und es wäre besser, wenn wir das Wahlrecht in der Verfassung stehen hätten, damit wir nicht nach jeder Bundestagswahl wieder darüber reden. Und Wahlalter, was ist damit? Wahlalter haben wir ja für das Europäische Parlament schon gesenkt als Koalition. Denn das ist nur im Europawahlgesetz geregelt. Und für die Bundestagswahl steht 18 im Grundgesetz. Ich würde es auf 16 senken. Vielleicht können wir das mit reinnehmen ins Paket. Das ist doch ein Deal. Das bekommst du, das gebe ich dir. Ja, okay. Na dann probieren wir es mal. Gehen wir mal auf die Reise, gucken wir mal, ob wir eine Zweidrittelmehrheit dann hinbekommen im Bundestag. Fangen wir mal bei dir an. Kommst du aus Niedersachsen? Auch da geboren und aufgewachsen? Ich bin in Wolfenbüttel geboren. Das ist bei Braunschweig. Die Familie meines Vaters kommt aus Braunschweig. Und dann sind wir irgendwann mal in die Region Göttingen gezogen. Das ist ein bisschen weiter südlich, mitten in Deutschland, zwischen Kassel und Hannover. Und da bin ich aufgewachsen und habe 2008 Abitur gemacht, dann Zivildienst gemacht dort in der Region und bin dann nach Hamburg gezogen. Eins am anderen. Was haben die Eltern gemacht? Meine Mutter war Lehrerin. Also die ist jetzt im Ruhestand und hat als Lehrerin gearbeitet für Deutsch, Politik, Geschichte und Erdkunde. Und mein Vater ist leider 2018 gestorben, ist aber zur See gefahren. Also der hat irgendwann mit 14... Pirat oder... Ja, ich glaube, es könnte schon sein, dass sowas auch dabei war. Aber nee, Handelsmarine. Also ein legaler Seefahrer. Legale Seefahrt, Handelsmarine. Der ist mit 14 von zu Hause weg nach Hamburg und hat als Schiffsjunge angefangen und war dann irgendwann Kapitän. Und ziemlich coole Geschichte. Wolltest du nicht auf die See? Irgendwie reizt es mich schon. Also ich könnte mir das schon vorstellen, eines Tages mal so eine längere Schiffsreise zu machen. Es gibt so eine Journalistin, die ein Buch darüber geschrieben hat, dass sie eine Weltreise gemacht hat. Und am Ende dieser Weltreise ist sie mit einem Containerschiff, ich glaube, aus Brasilien nach Deutschland gefahren. Sowas könnte ich mir irgendwann mal vorstellen, da mitzufahren. Aber habe ich noch nie gemacht. Und mein Vater hätte es sicherlich gefreut. Aber der würde natürlich sagen, ja gut... Hat Papa probiert hier Konstantin kommen? Nee, nie. Nee? Nein, der hat mir seine Geschichten erzählt von der Seefahrt, aber... Seemannsgarn. War wahrscheinlich auch dabei, ja. Aber, also ich habe noch viel Zeit, hoffentlich herauszufinden, was davon Seemannsgarn war und was nicht. Aber ich glaube, ziemlich viel war auch wahr. Heißt, wenn Papa Seefahrer war, dass er oft nicht zu Hause war? Ja, er hat dann später, also ich bin Jahrgang 89 und er hat so Mitte, Ende der 80er, als er meine Mutter kennenlernte, angefangen auch an Land zu arbeiten und war dann später bei BMW und hat in einem Autohaus gearbeitet und dort Autos verkauft. Also er hatte dann sozusagen einen Beruf an Land und dann fehlte ihm aber irgendwie das Meer und dann hat er später nochmal angefangen, so Fähren zu fahren. Dann, Nordostseekanal in Schleswig-Holstein, der ist irgendwie, glaube ich mal 1900 eröffnet worden und der Deal war, die Orte, die durchschnitten werden von dem Kanal, die bekommen eine kostenlose Fähre, die von dem einen Ufer ans andere fährt, auch wenn nur ein Fußgänger rüber will oder ein Fahrrad oder ein Auto. Und da fahren, diese Fähren werden gefahren von ganz vielen Leuten, die früher mal auf großer Fahrt irgendwie unterwegs waren und wenn sie dann so 50, 60 sind, machen sie das noch so ein bisschen. Und das hat er dann noch zehn Jahre gemacht, bevor er in den Frühruhestand gegangen ist und das bedeutete, dass er dann auch mal ein paar Wochen lang nicht da war. Hast du Geschwister? Einen jüngeren Bruder, ja. Ist der auch Politiker geworden? Nee, der ist kein Politiker geworden, der war eine Zeit lang Basketballprofi und hat insofern auch was gemacht, was ihm gut gefällt. Ist er immer noch? Nee, ich glaube, so langsam neigt sich das dem Ende zu, aber er kann auf jeden Fall immer noch besser jegliche Sportarten, als ich das kann. Mutti war Lehrerin, war sie deine Lehrerin? Nein, also wir sind auf dem Dorf aufgewachsen. Ja, darum frei. Deswegen besteht da eine gewisse Gefahr, aber das, nee, das würde ich sagen, geht gar nicht. Du hast so viele Gäste, wo die Eltern Lehrer waren? Die hatten die dann als... Ja, war ganz schrecklich meistens. Also irgendwie gut, aber irgendwie zu Hause dann immer ein bisschen... Also das hätte ich schon ziemlich genervt und sie auch, glaube ich. Aber ich war schon auf der Schule, wo sie Lehrerin war und wenn man dann irgendwie... Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil wenn man irgendwie dreimal seine Hausaufgaben nicht macht, dann bekommt man so einen Brief nach Hause. So war das damals. Und jetzt sage ich schon den Satz, so war das damals, aber es war wirklich so. Und bei ihr war das dann so, oder bei mir war das so, dass der Brief in ihr Lehrerfach gelegt wurde. Das fand ich natürlich nicht so optimal, aber ich hatte sie nicht im Unterricht. Hast du ein guter Schüler? Schon, ja. Warum? Also ich hatte so meine Fächer, die ich gut fand und alles, was mit Deutsch, alles, was mit Fremdsprachen, alles, was mit Geisteswissenschaften zu tun hatte, das ist mir immer relativ leicht gefallen. Ich habe viel gelesen, habe viel, ja, mich dafür auch wirklich interessiert. Ich habe auch viel Zeit in der Schule verbracht, Theater gespielt zum Beispiel und hat mir einfach gefallen. Warst du ein Streber? Ja, in den Bereichen schon, würde ich sagen. Also im Bereich Geisteswissenschaften, Fremdsprachen, so, da schon. Wo ich definitiv keiner war, war in Mathe- und Naturwissenschaften und in Sport. Das ist halt einfach nicht so mein Ding gewesen. Ich hatte, glaube ich, am Ende, im letzten Halbjahr einen Punkt in Mathe. Und während der Abi-Phase? Ja, genau, weil ich ausgerechnet hatte, dass es egal ist. Achso. Wurde nicht mitgerechnet, oder was? Ja, ich glaube, wenn ich da zehn Punkte oder neun oder acht bekommen hätte, was so normalerweise das war, was ich so erreichen konnte, wenn ich mich richtig angestrengt hätte, dann hätte ich, glaube ich, die gleiche Abinote bekommen, wie wenn ich jetzt irgendwie nichts gemacht hätte. Und dann habe ich mich entschieden, komm, machst du lieber irgendwie Deutsch, Englisch und so. Jetzt weiß ich, wo der Vorwurf herkommt, dass FDPler manchmal nicht rechnen können. Also ich habe es zumindest in dieser konkreten Konstellation ausgerechnet, dass es mir irgendwie nichts bringt, wenn ich mich jetzt in Mathe groß anstrenge. Ich würde gerne mehr, hätte gerne mehr Kenntnisse davon, aber ich habe es irgendwie nicht, ja. Warst du schulisch aktiv außerhalb des Unterrichts? Also Schülerzeitung, Schülervertretung? Ja, leider hatten wir nicht so eine richtige Schülerzeitung. Ich habe mal so zwei, drei Artikel geschrieben. Es gab so ein Mitteilungsblatt der Schule. Da habe ich mal so zwei, drei Artikel geschrieben, weil ich es irgendwie, wollte ich irgendwie machen. Und Schülervertretung war ich mal so, da war ich mal so ein Jahr irgendwie so stellvertretendes Mitglied oder so. Aber es hat eigentlich, also habe ich nicht so, ich habe ja schon viel so politische Jugendorganisationen gemacht in der Zeit. Und dann habe ich nicht so viel Schule. Ja, du bist während deiner Schulzeit schon bei den Junglieberanten dabei gewesen. Ja, das stimmt. Genau. Hast du dich eingeschlichen sogar, wie ich gelesen habe? Das ist korrekt. Warum hast du dich eingeschlichen? Also ich war 13 Jahre alt und das war 2002. Und das war das Jahr, in dem Bundestagswahl war. Und Guido Westerwelle war irgendwie sehr stark in den Medien präsent. Und gefühlt auch 20 Jahre jünger als alle anderen Politiker, die es so gab. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das jemand ist, der auf eine Art und Weise redet und der über Dinge nachdenkt, die ich interessant finde. Und deswegen habe ich das damals interessant gefunden, was die FDP macht. Und wir haben damals einen Internetanschluss bekommen zu Hause. Also so wie das damals war irgendwie. 2002 kam dann irgendwann so ein Typ von der Telekom und hat da irgendwas hingestellt. Modem. Genau, das macht dann diese Geräusche. Ich mache das jetzt nicht nach. Und dann war man im Internet und es gab ein FDP-Forum, in dem irgendwie über Politik diskutiert wurde. Und da bin ich halt gelandet und habe mit Leuten diskutiert über Politik und geschrieben. Und dann habe ich irgendwie gesehen, dass man erst mit 14 Mitglied werden kann. Und dann hat der damalige Landesvorsitzende der jungen Liberalen, Christian Dürr heißt der, der ist jetzt Fraktionschef der FDP im Bundestag. Also ich arbeite immer noch mit ihm zusammen, hat gesagt, dann trag doch einfach ein Geburtsjahr vorher ein, also 88. Und wenn du dann 14 bist, dann... Ach, der Dürr hat dich zu Illegalität getrennt. Der Dürr hat mich angestiftet, mein Geburtsjahr zu fälschen. Das ist so. Und zwar beim Landesparteitag. Ich glaube, die Polizei guckt bestimmt gerade zu. Das ist wohl irgendwie verjährt oder nicht so schlimm. Aber sonst steht ihr ja für Rechtsstaatlichkeit bei der FDP. Absolut, genau. Also die Frage, ob wenn eine Person, um Mitglied einer politischen Jugendorganisation zu werden, sich ein falsches Geburtsjahr ausdenkt oder der Rechtsstaat als solcher in Gefahr ist, da würde ich sagen, ist noch ein bisschen... Da fängt es an. Ja, da fängt es an. Aber da hört es dann auch auf, würde ich sagen. Aber war das ja so eher Zufall, dass du dann quasi bei FDP gelandet bist, wegen der Rhetorik von Westerwelle und dem Forum? Nee, schon auch wegen der Inhalte. Ich habe mir damals das Grundsatzprogramm der Jungliberalen bestellt. Also man musste auf julis.de, konnte man so ein Formular ausfüllen und dann wurde einem ein Infopaket nach Hause geschickt. Das ist total witzig, weil ich später ja auch Bundesvorsitzender der Jungliberalen war, von 2014 bis 2018 und in der Zeit dann selber für solche Geschichten zuständig war. Also was da drin ist in dem Infopaket. Du hast ein Propagandabeauftragte dabei. Ja, genau. Und es gab dieses Infopaket und da war so ein kopiertes Heftchen und das hieß humanistischer Liberalismus. Das Grundsatzprogramm der Jungliberalen damals. Und ich weiß noch, dass ich das mit 13 gelesen habe und total begeistert davon war, dass ich das überhaupt verstehe. Also dass ich nicht so denke, okay, das ist voll langweilig. Aber ich habe es irgendwie gelesen und dachte, okay, da ist irgendwie eine politische Kraft, die denkt Staatlichkeit, politisches Handeln vom Einzelnen, vom Individuum her. Und vielleicht wäre das auch so eine einfache Denke, dass selbst Kinder das verstanden haben. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder? Ja, oder vielleicht war es so platt. Ja, ich weiß nicht, wir kommen ja vielleicht noch auf den politischen Liberalismus zu sprechen. Muss man mal gucken. Aber ich glaube, das Problem ist nicht seine Einfachheit, sondern seine Komplexität. Und dass mir das irgendwie als 13-Jährigem einfach vorkam. Vielleicht war es dann mal so schlau. Naja, weiß ich nicht. Es hat einfach zu mir gepasst. Ich habe es einfach gelesen und es war ein Text, mit dem ich mich irgendwie identifizieren konnte. Und dann habe ich Leute kennengelernt da auch. Also wie gesagt, kleines Dorf, 200 Einwohner. Die Frage ist dann immer, wie kommst du da hin? Also wenn irgendwie Guido Westerwelle irgendwo eine Rede hält, wie komme ich da hin? Meine Eltern haben gesagt, also, weiß ich nicht, mein Vater war vielleicht am Arbeiten. Meine Mutter hat gesagt, ja, ich kann dich vielleicht irgendwie einmal die Woche zum Sport bringen oder so. Aber dass ich dich jetzt da irgendwie zur FDP karre, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. War die Eltern begeistert von deiner FDP? Also meine Eltern sind beide später in die FDP eingetreten. Weil du sie dir genötigt hast wahrscheinlich. Das will ich jetzt so nicht sagen. Ich habe sie gebeten, mit Nachdruck. Aber sie haben ja einen freien Willen. Nee, also ich kann mich gut, ich weiß ja, mich immer für Politik interessiert. Ja, aber habt ihr zu Hause nicht geredet, wenn wir mal was willst du denn und sowas? Ja, natürlich, die ganze Zeit. So bin ich aufgewachsen. Es wurde immer über Politik gesprochen. Ich kann mich, da war ich neun Jahre alt, an die Bundestagswahl 98 erinnern. Als wäre es gestern gewesen. Mein Vater war am Boden zerstört. Schwarz-Gelb, über alles. CDU, CSU, FDP, das ist es. Der hatte so einen Aufkleber auf Kohlen nachgetraut. Aber sowas von. Der hatte so einen Aufkleber auf dem Auto damals, jammert mir nichts vor, ich habe CDU gewählt. Das hat die CDU 1999 verteilt und dann hat man sich das aufs Auto geklebt, um zu sagen, wie schrecklich Rot-Grün ist. Und meine Mutter, die hat nach meiner Erinnerung, und ich kann sie auch fragen, werde ich auch sicherlich zu hören kriegen, wenn ich das jetzt falsch sage. Aber so ist es gewesen, 1998 mit der ersten Stimme die SPD und mit der zweiten Stimme die Grünen gewählt, weil 16 Jahre Kohl war irgendwie genug. Und es musste mal was anderes ran. Und die freute sich. Und die sagte, ja, jetzt ist er endlich weg. Und mein Vater sagte, er ist weg. Wie schrecklich. Und das werde ich nie vergessen. Also das ist so einer der ersten Momente, an die ich mich politisch erinnere. Und insofern waren meine Eltern, glaube ich, einfach froh, dass ich mich für irgendwas interessiere. Und haben das nicht weiter, sie haben es inhaltlich nicht bewertet, dass es die FDP war. Aber, ja, weiß ich nicht. Also wenn halt beide Eltern arbeiten und man auf einem kleinen Dorf wohnt und noch keinen Führerschein hat und vielleicht auch nicht Zugang zu einem Auto, dann muss man sich halt darum kümmern. Und dann sind Leute so nett gewesen, mich zu Hause abzuholen und zu diesen FDP-Veranstaltungen mitzunehmen. Und auf diesen Fahrten von Dassel, so heißt die Stadt, in der ich gewohnt habe, nach, was weiß ich, Hannover, Göttingen, Bodenwerder, Braunschweig, da habe ich viel gesprochen mit Leuten, die auch in der FDP engagiert waren, die ich heute auch teilweise noch kenne. Und das war ein Gespräch, in dem ich liberale Persönlichkeiten kennengelernt habe, die mich sehr geprägt haben und mit denen ich heute noch befreundet bin und von denen ich sagen würde, dass sie mir irgendwie inhaltlich auch geholfen haben. Waren ja früher schon so viele Männer? Ja, in der FDP gab es schon damals viel mehr Männer als Frauen und ich glaube, dass das auch ein Problem ist in meiner Partei. Erst mal überlegen, warum? Ja, also ich will erst mal sagen, dass man sich das Wahlergebnis 2013 nochmal genau angucken muss, als wir aus dem Bundestag rausgeflogen sind. Wenn uns damals genauso viele Frauen gewählt hätten wie Männer, dann wären wir nicht aus dem Bundestag geflogen. Also es ist ein reales Problem. Also wer der Meinung ist, ja ist egal und muss ja jeder selber wissen, der ist aus meiner Sicht unprofessionell, weil jede politische Partei ein Interesse daran haben muss, zumindest irgendwie annähernd gleich viele Frauen und Männer unter den Wählerinnen und Wählern zu haben, weil es gibt halt auch gleich viele ungefähr. Es gibt sogar ein paar mehr Frauen. Insofern ist das ein Problem, wenn man zu wenige weibliche Wählerinnen hat. Woran liegt das? Ich glaube, dass es mitunter eine Form gibt, über Politik zu sprechen, also so einen gewissen Habitus, der Frauen abschreckt. Und ich erlebe häufig, dass Männer überhaupt kein Problem damit haben, sich abends zu irgendwelchen politischen Stammtischen zu treffen und völlig überflüssige Thesen, die man schon 25 Mal miteinander besprochen hat, auszutauschen. Und man kommt dann eine weibliche Interessentin mal vorbei, die hört sich das einen Abend an und dann denkt die sich, okay, ich komme jetzt noch einmal wieder, war jetzt so mittelspannend, war ein bisschen was dabei für mich, aber ich komme jetzt noch einmal wieder. Und wenn die dann einmal wiederkommt und es ist wieder exakt dieselbe Diskussion mit irgendwelchen Männern, die da stundenlange Monologe halten und erklären, wie die Welt funktioniert, dann denkt die sich vielleicht, nö, ich habe irgendwie was Besseres zu tun. Ich engagiere mich in, was weiß ich, einer Studenteninitiative oder kümmere mich um mein Studium oder meine Ausbildung oder was weiß ich. Okay, so nicht nur das Problem, wie ihr darüber redet, sondern worüber ihr redet? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie wir sprechen und wie wir Politik machen bei der Frage, ob man attraktiv ist für weibliche Interessenten an Politik, dass das entscheidend ist. Was die Inhalte angeht, finde ich, darf man den Fehler nicht machen, dass man weibliche Politikinhalte definiert. Also ich kenne viele Frauen in der FDP, die sich in der FDP engagieren und wenn ich sagen würde, ja, wir wollen, dass mehr Frauen sich bei der FDP engagieren, deswegen machen wir jetzt irgendwie ein bisschen mehr Familienpolitik und Bildungspolitik und so. Oder Frauenrechte. Ja, auch das, dazu kann ich eine spannende Geschichte erzählen, dann würden die wahrscheinlich sagen, nein, ich bin in der FDP, weil ich mich für Rechtsstaatlichkeit, Wirtschafts- und Finanzpolitik interessiere und mitunter ist die Art und Weise, wie die FDP versucht, mehr Frauen zu gewinnen, das, was dazu führt, dass genau das Gegenteil passiert. Wenn man also sagt, okay, pass mal auf, wir machen jetzt eine Initiative für mehr Frauen und deswegen machen wir jetzt erstmal einen familienpolitischen Abend, dann denken sich viele Frauen, die irgendwie liberal ticken, könnt ihr nicht einen wirtschaftspolitischen Abend machen mit einer weiblichen Gastrednerin, die wirklich was zu sagen hat, die was Interessantes mitbringt und das bringt dann mehr als Frauen auf vermeintliche Frauenthemen zu reduzieren. Genau, weil Frauen für Familie zuständig sind. Genau, das ist sozusagen das dahinterliegende Vorurteil. Ich habe mal in Göttingen eine Veranstaltung gemacht, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, am Anfang meiner Bundestagszeit, 2018 muss es gewesen sein, zum Thema Abschaffung von Paragraf 219a StGB. Das war dieser Paragraf im Strafgesetzbuch, der gesagt hat, wenn Frauenärzte, Frauenärztinnen, wenn die auf ihrer Homepage schreiben, bei mir kann ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden, legal, weil irgendwie innerhalb der Frist und der Arzt hat das gelernt und macht das, aber nur die Tatsache, dass er das auf seiner Homepage schreibt oder sie, hat schon dazu geführt, dass die Leute verurteilt worden sind zu Gefängnisstrafen. Irre, völlig irre, hat im Strafrecht nichts zu suchen, haben wir jetzt abgeschafft, hat die Ampelkoalition eines der ersten Gesetze aus dem Strafgesetzbuch getilgt. Es ist ein erlaubter Eingriff, es hat was mit Selbstbestimmung von Frauen zu tun und wenn Frauenärzte das machen, dann sollen sie auch darüber informieren können. Jede Frau googelt ja, wenn sie in einer Schwangerschaftskonfliktsituation ist und jeder Abtreibungsgegner darf da die wildesten Thesen verbreiten, aber Frauenärzte dürfen nicht sagen, kommen sie zu mir und lassen sich beraten. Völlig irre, haben wir geändert, dazu haben wir eine Veranstaltung gemacht und das war ehrlich gesagt die einzige Veranstaltung, die ich je gemacht habe, bei der mehr Frauen waren als Männer. Und es war krass, wir hatten eine Frauenärztin zu Gast, wir hatten eine Wissenschaftlerin von der Uni zu Gast, die über die strafrechtlichen Implikationen gesprochen hat und wir hatten eine Dame von, ich glaube, Pro Familia zu Gast. Also Abtreibungsgegner? Nee, Schwangerinnenkonfliktberatung machen die, also die hat sozusagen, also die trifft sich einfach jeden Tag mit Frauen in dieser Situation und kann darüber reden, wie so das Angebot in der Region ist. Ja. Und dann hatten wir eine Frauenärztin aus Kassel, die selber betroffen war, also die selber schon mal, glaube ich, verurteilt worden war sogar. Und die Wissenschaftlerin von der Uni hat witzigerweise ihren Chef vertreten, also einen Mann, der aber spontan nicht konnte, sodass wir auch ein All-Female-Panel hatten, was nichts macht, weil es gab ja schon viele Panel, auf denen nur Männer saßen, also kann man auch mal ein Panel machen, in dem nur Frauen vertreten sind. Aber ich glaube, es war gar nicht das, sondern es war die Art und Weise und die inhaltliche Tiefe, mit der über ein Thema gesprochen worden ist, was für Frauen wirklich entscheidend war. Und es waren Frauen da, die habe ich vorher noch nie gesehen und die habe ich auch hinterher nie wieder gesehen bei irgendeiner politischen Veranstaltung. Und das hat mir gezeigt, ja, auch die Inhalte, über die man spricht, können dazu beitragen, dass mehr Frauen sich für Politik interessieren, dass mehr Frauen mitmachen. Aber es sind nicht nur die Inhalte, es ist auch der Habitus, es ist die Art und Weise, wie man mit Frauen umgeht, wenn sie bei einer politischen Veranstaltung sind. 219a ist abgeschafft, also die Werbung für die Möglichkeit abzutreiben bei einem Arzt oder einer Ärztin gehört dann 218, der 218 ins StGB, aus deiner Sicht. Aus meiner Sicht, ja, also das ist ja eine lange Geschichte. Also Abtreibung an sich wird kriminalisiert. Genau, das ist eine lange Geschichte, über die man viel sagen kann. In Deutschland ist darüber über viele Jahre diskutiert worden und... Ja, was sagst du? Ja, ja, ich will das, muss meine Meinung begründen. Ich glaube, er sollte nicht gestrichen werden. Also ich glaube, der 218 sollte im Strafgesetzbuch bleiben. Ich halte es für richtig, dass er im Strafgesetzbuch ist, weil das Ergebnis eines gesellschaftlichen Großkonfliktes ist, der über viele Jahrzehnte hinweg geführt worden ist, bis hin zum Bundesverfassungsgericht, das ja auch mal gesagt hat, dass eine Regelung, die außerhalb des Strafrechts sich damals befand, nicht verfassungskonform ist. Und jetzt haben wir eine Regelung, die im Strafrecht ist. Wenn man heute sich Gedanken darüber machen würde, wir haben gar keinen Rechtszustand und wir kreieren einfach eine völlig neue Situation, dann könnte man womöglich auch eine Form finden, das nicht im Strafrecht zu regeln. Aber in der, im real existierenden Deutschland, ja, in der Situation, die wir haben, glaube ich, dass wir gut damit fahren, dass der 218 im Strafgesetzbuch geregelt ist. Aber das heißt, du hältst daran fest, dass Abtreibung generell, es gibt natürlich die ganzen Ausnahmen, aber dass es generell kriminell bleibt, das abzutreiben. Ich halte daran fest, dass der Kompromiss zwischen dem Schutz des Lebens, der ja in der Verfassung steht, dazu sind wir verpflichtet. Das heißt, der Gesetzgeber ist nicht völlig frei. Wir können nicht völlig ohne Leitplanken ein Gesetz machen, sondern wir müssen das Leben schützen und wir müssen die Selbstbestimmung der Frau schützen und wir wollen auch beides schützen. Das Leben des ungeborenen Kindes und wir wollen schützen die Selbstbestimmung der Frau. Und zwischen diesen Rechtsgütern muss man irgendeine Form von Kompromiss finden. Und ich glaube, dass die Hitze und die gesellschaftliche, einfach das gesellschaftliche Klima um dieses Thema herum, was entstehen würde, wenn wir 2018 streichen würden aus dem Strafgesetzbuch, dass das sozusagen den Vorteil nicht wert wäre. Und deswegen sollten wir dabei bleiben, dass es im Strafrecht geregelt ist. Ich verstehe das, ich bin selber grundsätzlich der Auffassung, und dazu stehe ich auch, dass möglichst wenig im Strafrecht geregelt werden sollte. Wir haben das Problem, dass wir zu viele Strafnormen haben in Deutschland. Staatsanwälte sind überlastet, die Leute wissen gar nicht, ist jetzt was strafbar oder nicht. Ja, es ist viel zu viel im Strafrecht. Wir müssen das im Grunde genommen einmal durchgehen und gucken, was sollte man eigentlich im Strafrecht regeln und was nicht. Und dieses antiquitäre Ding, bist du dann trotzdem dafür, dass es bleibt? Ja, so eine Antiquität ist es gar nicht, weil es ja mehrfach geändert worden ist in den letzten Jahren und weil es Ausfluss einer gesellschaftlichen großen Debatte ist. Die Frage ist doch, worum geht es? Es geht darum, dass Frauen nicht nur selbstbestimmt die Entscheidung treffen können, ob sie die Schwangerschaft weiterführen oder nicht, sondern dass auch das Angebot da ist, einen medizinisch sauberen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen zu können. Und wir haben jetzt momentan eine Situation, in der in bestimmten Bundesländern überhaupt keine Frauenärzte, Frauenärztinnen da sind, die das machen können. Also wir haben ein Problem, was den tatsächlichen Grund angeht. Und da müssen wir, glaube ich, ran. Also das Angebot an gynäkologischer Unterstützung, das müssen wir hochschrauben. Wir müssen die Beratungsangebote steigern. Das würde ich alles machen, damit wir tatsächlich mehr Selbstbestimmung haben können. Aber 2018 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, was ich aus, sagen wir mal, strafrechtsdogmatischer Sicht irgendwie zumindest einen Gedanken finde, über den man nachdenken kann, kann man darüber diskutieren. Aber ich glaube, der gesellschaftliche Großkonflikt, der entstehen würde, der wäre den Vorteil nicht wert. Das wäre die Frage, ist es das nicht wert? Ich meine, da könnte man sich gut von den Rechten abgrenzen. Also die CDU, CSU würde dafür kämpfen, die AfD würde dafür kämpfen. Ja, das mag sein. Jetzt stellt ihr euch auf die Seite... Das ist ja so, die andere Seite, also die progressive linke Seite ist ja dafür, das auszustreichen. Wenn wir jetzt bei dem Thema Frauen waren, warum ihr so viele Frauen anzieht, vielleicht ist das auch ein Grund. Ich bin ja liberal und nicht links und nicht rechts, sondern vertrete eine eigenständige politische Richtung und wir gucken uns genau an, wie ist die gesellschaftliche Situation, in der wir Politik machen. Und in der gesellschaftlichen Lage, die wir haben, haben wir ein Problem damit, dass es nicht genügend Angebote gibt für Frauen, die eine selbstbestimmte Entscheidung treffen wollen. Das müssen wir verändern. Wenn wir jetzt erstmal oder mit absoluter Priorität den 2018 aus dem Strafgesetzbuch streichen, dann haben wir für die Situation dieser Frauen nichts gewonnen. Wir zerlegen uns gesellschaftlich über dieses Thema und haben nichts gewonnen. Also ich verstehe das als ein Identifikations- und Identitätsthema für Menschen, denen das Thema Selbstbestimmung für Frauen besonders wichtig ist. Und ich will das überhaupt nicht karikieren. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass wenn man als junge Frau und als junger Mann, brauche ich da gar nicht drüber urteilen, ja. Aber wenn man als junge Frau sozusagen auf dieses Strafgesetzbuch blickt, das ja noch aus einer Zeit kommt, also in großen Teilen aus einer Zeit kommt, ja, wo es die Bundesrepublik noch gar nicht gab. Aber was diesen Absatz oder diesen Paragrafen angeht aus einer Zeit kommt, in der viele junge Frauen, die vor einem solchen Problem stehen, noch gar nicht geboren waren, dass man sich denkt, okay, was hat dieses Verbot mit meinem Leben zu tun? Was hat dieses Verbot eigentlich mit meiner Selbstbestimmung zu tun? Und warum glaubt der Gesetzgeber, dass er mit einer Strafnorm, das ist ja eigentlich die Frage, die man beantworten muss, dass er mit einer Strafnorm den Appell an mich irgendwie erreicht, ja. Indem man sozusagen Abtreibung als sowas, dass man so ein bisschen einfach so ein bisschen stigmatisiert noch, ja. Und darüber erreicht man dann sozusagen, dass es weniger Abtreibungen gibt. So, ist das eigentlich der Sinn dahinter? Könnte man mal fragen, könnte man diskutieren. Und ich verstehe das, ja, warum man das tut. Aber wir müssen auch das Leben schützen, steht auch im Grundgesetz und wir werden mit Sicherheit erleben, dass eine Veränderung des Lebensschutzkonzeptes im Strafgesetzbuch immer eine Auseinandersetzung bis zum Bundesverfassungsgericht nach sich zieht. Es wird immer vom Bundesverfassungsgericht landen und dann werden wir eine jahrelange, wenn nicht jahrzehntelange Diskussion darüber haben, ob das jetzt ausreichend ist, ob das nicht ausreichend ist. Und in dieser Situation haben wir alleine durch die Änderung des Strafrechts für die Frauen nichts gewonnen. Und deswegen werbe ich dafür, sich diesen Schuh 2018 in dieser gesellschaftlich aufgehitzten Lage nicht anzuziehen, sondern zu sagen, wir machen was anderes. Und 2019 A haben wir gemacht, ja. Das hat auch lange genug gedauert. Also es ist nicht so, dass wir da nicht durchgehen durchs Strafgesetzbuch und mal gucken, was geht. Gut. Zurück zu dir. Wie bist du in Ecuador gelandet? Also ich bin ja in eine Highschool gegangen in Amerika, nach Texas. Warum bist du in Ecuador gegangen? Ja, ich habe ein Jahr in Ecuador gelebt. Oh, das waren so zehn Monate ungefähr. Von 2005 bis 2006. Schulzeit? Genau, ich bin zur Schule gegangen da. Das war krass, auf jeden Fall. Also mein Vater hat so ein bisschen Spanisch gesprochen, weil er auf der ganzen Welt unterwegs war. Und die Eltern meiner Mutter haben eine Zeit lang in Südamerika gelebt, weil die so Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben. Und wenn meine Eltern wollten, dass ich irgendwas nicht verstehe, dann haben sie manchmal so Spanisch miteinander gesprochen. Ich weiß aber nicht, ob die so gut Spanisch gesprochen haben miteinander. Jedenfalls haben sie sich so ein bisschen, haben sie das so damit rumgespielt irgendwie. Und mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, ist sogar in Lateinamerika zur Schule gegangen, weil er irgendwie da, er wurde in Kabul geboren, weil sie damals in Afghanistan waren und ist dann später in Südamerika zur Schule gegangen. Sodass es um mich herum, väterlicherseits wie mütterlicherseits, irgendwie immer Leute gab, die mir gezeigt haben, da draußen ist noch eine riesige Welt, die es zu erkunden gibt. Und das machen wir irgendwie auch. Und ich, so wie ich mich schon immer für Politik interessiert habe, wusste ich schon immer, dass ich Spanisch lernen will. Ich will diese Sprache beherrschen. Und dann habe ich gesagt, na gut, manche gehen halt irgendwie nach Texas oder in die USA und ich habe gedacht, na Englisch, das kriegst du schon irgendwie so hin. Ein Text ist ganz auch spannend. Das glaube ich auch. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Wahrscheinlich heute noch ein bisschen mehr als 2005, 2006. Jedenfalls war es dann so, dass die Kinder meiner Französischlehrerin, also an der Schule einfach, die sind irgendwie auch nach Ecuador gegangen, auch mit dieser Organisation. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht, haben wir irgendwie gesagt, willst du da auch hin? Ja, okay. Dann bin ich da hingegangen. Also es war keine große, war irgendwie keine große Diskussion, ob man jetzt hier hingeht oder da hingeht, sondern es gab halt die Möglichkeit, das zu machen. Dann habe ich das gemacht. Ich bin fließend Englisch sprechen wiedergekommen. Bist du fließend Spanisch sprechen wiedergekommen? Ja. Bist du dann Spanisch heutzutage? Gut, sehr gut. Kannst du besser Spanisch als Englisch? Kommt so ein bisschen auf den Kontext an, auf die Umgebung an. Also als ich damals wiederkam, konnte ich sicherlich besser Spanisch als Englisch. Hattest du so einen spanischen Spitznamen oder so? Weil Konstantin haben sie wahrscheinlich nicht. Die haben Konz zu mir gesagt. Konz. Ja, die haben einfach das abgekürzt. Genau. Warum, weiß ich nicht. Haben sie einfach so gemacht. Wie war das äquatorianische Bildungssystem im Vergleich zu dem Deutschen? Einfach nur krass interessant. Also darüber könnte ich stundenlang erzählen. Ich war, ich weiß, aber es ist wirklich spannend. Ich bin zunächst auf so eine Landwirtschaftsschule gegangen, weil die Austauschorganisationen, mit der ich da irgendwie war, die haben das immer gemacht. Und da habe ich mich total unwohl gefühlt und nach zwei Wochen irgendwie das abgebrochen und bin dann mit meiner Gastfamilie zu einer Schule gegangen, die sich eher auf so Gesellschaftswissenschaften spezialisierte. Also man muss irgendwie in Ecuador im Sexto Curso heißt das, also in dem letzten Jahr muss man so eine Spezialisierung wählen. So ist in Deutschland ja im Abitur mittlerweile auch so. Und die hieß bei mir Sociales. Und das war dann so Geschichte und Politik und Philosophie und so. Und da habe ich das, das habe ich dann da gelernt. Und zwar an einer Schule ohne Ko-Edukation, also da waren nur Jungs, Schuluniform. Es ging um sieben Uhr los und es ging montags morgens los mit dem Singen der Hymne, also der äquatorianischen Nationalhymne. Und dabei wurde die Flagge gehisst. Und wenn man sich die Haare nicht ordentlich geschnitten hatte, dann gab es jemanden, der hieß, das war der Inspektor. Und der hat einen dann aus der Reihe geschubst und nach Hause geschickt, damit man sich die Haare... Aber ich dachte gerade versuhlt oder so. Nee, das gab es nicht. Nee, nee, das gab es nicht. Der hat einem gesagt so, jetzt geh mal nach Hause und schneid dir mal die Haare. Also einfach eine krass andere Welt, die ich da erlebt habe. Einfach eine krass andere Welt, wo ich jeden Tag hingegangen bin und tausend Eindrücke einfach hatte und mir gedacht habe, krass. Und ich habe mir immer alles aufgeschrieben, was ich an spanischen Wörtern gelernt habe. Und habe das dann irgendwie... Also ich habe inhaltlich da nicht sozusagen viel gemacht, sondern eher einfach die Sprache gelernt. Also ich habe mich den ganzen Tag mit dieser Sprache beschäftigt. Aber nur umgeben von Jungs. Ja, das stimmt. Das war da so. Und dann noch in Schuluniform. Ja, das war schon krass auf jeden Fall. Hast du damals schon gewusst, dass du schwul bist? In Ecuador. Das hat sich da so ein bisschen rausgebildet, die Erkenntnis. Eigentlich weiß man das schon immer, dass man irgendwie... Ja, schon. Also man hat das irgendwie schon immer so ein bisschen auf dem Schirm, dass man schwul ist. Und damals war ich 15, 16 und ja, es hat sich dann so ergeben. War es eine Entscheidung, dass du damit offen umgehst? Oder hast du überlegt, das zu verstecken? Nee, ich habe nie überlegt, das zu verstecken. Ich bin ja dann wiedergekommen nach Deutschland und habe natürlich viele Freundinnen und Freunde gehabt, mit denen man über sowas reden konnte. Also ich konnte immer auch auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, mit Leuten irgendwie reden. Ich hatte viele Freunde, mit denen ich irgendwie darüber reden konnte. Ja, gerade aber im Dorf würde man ja denken, oh oh. Ja, aber man sollte, weiß ich nicht, die ländliche Bevölkerung auch nicht immer für weniger weltoffen erklären, als sie eigentlich ist. Ja. Und ich habe eigentlich nie persönliche Probleme mit meiner Sexualität gehabt oder damit irgendwie akzeptiert oder respektiert zu werden. Und das war alles okay. Und für mich war irgendwie wichtig, ich weiß gar nicht genau warum, aber für mich war irgendwie wichtig, dass ich, also ich habe Abitur gemacht, da war ich 19, glaube ich, nach 13 Jahren. Und dann habe ich ein Jahr Zibi gemacht und ich wollte dann nach Hamburg ziehen. Und für mich war irgendwie wichtig, dass wenn ich in Hamburg ankomme, dass ich dann, dass niemand mehr sagen muss, weil ich irgendwie dann sehr selbstbestimmt natürlich sein konnte. Also ich habe natürlich alleine gewohnt in Hamburg, sehr klar, weil ich nicht mal bei meinen Eltern gewohnt, sondern bin nach Hamburg gezogen und habe da im Studentenwohnheim gewohnt. Und ich hatte irgendwie keine Lust, mich dann noch ständig zu outen. Und deswegen habe ich das sehr systematisch gemacht, so mit 18. Was glaube ich heute relativ spät ist, aber zwar irgendwie, weiß ich nicht, also es gibt Leute, die outen sich mit 30 oder mit 60. Oder gar nicht. Oder gar nicht, soll es auch noch geben, genau. Aber ich habe das mit 18 gemacht, sehr systematisch, habe ich das irgendwie allen möglichen Leuten gesagt und habe es auch in Hamburg dann immer gleich allen Leuten erzählt, auf die Nase gebunden sozusagen. Ja, das ist aber, es war so eine Phase, in der ich das halt einfach irgendwie gerne wollte, weil ich keinen Bock hatte, in die Hetero-Schublade gepresst zu werden. Hast du Diskriminierungserfahrungen gemacht? Also nie so richtig heftige, also nie irgendwie, also eigentlich nicht so richtig, nee. Nee, eigentlich nicht. Also dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass über einen gelacht wird oder dass man irgendwie sogar vielleicht körperliche Gewalt erleben muss aufgrund seiner Sexualität, das habe ich nie so richtig erfahren. Bin ich auch, also ich wollte jetzt gerade sagen, bin ich auch sehr dankbar für, aber das ist eigentlich ein absoluter Bullshit-Satz, weil da hat man nicht dankbar dafür zu sein, dass man keine Diskriminierung erfährt, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit. Und insofern bin ich einfach, tja, ich glaube, ich muss den Satz trotzdem sagen. Ich bin trotzdem dankbar dafür, weil ich natürlich weiß, dass es Leute in dieser Welt gibt und übrigens auch in diesem Land und auch in meinem Umfeld damals, denen das ganz anders ging. Und insofern kann ich froh sein, dass ich das nicht hatte und ich glaube, man muss sich darüber immer im Klaren sein, dass wir alle irgendwie eine Verantwortung dafür tragen, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen so sein können, wie sie sind. Und wenn sie nicht heterosexuell sind, dann das auch irgendwie einfach sein zu können. Ich wollte noch sagen, dass das mit dem Outen übrigens trotzdem nie aufhört, ja. Das ist ja so eine spannende Erkenntnis, die man dann irgendwann hat. Also man denkt, ich bin jetzt 18, 19 und jetzt habe ich das irgendwie so einmal allen gesagt und dann ist das auch gut, ja. Also dann muss ich sozusagen ja nicht jetzt bei jeder Gelegenheit wieder betonen, dass ich übrigens keine Freundin, sondern einen Freund habe. Aber das stimmt gar nicht. Man muss das trotzdem ein Leben lang machen. Also wenn man einen neuen Job hat, wenn man in den Bundestag kommt, wenn man einfach neue Leute kennenlernt, dann ist das immer verbunden mit einem kleinen Outing. Und sogar in Berlin. Aber das muss man nur als nicht-heterosexueller machen. Das muss man nur als nicht-heterosexueller, weil natürlich das Gegenüber davon ausgeht, dass man heterosexuell ist, erst mal. Und das ist interessant zumindest, ja. Also ich bin als Liberaler, kann man, glaube ich, sozusagen, ja, man kann die Gesellschaft nicht irgendwie staatlich dahin steuern, dass das nicht mehr so ist. So, und das will ich auch nicht. Aber ich finde, man kann schon dafür werben, dass Leute das so ein bisschen reflektieren. Also dass man irgendwie reflektiert, dass es bestimmte Normerwartungen an Menschen gibt und dass es vielleicht auch Leute gibt, die dem gar nicht entsprechen und für die es schon eine Belastung ist. Ständig darüber reden zu müssen, dass man dieser Erwartung nicht entspricht. Und für mich ist es irgendwie okay, ja. Ich kann auch über andere Sachen sprechen, so. Aber andere Leute haben da vielleicht größere Schwierigkeiten mit und für die spielt es irgendwie eine größere Rolle und dann geht es denen schlecht. Und das finde ich nicht gut. Ja, mein Interessant ist ja auch, du hast es gerade angesprochen, in der FDP gehen ja nicht alle damit um, dass sie schwul sind. Also offen damit um, dass sie schwul sind. Woran liegt das? In der FDP gehen nicht alle damit offen um, dass sie schwul sind. Ich kenne viele schwule FDPler, die nicht offen schwul sind. Okay. Woran liegt das? Erstmal will ich sagen, dass obwohl ich mir wünsche, dass alle Menschen offen mit ihrer Sexualität umgehen können und umgehen wollen, es natürlich legitim ist, diese Privatsache auch privat zu halten. Ja, also du hast mich jetzt gerade dazu befragt. Ich finde das okay, weil ich... Weil ich wusste, dass das... Ja, und das ist auch in Ordnung, weil ich in sozusagen Zeitungstexten über mich das immer gesagt habe und deswegen ist es total in Ordnung und habe damit kein Problem. Aber ich respektiere, wenn Menschen das nicht wollen, weil das Private auch einen Anspruch darauf hat oder weil man auch als Mensch einen Anspruch darauf haben darf, dass man sich nicht komplett nach außen kehrt. Und ich mache es jetzt mal bewusst mit einem Beispiel, was nicht Sexualität ist. Du hast mich auch über meine Eltern befragt. Und ich habe darüber sehr konkrete und sehr klare Antworten gegeben, weil ich ein relativ gutes Verhältnis zu meinen Eltern hatte bzw. habe. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich habe eine glückliche Kindheit gehabt und bin meinen Eltern sehr dankbar für das, was sie mir mitgegeben haben. Aber auch dieses Glück haben nicht alle Menschen. Und es gibt Menschen, vielleicht, weiß nicht, hast du oder... Also ich habe definitiv solche Leute im Umfeld, die reden immer nur über einen Elternteil. Und das andere Elternteil hat man vielleicht mal, wenn man mit denen befreundet ist oder so, hat man vielleicht mal so gefragt und so. Und dann wurde das ganz schnell wieder so zugemacht, die Tür, und es wurde nie wieder darüber geredet. Und tja, das kann unterschiedliche Gründe haben, ne? Aber ich glaube, das sollte man respektieren. Und genauso wie die Frage des elterlichen Hintergrundes, wie die Frage von Sexualität, gibt es eben Dinge, über die wollen bestimmte Menschen nicht reden. Und wenn es halt Leute gibt, die irgendwie schwul sind und in der FDP und das nicht irgendwie in den Vordergrund stellen wollen, dann bin ich nicht so... Das wollte ich jetzt erklären, dass es erstmal grundsätzlich nicht... Also ich nehme es erstmal nicht als Problem, wenn die es nicht wollen. Was ich als Problem nehmen würde oder begreifen würde, wäre, wenn die es eigentlich ganz gut fänden, darüber zu reden, aber aufgrund der Umstände und aufgrund der Umgebung, in der sie sich bewegen, das nicht tun. Dann würde ich sagen, kreiert das Umfeld eine Situation, in der sich diese Menschen nicht wohlfühlen und das fände ich dann schlecht. Dazu kann ich aber sagen, dass das Umfeld in der FDP eigentlich relativ offen ist, was das sozusagen angeht. Oder ich meine, es gibt auch Situationen, wo die jetzt nicht offenschwulen Politiker eine heterosexuelle Partnerschaft nach außen führen. Das finde ich dann auch interessant. Das finde ich auch interessant, ja. Das finde ich auch interessant. Ja, da wird es dann schon so ein bisschen, ja, das muss man sich schon sehr gut überlegen. Das kennen wir bei Fußballern und anderen Prominenten auch. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Nee, das finde ich auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall krass, dass man selber irgendwie sich das antut, sich selber so zu verleugnen. Aber wenn man das irgendwie machen möchte und es irgendwie für alle beteiligten Partnerinnen und Partner okay ist, dann will ich da nicht irgendwie, also es soll ja auch Abgeordnete geben, die heterosexuell sind und die... Eine Schule Ehe führen. Ach so. Ja, vielleicht gibt es das auch. Nee, aber die sozusagen ihre Partnerin oder ihren Partner betrügen. Ja, und das ist einfach ein sehr privates Thema und also ich finde, wenn man mit der Erwartung rangeht, okay, also es gibt bestimmte Arten von Sexualität, ja, heterosexuelle, dann gibt es irgendwie schwule Lesben und so weiter, so. Und du musst dich irgendwie entscheiden, ja, du bist irgendwie Kategorie B und dann musst du auch ein Leben lang sozusagen nach der Kategorie leben, dann ist das eine relativ schematische Betrachtung, ja, von Sexualität. Es ist ja ein Spektrum, ne? Es ist ein Spektrum und würde ich sagen, ja, und ich würde jetzt irgendwie nicht per se Leute, die irgendwie einfach auch das raushalten wollen aus dem Politischen, irgendwie herabqualifizieren, ja. Also wer weiß, was da die Geschichte dahinter ist, sollen die machen, ja. Ich finde, wenn es so, also ich finde sozusagen bestimmte Dinge problematisch, wenn man sagt, ich bin irgendwie der krasse Verfechter von Ehe und Familie und wir wollen irgendwie, dass Leute sich schwerer scheiden lassen können und wir wollen irgendwie, keine Ahnung, dass es schwieriger ist, gemeinsam Kinder zu betreuen, wenn man sich scheiden lässt und so und dann irgendwie mit einer anderen Frau irgendwie oder mit einem anderen Mann ein Kind bekommen und das so verstecken, das finde ich hat was von Heuchelei. Und das gleiche gilt natürlich für Fälle, in denen man irgendwie sagt, nee, also Homo-Ehe, das geht ja gar nicht, ja, die sollen nicht heiraten und selber aber irgendwie in einer heterosexuellen Partnerschaft nur zum Schein ist. Dann finde ich, ist man irgendwie in einer Situation, wo ich sagen würde, come on, dann ist ja auch das journalistische Interesse geweckt, zu sagen, okay, das ist irgendwie, das geht nicht. Oder heterosexuelle Machos, die so tun, als ob sie Frauen aufreißen und dann eigentlich. Gibt es das auch. Kennen wir vielleicht beide welche, wer weiß. Zurück zu dir, du hast, warum Jura? Also Abi hast du ja gemacht, Glückwunsch. 2008 genau, ja. Warum hast du dich für Jura entschieden, gab es irgendwie keine anderen Möglichkeiten? Ich habe sogar parallel zum Zivildienst, ich habe Zivildienst in der Altenbetreuung gemacht und man hat damals 300 Euro bekommen vom Bundes, wie heißt das nochmal, Bundesamt für Zivildienst oder so. Wenn man parallel an der Fernuni Hagen studiert, das habe ich irgendwie gefunden in so einer Regelung. Und dann habe ich mich für Politikwissenschaft eingeschrieben und habe ein Jahr so Fernkurse in Politikwissenschaft gemacht und habe mir das angeguckt und habe mir Vorlesungen auch angeschaut. Also ich bin mal nach Göttingen gefahren, das ist so die größere Stadt bei uns, in der ich jetzt auch wohne und bin da an die Uni gegangen und habe mich einfach in Politikkurse reingesetzt oder in Seminare und im Jura. Ich habe sogar meine BWL-Vorlesung mir angeguckt, aber das war sehr, da waren sehr viele Zahlen, da fühlte ich mich an den Mathematikunterricht erinnert. Und dann habe ich mir Jura-Vorlesungen angeschaut und es gab um mich herum, also in meiner Familie gibt es keine Juristen, also meine Eltern nicht. Ich glaube, es gab noch nie jemanden, der Jura gemacht hat in meiner Familie. Deswegen hatte ich da keinen, an dem ich mich irgendwie orientieren konnte, aber es gab Freunde und Bekannte, die das gemacht haben und irgendwie war das cool. Und ich war ja dann am Wochenende immer bei irgendwelchen Kongressen der Jungliberalen unterwegs und da waren natürlich irgendwelche Jura-Leute. Jura-Dudes. Genau, die waren dann irgendwie im zweiten Semester. BWL-Dudes und Jura-Dudes. Gab es beides, genau. Und dann war man irgendwie in einer politischen Diskussion und die waren dann im zweiten Semester und sagten dann, na, deine politische Idee ist Quatsch, weil, und zitierten irgendein Gesetz. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das willst du auch können. Ja, also du willst auch sagen können, diese politische Idee ist gut, lass uns ein Gesetz daraus machen oder diese politische Idee ist Quatsch, weil sie verstößt gegen das Grundgesetz. Ich habe irgendwie das als ein interessantes Handwerk wahrgenommen. Ich habe irgendwie gesehen, krass so. Und die Vorlesung fand ich irgendwie spannend und dann habe ich mich beworben in Hamburg und bin dann, habe dann erstmal ein Jahr Pause gemacht, also indem ich Zivildienst gemacht habe, also den Studienplatz geschoben ein Jahr und bin 2009 nach Hamburg gezogen. Aber ich meine, du hättest ja irgendwie Spanisch studieren können und Spanischlehrer werden können oder Theaterwissenschaften, du warst ja auch im Theater. Ja, das stimmt und wenn man irgendwie mehr Zeit hätte, dann hätte ich das vielleicht auch noch irgendwie zusätzlich gemacht, aber ich hatte schon sehr früh irgendwie die Vorstellung, mich mit Politik zu beschäftigen. Gar nicht unbedingt Politiker zu werden, aber mich mit Politik irgendwie zu beschäftigen. Bist du mit 16 auch in die FDP eingestellt? Ja, bei meinem 16. Geburtstag, ja. Es geht ja erst ab 16. Und das ist sehr naiv. Nee, ich wollte das. Ich hatte mir den Laden ja schon drei Jahre angeschaut bei den Julis und war dann, ich bin glaube ich ja irgendwie entweder kurz bevor oder kurz nachdem ich aus Ecuador wiederkam, bin ich in die FDP eingetreten. Genau. Also ich war auch bevor ich in Südamerika war schon, war ich schon in der FDP irgendwie unterwegs. Hast du in Ecuador auch Neoliberale kennengelernt oder was? Neoliberale. Was meinst du damit? Liberale, wie ihr das nennt. Wirtschaftsliberale. Also ich habe dort tatsächlich, habe ich... Ich glaube Ecuador ist jetzt nicht bekannt dafür, so wirtschaftsliberal zu sein oder so. Ja, man wundert sich. Ja, achso. Ja, das ist ganz interessant, aber... Okay, okay. Also ich habe... Müssen wir jetzt nicht aufhören. Ne, aber ich habe jedenfalls dort auch... Ich habe immer mich mit Politikerinnen, Politikern irgendwie... Also ich fand es immer interessant. Ich habe das Parlament besucht da irgendwie mit 16. Bin ich hingefahren und mit dem Bus nach Quito zweieinhalb Stunden und habe mir da eine Parlamentsdebatte angeguckt. Fand ich einfach spannend. Fand ich einfach interessant. Ja, genau. Und ich mache auch immer, wenn ich irgendwo bin, gucke ich mir erst mal das Parlament an. Das finde ich irgendwie so ein Nerd-Ding einfach. Theaterwissenschaften wolltest du auch? Theaterwissenschaften hätte ich spannend gefunden. Ich hätte so Romanistik, Spanisch und so, hätte ich spannend gefunden. Hast du geschauspielert in deiner Schulzeit? Ja, ich habe irgendwie mit... Hattest du Talent dafür? Ja, total. Du hättest ja quasi auch in eine Schauspielschule gehen können. Hätte ich auch machen können, ja. Habe ich aber irgendwie mich nicht beworben. Aber jetzt bist du Politiker, ist auch so ein bisschen... Ist so ein bisschen ähnlich, ja. In Amerika sagt man ja, Politics is Hollywood for ugly people. Ja, könnte sein, dass es zutrifft. Ronald Reagan hat sogar beides gemacht. Genau, so ein bisschen Schauspielkunst braucht es dann auch. Ja, aber ich finde das in Deutschland so ein bisschen problematisch, dass da immer so drauf herabgeschaut wird. Ich habe da, ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht. Es ist sehr interessant, dass ich gesagt habe, dass ich irgendwie... Also es gibt ja an jeder Schule, gibt es ja irgendwie eine Theater-AG. So, ne? Das macht dann irgendwie eine sehr ambitionierte Englischlehrerin. So war es bei mir auch. Die, bei der ich dann auch Englisch-Abi gemacht habe. Shakespeare. Genau, so ist die drauf. Frau Städler, super Frau. War auch mal eine Tutorin später. Und die hat halt da irgendwie die Theater-AG 20, 30 Jahre lang gemacht. Hammer. So. Und Generationen von Schülerinnen und Schülern irgendwie nähergebracht, auf der Bühne zu stehen. Was großartig ist. Ich glaube, keiner von uns ist, oder vielleicht eine, ich glaube, eine hat sich tatsächlich am Ende mal bei einer Schauspielschule beworben, aber die war schon älter. Und also keiner ist professioneller Schauspieler geworden. So. Ich bin nächste Woche, nee, ich bin diesen Freitag mit zwei Kumpels verabredet, die ich lange nicht gesehen habe. Und der eine ist bei VW und der andere ist beim NDR. Und wir haben zusammen, wir haben, wir haben, glaube ich, sechs oder sieben Jahre jedes Jahr zusammen auf der Bühne gestanden und Theater gespielt. Und die machen jetzt nichts mit Theater. Und trotzdem hat ihnen die Beschäftigung mit Texten, Improvisationen, mit der eigenen Stimme was zu machen, irgendwie was gegeben. Und ich erlebe oft, dass in Deutschland so da gesagt wird, oh ja, jetzt hast du da einen Schauspieler, dann spielst du uns jetzt hier was vor. Aber irgendwie fand ich das cool. Und Theater ist ein tolles Medium. Schauspiel ist ein Handwerk. Schauspiel ist ein Handwerk. Und manche handwerklichen Fähigkeiten brauchst du auch in der Politik. Oder im Journalismus. Ja, also ich sag mal, dass man jetzt in der Lage ist, sich mit einem Text zu beschäftigen und den irgendwie relativ schnell auswendig zu lernen, ist etwas, was einem hilft, wenn man irgendwo eine Rede halten muss. Dass man in der Lage ist, zu improvisieren, wenn es einen Zwischenruf gibt oder wenn jemand einem eine Frage stellt, mit der man nicht gerechnet hat, das ist etwas, das man gut gebrauchen kann. Weil der Witz ist, das braucht man ja in sehr vielen Berufen. Also auch ein Spanischlehrer oder auch eine Rechtsanwältin kann, also wenn die improvisieren, mit der Stimme arbeiten und Texte schnell erfassen können, dann ist das für die auch besser. Also Theater spielen, das ist cool. Ist gut. Kann man gut machen. Kannst du immer noch machen. Mach ich vielleicht auch. Vielleicht fliegt ihr bald wieder aus dem Bundestag. Dann muss ich auch irgendwas machen. Dann könnte ich noch, genau. Na gut, dann bist du der Anwalt. Genau. Aber vielleicht macht das auch keinen Spaß mehr. Wie bist du denn an dieser privaten Elite-Uni, also Elite-Hochschule gelandet? Bozerius Law School. Ja, also Elite, weiß ich nicht, ob das sozusagen… Ronen Steinke war letztens hier, der war auch… Ja, stimmt, der war auch an der Uni, genau. Das war private Elite-Uni, ja. Ja, und wenn Ronen das sagt, dann… Ich könnte mir das nicht leisten. Ich konnte es mir auch nicht leisten. Ein Stipendium bekommen. Einen Kredit aufgenommen. Ach so. Genau. So wie die meisten, die da studieren. Aber du hättest aber Jura irgendwo anders studieren können, in Göttingen. Stimmt, genau. Ist auch schön. Kann ich auch nur empfehlen. Warum jetzt diese private Elite-Uni? Also, ich habe an der Bozerius Law School studiert, weil ich über die Hochschule gelesen hatte. Ich habe irgendwo, ich weiß nicht, es gibt so… Das liegt so… Das lag bei uns vor der Schulbibliothek. Da liegt so Zeitstudienführer. Zeitcampus. Ja, so heißt das, genau. Zeitcampus. Und es gibt es auch von der FAZ. Und es liegt da und wird den naiven Abiturienten untergejubelt. Und dann können die da mal lesen, was es so gibt. Und in irgendeinem dieser Hefte gab es einen Artikel über die Bozerius Law School in Hamburg. Die ist 2000 gegründet worden. Aus dem Stiftungskapital der Zeitstiftung. Gerd Bozerius war der Gründer der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg. Und hat sozusagen mit der Zeit Geld verdient. Also damals konnte man mit Zeitungen sehr viel Geld verdienen noch. Und dann war irgendwie Kohle übrig. Und die Zeitstiftung hat… Journalismus konnte man Geld verdienen. Ja. Und die Zeitstiftung hat im Jahr 2000 aus dem Stiftungskapital eine Hochschule für Jura gegründet. Und… Wir kennen die Geschichte. Hat Ronen schon erzählt. Gut. Ich hoffe, er hat die gleiche Geschichte erzählt. Ich hoffe, es kommt ungefähr so gleich hin. So. Und die haben einfach eine tolle Art irgendwie für sich zu werben. Und ich bin dann da hingefahren, habe mir das angeguckt, habe mir eine Vorlesung angeschaut. Ich habe mit Leuten gesprochen, die da schon studierten. Was hat das gekostet? Das hat insgesamt 40.000 Euro gekostet. Also es kostete damals 3.300 Euro pro Trimester. Also es sind nicht Semester, sondern Trimester. Und dann bist du bei ungefähr 10.000 im Jahr. Und dann bist du bei vier Jahren bist du bei ungefähr 40.000. Genau. Hast du alles schon abbezahlt wieder? Ja. Ja. Wegen Bundestag jetzt oder was? Ich habe das geschafft, das abzubezahlen. Mir ist auch klar, dass andere das nicht schaffen. Mir ist auch klar, dass Leute keinen Kredit aufnehmen wollen, um zu studieren oder um Studiengebühren zu bezahlen. Deswegen gibt es ja in Deutschland auch viele Hochschulen, an denen man ohne Studiengebühren bezahlen kann. Die meisten. Bist du generell gegen Studiengebühren? Nein, ich glaube, dass es gut wäre, wenn die Hochschulen selber entscheiden könnten, auch nachgelagerte Studiengebühren einzuführen. Aber du bist so für Bildung, Bildung, Bildung und Aufstiegschancen und so weiter. Genau, dafür ist die Qualität im deutschen Bildungssystem, aber wenn ich mir so an den Unis das angucke, mitunter nicht ganz so gut. Aber gerade Ärmere können sich ja Studiengebühren nicht leisten. Ja, und deswegen machen wir es so, dass die Kassiererin und der Handwerker mit ihren Steuern die freie Bildung für Leute, die Akademikerkinder sind, bezahlen. Das ist doch die Realität. Wir haben die Realität, dass Leute an die Uni kommen, da ist alles frei. Aber wir haben Bundesländer, in denen Leute die Kita-Gebühren nicht bezahlen können, weil sie zu hoch sind. Also ich finde, dass wir sehr viele Sachen gratis machen in Deutschland. Nach der Qualität wird irgendwie nicht gefragt und ich finde es gar nicht verkehrt, wenn man mal überlegt, ob nicht bestimmte Hochschulen auch in der Lage sein sollten, bestimmte Angebote mit Studienbeiträgen zu machen. Es gab ja mal das Modell, dass man da 500 Euro noch zusätzlich bezahlen musste. Dadurch sind viele Verbesserungen der Lehre erreicht worden, kleinere Gruppen gemacht worden, neue Räume, neue Geräte angeschafft worden. Das fand ich jetzt nicht schlimm. Aber die Tochter der Kassiererin kann sich vielleicht keine Studiengebühren leisten. Deswegen muss die Tochter der Kassiererin am besten schon einen kostenfreien Kita-Platz haben. Die muss gefördert werden gezielt in der gesamten Schulzeit. Die muss die Chance haben, natürlich zu studieren, auf jeden Fall. Das Problem in Deutschland ist, die smarte Tochter der Kassiererin hat weniger Chancen zu studieren als der dumme Sohn des Arztes. Das ist das Problem. Wir reden von Durchlässigkeit, aber die faktische Vorbereitung, die faktische Schiene, auf der du dich befindest, die führt dazu, dass der eine studiert und die andere eben nicht. Da würdest du helfen, generell die Gebühren, Kita-Gebühren, Studiengebühren abzuschaffen? Also mit den Kita-Gebühren können wir gerne anfangen. Kostenlose Bildungsmittel. Ja, können wir machen. Machen wir in Niedersachsen zum Beispiel, gibt es kostenlose Kita-Plätze. Da seid ihr nicht an der Macht. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir... Wir haben damals sogar das erste Kita-Jahr beitragsfrei gemacht. Also wir haben damit angefangen, als wir regiert haben, zwischen 2003 und 2013. Das finde ich auch sinnvoll. Da haben wir, glaube ich, nicht die FDP zustande. Ja, doch, doch. Also wir waren tatsächlich... Ja? Ja, es ist nämlich besser, Kitas weiteresfrei zu machen. Aber du bist für Studiengebühren und für Kita-Gebühren? Nein, ich bin dafür, dass... Hast du gerade gesagt. Ich bin tendenziell dafür, dass Leute, die aus einkommensschwächeren Haushalten kommen, keine Kita-Gebühren zahlen müssen. Ich finde aber, dass wir uns mal die Frage stellen können, ob es wirklich sein muss, ob es wirklich sein muss, dass irgendwie die Kinder von Leuten, die, weiß ich auch nicht, ja, so wie ich irgendwie 10.000 Euro im Monat verdienen als Bundestagsabgeordnete, dass die kostenlos zur Kita gehen. Ob das sozusagen... Wenn das der zielgenaue Sozialstaat ist, den wir wollen, dann bezweifle ich einfach, dass das so ist. Wir haben in der Corona-Krise und auch danach, was so Energiebeihilfen und so angeht, finde ich, viele Fehler gemacht, dass wir einfach allen alles gegeben haben, statt zu gucken, wo ist es wirklich erforderlich und wo wird es wirklich gebraucht. Und ich finde, dass wir viel mehr Stipendien brauchen für Leute aus einkommensschwächeren Verhältnissen. Wir haben über die Tochter der Kassiererin gesprochen beispielsweise. Aber irgendwie pauschal zu sagen, dass jeder Beitrag am Bildungssystem, der irgendwie auch von Leuten kommt, die dieses Bildungssystem durchlaufen, dass das irgendwie Teufelszeug ist, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Also ich glaube das nicht. Das ist ja in Deutschland in der Regel so. Also in Deutschland ist ja sehr viel kostenlos und trotzdem haben wir massive Unterschiede. Trotzdem haben wir massive Probleme, was die soziale Durchlässigkeit angeht. Also irgendwie, weiß ich nicht, ob das wirklich alles so daran liegt. Ich meine, man könnte das Bildungssystem ja auch unter anderem damit finanzieren, indem reichere Ärzte und so weiter einfach generell mehr Steuern zahlen. Aber das will ich jetzt nicht aufmachen. Wir können da gerne drüber sprechen. Tatsächlich ist es ja so, dass Deutschland... Ihr seid ja generell gegen Steuererhöhungen. Wir sind generell gegen Steuererhöhungen. Das ist so. Ja. Genau. Weil es ja generell in Deutschland schon relativ hohe Steuern gibt. Also bei Vermögen. Der Staat gibt sehr viel Geld aus für Sozialleistungen. Und der Staat gibt, wie ich finde, nicht genug aus für Bildung. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr ausgeben. Und man muss mal überlegen, ob das alles wirklich so zielgenau ist. Also ob das wirklich da landet, wo es hingehört. Du weißt aber auch, zur Wahrheit gehört, Deutschland ist ein Niedrigsteuerland, wenn es um Vermögensbesteuerung geht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Deutschland ein Land ist, in dem ganz viel Vermögen in Betrieben gebunden ist. Und wir können, finde ich, bin sehr dankbar dafür. Aber nicht alles. Nee, nicht alles, aber das ist sehr wesentlich. Es gibt sehr viele Vermögende, Privatvermögen in Deutschland. Die zahlen nichts, fast gar nichts. Außer wenn sie sterben. Nee, dann zahlt der Erb. Ja, die zahlen zum Beispiel auf ihre Zinseinkünfte Abgeltungssteuer. Ist niedriger, als wenn ich arbeiten gehe, ne? Das stimmt. Könnte man mal drüber nachdenken. Ist das gerecht? Nee, ist nicht gerecht. Müsste man, wenn man eine große Steuerreform macht, man drüber nachdenken, ob das eigentlich so sinnvoll ist. Wer ist ein Finanzminister? Der Grund, Christian Lindner von der FDP. Der Grund, warum das so ist. Sag mir das nochmal. Ja, also Christian Lindner ist sehr offen für neue Vorschläge. Wir haben jetzt neu, dass die FDP dafür ist, dass die Abgeltungssteuer oder Kapitalertragsteuer auf einem Niveau ist mit den Einkommenssteuern. Was war denn der Grund dafür, dass man die Abgeltungssteuer eingeführt hat? Der Grund war, dass die vorher zu einem gewissen Teil, also der war gar nicht so klein, der Teil, einfach vorbeigeflossen ist am Fiskus. Dass also der Staat nichts davon abbekommen hat. Deswegen hat man damals gesagt, 25% Abgeltungssteuer ist immer noch besser als Null. Ich finde aber, dass man durchaus darüber reden kann, können wir doch wieder einen Deal machen. Wir gehen bei der Unternehmensbesteuerung und bei der Einkommenssteuer runter. Ja, hattest du ja vorgeschlagen und dafür gehen wir rauf bei der Abgeltungssteuer. Ich bin jetzt hier nicht ein Koalitionspartner. Ich stelle nur fest, dass wir… Wenn du sagst, wir haben im internationalen Vergleich irgendwie zu wenig Besteuerung von Vermögen, ich höre mir das an, dass wir darüber reden, ob 25% vielleicht zu niedrig sind, können wir machen. Aber dann gehen wir bei der Unternehmensbesteuerung und bei der Einkommenssteuer massiv runter. Damit die Leute, die arbeiten und die Unternehmen, die Jobs schaffen in diesem Land, weniger Steuern zahlen. Aber Kapitalertragsteuer ist ja jetzt nicht Vermögenssteuer. Also Vermögensbesteuerung wäre Vermögensteuer, Erbschaftssteuer… Eine Substanzbesteuerung. Genau, eine Substanzbesteuerung. Also eine Substanz, die schon mal besteuert worden ist, du kennst das Argument, da nochmal sozusagen reingreifen. Ja, das finde ich schwierig. Das will ich nicht. So wie alle anderen Länder das auch machen. Naja, also Länder, die teilweise weniger Geld ausgeben für Sozialleistungen als wir. Die Frage ist ja, was wollen wir damit machen? Wo wollen wir hin mit dem Geld? Man kann ja unabhängig davon, was man mit dem Geld machen will, sagen… Nee, einfach nur aus Gerechtigkeitsgründen… Sorry, aber das Steuersystem dient ja der Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben. Ich muss wissen, wofür ich das Geld brauche. Steht das im Grundgesetz so drin, dass wir Steuern überheben können, um zu wissen, aber nur, wenn wir wissen, was wir damit machen? Also explizit steht das da nicht drin, aber… Oder weil wir vielleicht ein Sozialstaat sind? Ja, da steht drin, Deutschland ist ein Sozialstaat. Ja, da könnte man ja sagen, okay, dann muss man auch die Vermögen dann zur Kasse bitten. Ja, das steht im Grundgesetz. Im Grundgesetz steht ja zum Beispiel, dass das Eigentum geschützt wird. Und das Erbrecht. Das steht da ja auch drin. Ich glaube, Eigentum, da steht noch ein bisschen mehr dran zum Eigentum. Eigentum verpflichtet steht da drin. Genau. Artikel 14, ne? So ist es. Können wir gleich nochmal drüber reden. Gerne. Aber die Ausgangsfrage war, bin ich grundsätzlich gegen Studiengebühren? Nein, ich bin nicht grundsätzlich gegen Studiengebühren. Nur grundsätzlich dafür, habe ich jetzt verstanden. Nee, ich würde sagen, dass die Unis die Möglichkeit haben sollten, selber darüber zu bestimmen, selber darüber zu entscheiden. Und ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn es in Deutschland nur private Hochschulen gäbe, wie die, an der ich studiert habe. Ich will aber wirklich eine Lanze dafür brechen, dass die Leute, die da studieren, in der Regel einen Kredit aufnehmen oder den sogenannten umgekehrten Generationenvertrag machen. Da verpflichtest du dich, einen Teil deines Einkommens an die Uni zu bezahlen, wenn du anfängst zu arbeiten. Und das führt dazu, dass Leute sich auch das Studium leisten können, die es nicht einfach auf den Tisch legen können. Gut, zurück zu dir. 2017 bist du ein Anwalt geworden? So ist es. Staatsexamen, zweites durch. Alles im ersten Versuch? Ja. Also ich habe erstes Examen 2014 geschrieben. Welche Punkte? Im ersten Examen. Ja. Also insgesamt bin ich bei 10,01. Zweistellig ist immer gut. Genau, auch vor allen Dingen mit 0,1 ist irgendwie ganz witzig, dass das geklappt hat. Und im staatlichen bin ich bei 9,4, glaube ich. Genau, im ersten. Okay. Ja, auf jeden Fall. Mit dem ersten Examen bin ich total zufrieden. Im zweiten bin ich nicht ganz so zufrieden. Da habe ich schon so viel Politik gemacht, dass ich ein bisschen zu wenig gelernt habe. Und ich hatte dann, ich habe gerade kurz gezuckt, weil ich beim zweiten tatsächlich sehr intensiv überlegt habe, ob ich einen Verbesserungsversuch mache. Aber ich habe es dann irgendwie nicht geschafft einfach. Ich habe es dann einfach nicht gepackt, nochmal mich da anzumelden. Und dann war es irgendwie. Macht man das aus Ego-Gründen oder weil man irgendwie dann irgendwann Richter oder Staatsanwalt werden will? Den Verbesserungsversuch? Ja. Beides. Also man macht das, weil man richtig geackert hat, jahrelang, um irgendwie eine vernünftige Note zu bekommen. Und vielleicht erwischt man einen schlechten Termin, vielleicht gefallen einem die. Also das sind ja wirklich komplexe Klausuren. Und dann sitzt man da und schreibt das auf und hat irgendwie das Gefühl, okay, ich habe gar nicht zeigen können, was ich eigentlich kann. Und wenn man das Gefühl hat, dann sagt man vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in zwei Monaten nochmal reingehe, dann kriege ich vielleicht eine bessere Note. Und sicherlich spielt es auch eine Rolle, dass Leute sich irgendwie denken, ich möchte gerne Richter werden oder Staatsanwältin. Und je besser die Note, desto größer ist die Möglichkeit, sich was auszuwählen. Weil du bist ja jemals als Anwalt aktiv. Nicht so richtig. Also ich habe in einer Kanzlei in Hannover angefangen, nachdem ich, also ich habe zweites Examen, ich habe genau erstes Examen gemacht. Und man muss dann relativ lange warten, bis man die Noten bekommt. Und in der Zeit habe ich in einer Kanzlei in Hamburg gearbeitet und habe dort Kartellrecht gemacht. Ich war also nicht Anwalt, sondern ich war juristischer Mitarbeiter, nannte sich das. Also ich hatte quasi erstes Examen, habe es dann auch noch weiter gemacht, als ich erstes Examen hatte und habe Anwälten zugearbeitet juristisch. Also an Fällen mitgearbeitet, aber ohne, dass ich jetzt selber vor Gericht aufgetreten wäre oder so. Das durfte ich ja noch nicht. Das habe ich auch während des Referendariats, also dem praktischen Teil der Ausbildung, dann noch weiter gemacht. Und ich glaube insgesamt mit Unterbrechung anderthalb Jahre in dieser Kanzlei gearbeitet in Hamburg. Und habe da glaube ich auch zumindest einen ganz guten Einblick in diese anwaltliche Tätigkeit bekommen, ohne dass ich jetzt selber als Anwalt gearbeitet hätte. Dann habe ich Referendariat gemacht, zwei Jahre. Und nach dem Ende des Referendariats war das genau das Jahr, in dem die Bundestagswahl stattfand. Und ich war Bundesvorsitzender der Jugendliberalen, also der Jugendorganisation der FDP, die damals nicht im Bundestag vertreten war. Und ich hatte die Gelegenheit und war im Kontakt mit meiner sozusagen politischen Heimatregion, mit Südniedersachsen, wo ich auch immer FDP-Mitglied geblieben war. Und es gab die Möglichkeit in Göttingen für den Bundestag zu kandidieren. Und mein ursprünglicher Plan war, in Göttingen zu kandidieren. Parallel, also ich wusste nicht, ob es klappt, das weiß man natürlich nicht, das entscheiden ja die Wähler. Zu promovieren und als Anwalt in einer Kanzlei zu arbeiten. Und ich war auf der Suche nach einer Kanzlei, die mir das ermöglichen würde. Und dann habe ich einen Anwalt kennengelernt aus Göttingen. Und der hat gesagt, Mensch, du kannst aber mehr anfangen. Und wenn du in den Bundestag kommst, okay, dann arbeitest du halt nicht weiter hier. Sondern bist irgendwie in der Kanzlei angedockt, aber kommst halt nicht. Und wenn du nicht in den Bundestag kommst, dann machst du hier eine halbe Stelle und kannst in der restlichen Zeit promovieren. Und das war irgendwie ein gutes Angebot und dann habe ich das gemacht. Und habe in den Monaten vor der Bundestagswahl wieder im Grunde so gearbeitet, wie ich es nach dem ersten Examen getan hatte. Also Anwälten zugearbeitet. Aber bist du jetzt Teil einer Kanzlei? Ja. Also ich bin selbstständig als Anwalt, bin aber als selbstständiger Anwalt in einer Kanzlei angedockt. Das bedeutet, dass dort mein Büro ist. Also ich habe dort den Briefkasten, ich habe dort meinen Kanzleisitz sozusagen in einer Kanzlei. Was ist das für eine Kanzlei? Das ist die Kanzlei Herford aus Hannover. Und die machen vor allen Dingen die Beratung von mittelständischen Unternehmen aus Niedersachsen. Und zwar mit einem besonderen Fokus auf Nachfolge. Also es geht zum Beispiel darum, wenn kleine Betriebe aus Niedersachsen, wenn da der... Elbschaftssteuer vermeiden und so was? Naja, dafür sorgen, dass die Jobs erhalten bleiben zum Beispiel. Würde ich auch so sagen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Wir haben ja viele mittelständische Jobs in Niedersachsen, in ganz Deutschland. Und es ist gut, dass es Rechtsberatung gibt, die sich darum kümmert, dass die auch weiter bestehen. Auch in der nächsten und übernächsten Generation. Was machen die? Dann machen sie viel Auslandsgeschäft. Also auch wieder ein bestimmtes Profil von Unternehmen aus Niedersachsen, die eine Produktionsstätte im Ausland haben. Die Handel treiben mit anderen Staaten. Und darum kümmern die sich. Und ich habe einen ganz guten Einblick bekommen in der kurzen Zeit, in der ich da... Also Selbstbeschreibung von deiner Kanzlei ist, Herr von dem Partner ist dann als unabhängige Rechtsanwaltsgesellschaft auf nationales und internationales Wirtschaftsrecht spezialisiert, sowohl für mittelständische Unternehmen im Familienbesitz, als auch für nationale und internationale Industrieunternehmen und Konzerne. Passt doch. Also ihr vertretet Reiche und Konzerne. Reiche? Ja, klar. Also Anwälte vertreten, also wir brauchen ja Anwältinnen und Anwälte für ganz viele... Habt ihr Kassiererinnen als Mandanten oder was? Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, das weiß ich aus dem Kopf nicht. Ich habe den Mandantenstamm nicht im Kopf und selbst wenn ich ihn im Kopf hätte, dürfte ich es dir nicht sagen. Aber ich kann nur dafür werben, dass... Du bist auch immer noch als Anwalt geführt, oder? Genau, genau. Das muss ich sogar, weil ich eine Zulassung habe. Dann muss man auf der Homepage sein, auf dem Briefkasten und muss sozusagen dort sein. Es ist mir auch sehr wichtig, dass ich weiterhin als Anwalt dort geführt werde. Warum? Weil politische Mandate jederzeit vorbei sein können. Es kann jederzeit sein, dass man abgewählt wird. Aber dann kannst du doch nach deiner Zeit im Bundestag... Ja, aber das ist genau der Punkt, ich will ja nicht als Teil des politischen Systems mich sozusagen entkoppeln von der Welt da draußen, sondern ich will als Vertreter des Volkes, das bin ich ja, Artikel 38 des Grundgesetzes, will ich gerade im Bundestag tätig sein. Und deswegen ist es mir wichtig, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier grundsätzlich auch in der Lage sein können, parallel was zu machen. Du sagst ja, du bist Vertreter des Volkes. Genau. Man könnte ja auch kätzerisch sagen, du bist halt der Vertreter von mittelständischen Unternehmen im Familienbesitz und nationalen und internationalen Industrieunternehmen. Also wenn man... Weil du kennst ja deren Interessen. Das stimmt und wenn man über mich sagen würde, dass ich ein besonderes Verständnis und eine besondere Nähe zu mittelständischen Unternehmen im Familienbesitz habe, dann wäre das für mich eine Auszeichnung. Dann fände ich das großartig. Besondere Nähe zu Konzernen und internationalen Industrieunternehmen? Na, bei Konzernen und internationalen Industrieunternehmen würde ich sagen, die sind tendenziell stark genug, um ihre politischen Interessen sehr stark auch selber zu vertreten. Aber es gibt gerade viel kleinere Betriebe, familiengeführte Betriebe, in denen wahnsinnig viel gearbeitet wird und die manchmal das Gefühl haben, dass die Politik sich ausschließlich an großen Unternehmen orientiert. Ich glaube, das sind eben kleine Unternehmen, die ihr vertritt. Naja, da würde ich mich mal nicht wundern. Mittelständische Unternehmen sind jetzt nicht so klein, ne? Ja, ach, das ist ja ein Mittelstand, das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes ein dehnbarer Begriff, der geht von sehr klein bis relativ groß. Aber dahinter steht ja eine andere Frage. Dahinter steht die Frage, auf die du wahrscheinlich hinaus willst, ob ich grundsätzlich es gut finde, dass es Nebentätigkeiten im Deutschen Bundestag gibt. Oder ob Nebentätigkeiten, wenn sie für ein Privatunternehmen sind oder wenn sie sogar für eine Kanzlei sind, einen Politiker irgendwie korrumpieren. Und ich glaube nicht, dass das so ist, weil ich, also ich mache ganz oft die Erfahrung, dass... Ist das keine Überraschung, dass du nicht das denkst? Nee, sonst würde ich es dir nicht machen. Das wäre so wie, ich bin schwul und mit einer Frau verheiratet sozusagen. Ich lehne Nebentätigkeiten ab, außer meiner eigenen in einer Kanzlei in Hannover. Das wäre Quatsch. Du kannst sagen, ich arbeite doch gar nicht. Also wenn du auf meine Einkünfte guckst, die sind ja transparent auf bundestag.de, dann wirst du tatsächlich sehen, dass meine Einkünfte bei null Euro pro Jahr liegen. Das heißt, ich arbeite da tatsächlich nicht. Also ich habe tatsächlich keinerlei, bekomme tatsächlich kein Geld von meiner Kanzlei und auch nicht von Mandanten. Ich bin aber in dieser Kanzlei geführt. Die müssen irgendwas davon haben. Das, ja, also wir führen interessante Gespräche, ja. Und das ist auch gut so. Du bist deren politischer Arm im Bundestag vielleicht. Ich bin auf jeden Fall dankbar für Einblicke aus der Praxis, weil ich glaube, das haben wir in unserer Politik nicht zu viel, sondern zu wenig. Du hast keine Mandate? Ich habe keine Mandate. Und für den es außer deinem Bundestag ist nichts dazu? Sehr gute Frage. Ich habe jüngst zum ersten Mal im ersten Staatsexamen geprüft, also im ersten juristischen Staatsexamen. Und da bekommt man 130 Euro, wenn man einen Tag lang prüft. Und das ist meine erste Nebentätigkeitseinkunft, die ich angeben muss. Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, vielleicht spende ich es auch. Ich finde es ja lobenswert, dass du jetzt keine anderen Mandate hast. Es gibt ja andere Abgeordnete im Bundestag, also aus deiner Partei. Ja. Also Wolfgang Kubicki zum Beispiel, der hat ja bei mir immer so gemeint, quasi Abgeordnete ist so meine Nebentätigkeit. Ja, also Wolfgang Kubicki kokettiert auch immer so ein bisschen damit. Ich glaube, mittlerweile ist er Vizepräsident des Bundestages, hat sehr viel zu tun in dem Job tatsächlich. Hat trotzdem noch Mandate. Hat trotzdem Mandate und das ist auch gut so. Und ich muss auch, um es sozusagen mal so ein bisschen provokant zu sagen, ich will das gar nicht ausschließen, dass ich, wenn ich vielleicht irgendwie mal dazu komme, auch mal Mandate übernehme als Anwalt. Also ich habe überhaupt kein Problem damit und wir haben in der Bundestagsfraktion und in anderen Fraktionen auch Leute, die in ihrem Betrieb weiter tätig sind. Wir haben Leute, die sind Anwälte. Wir haben Leute, die sind Steuerberater. Ich finde das großartig, dass nicht nur Beamte oder Leute, die halt einen bestimmten Lebenslauf haben, im Bundestag vertreten sind, sondern dass auch Menschen im Bundestag vertreten sind, die aus der realen Wirtschaft irgendwie kommen. Ja, und ich meine, also ich habe ja offensichtlich nicht viel gemacht in dem Bereich. Also wenn selbst bei mir sozusagen der Verdacht nahe liegt, dass ich die vertrete, dass ich die sozusagen Interessen einzelner Unternehmen vertrete, dann finde ich das wirklich übertrieben. Na, dafür, dass du nichts von dem bekommst, führen die dich in ihrer Kanzlei. Ja, das ist normal, dass man, wenn man als Anwalt tätig ist, zeigt, dass man als Anwalt tätig ist. Das ist normal. Also es ist sozusagen, man hat eine Anwaltszulassung, dann muss das sein. Bei so einer Elite-Kanzlei ist es halt nochmal besonders interessant. Ab wann ist man denn Elite-Kanzlei? Ja, ich habe gehört, die Straße in Hannover, wo sie da ansässig sind, das ist so die teuerste in Hannover. Also das muss schon, da muss man schon sehr viel und sehr gut verdienen als Kanzlei. Ja, das sind gute Anwälte. Das würde ich jetzt auch sagen. Gute Anwälte braucht man auch und zwar in jeder erdenklichen Konstellation. Wenn sich ein Bürgergeldempfänger gegen seinen Beitragsbescheid wehrt, wenn jemand zu Recht oder zu Unrecht des Mordes beschuldigt wird, wenn jemand ein Unternehmen verkaufen, kaufen möchte, wenn jemand gekündigt wird als Arbeitnehmer. In all diesen Konstellationen brauchen es Anwälte. Und es gibt immer, ich erzähle gleich eine Geschichte dazu, es gibt immer Leute, die sagen, der Anwalt oder die Anwältin ist irgendwie anrührig, weil er die Interessen vertritt. Ich habe gerade gestern eine Mail bekommen, wo sich beschwert wurde über einen Rechtsanwalt, der Mitglied der FDP ist und der Mitglieder der letzten Generation verteidigt vor Gerichten. Also das ist ein Strafverteidiger und der verteidigt sozusagen Leute, die sich auf der Straße festkleben und dann kriegen die irgendwie so ein Strafverfahren wegen Nötigung. Skandalös. Und dann gab es jemanden, der gesagt hat, der kann doch nicht Mitglied der FDP, einer Rechtsstaatspartei sein. Und diese Terroristen, ja, so sagte er, also das war ich, ich mache mir diesen Begriff jetzt nicht zu eigen, sondern ich stelle da, was mir geschrieben wurde. Du hast andere Begriffe. Genau. Die verteidigt er. Und ich würde mich immer auf die Seite dieses Anwalts stellen und würde sagen, hä, der ist Rechtsanwalt, der verteidigt Leute, die irgendwie in einem Rechtsstaat eine Rechtsberatung suchen oder die auf der Suche sind nach einem Rechtsrat und das brauchen wir. Und das brauchen große Unternehmen, es braucht kleine Unternehmen, es brauchen Einzelpersonen, es braucht der Staat auch mal. Und deswegen ist es nicht dabei, als Anwalt tätig zu sein. Und ich erlebe oft, dass Leute sagen, die Politik ist so abgehoben, die Politik hat mit der realen Wirklichkeit nichts zu tun. Die haben alle noch nie gearbeitet, ja. Und wenn man dann irgendwie einen Bezug hat zu dem, was man vorher gemacht hat, dann ist es irgendwie auch wieder nicht okay. Und das finde ich irgendwie komisch. Ich habe ja nicht problematisiert, dass du als Anwalt an sich tätig bist, sondern für welche Kanzlei. Das ist ja ganz interessant. Du bist jetzt ja nicht für eine Oma-Erner-Kanzlei. Wer entscheidet denn, ob die Kanzlei okay ist oder nicht? Also wer ist sozusagen... Ich habe noch nicht mal über das Okay geredet, sondern einfach nur festgestellt, was die Kanzlei über sich selbst sagt und wen ihr vertritt. Ja, mittelständische, familiengeführte Unternehmen aus Niedersachsen. Ja, und was ist ein Konzern? Ein Konzern ist einfach ein Zusammenhang verschiedener Gesellschaften. Also verschiedene Unternehmen oder verschiedene GmbHs, die zum Beispiel, die halt einfach zusammenhängen. Das ist ein Konzern, ja. Der VW-Konzern, ja. Den vertritt ihr auch? Also wenn das so wäre, dürfte ich es jedenfalls nicht sagen. Kommen wir mal zu dir und deiner FDP. Warum bist du jetzt in die FDP gegangen? Warum ist das deine Partei? Das ist meine Partei, weil persönliche, private Freiheit und wirtschaftliche Freiheit zusammengehören. Weil es einen riesen Unterschied macht im Vergleich zu totalitären, autoritären Systemen, die es auf der Welt gibt, wenn der Staat selber sich auch an Regeln halten muss, die in der Verfassung geregelt sind, die in unseren Grundsätzen geregelt sind. Und wir können überall auf der Welt beobachten, dass die Freiheit ja im Grunde zwei Spielarten hat. Und das war in Deutschland im politischen Liberalismus ja über viele Jahre auch so. In der Weimarer Republik gab es zwei liberale Parteien. Es gab eine liberale Partei, die war eher linksliberal und eine Partei, die war eher rechtsliberal oder wirtschaftsliberal. Und diese Liberalen, die hatten sich dann immer in der Wolle in der Weimarer Republik, die haben sich in verschiedenen Ländern auch in der Wolle. Aber wenn man sich anschaut, wie sehr diese Freiheitsdimensionen doch miteinander zusammenhängen, dann ist die FDP einfach die Antwort auf ganz viele Fragen, die sich an aktuelle Diskussionen über die Freiheit stellen. Zum Beispiel, wir haben glücklicherweise in vielen Ländern auf der Welt mittlerweile eine entstehende Mittelschicht, also Brasilien zum Beispiel oder in der Türkei oder im Iran gibt es irgendwie Leute, die haben es geschafft. Teilweise, weil der Staat Sozialpolitik gemacht hat, teilweise, weil sie selber irgendwie vorangekommen sind, teilweise irgendwie eine Mischung aus beiden. Du bist jetzt in Brasilien, obwohl ich nach der FDP gefragt habe. Ja, weil mir die Freiheitsgeschichte wichtig ist, weil mir die Sichtweise auf die Freiheitssicht ist. Lass uns das erstmal klären. Und wenn es den Menschen wirtschaftlich irgendwann gut geht, wenn die irgendwann vorankommen und sich darüber Gedanken machen, was kann ich der Welt und meinen Kindern hinterlassen, dann fordern sie für sich auch politische Rechte ein. Und deswegen gehört wirtschaftliche Freiheit und gesellschaftliche Freiheit zusammen und das verkörpert für mich die FDP und zwar auch in Deutschland. Definiere mal Freiheit. Freiheit ist die Möglichkeit, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Also etwas zu tun, was ich gerne machen möchte, weil ich selber es für sinnvoll halte und weil ich es nicht machen möchte, weil jemand anders mich dazu zwingt oder weil ich mich durch die äußeren Umstände dazu genötigt fühle. Also die Möglichkeit, selber über Dinge zu entscheiden und zu bestimmen. Kann man das? Generell? Oder ist das Leben an sich nicht generell durch Zwänge und andere Menschen? Ja, natürlich. Na klar. Also wir sind ja alle... Eingeschränkt. Ja, das ist so. Also alle Menschen werden in eine bestimmte Umgebung geboren, entwickeln sich unter den Umständen, aus denen sie irgendwie hervorkommen und entwickeln sich dann so weiter, wie sie halt so sind. Und deswegen gibt es auch bestimmte Zwänge, denen man unterliegt, aber trotzdem ist es wichtig zu reflektieren, was das für Zwänge sind und irgendwie klar zu kriegen, dass man trotzdem bestimmte Entscheidungen treffen kann und sich vielleicht auch gegen diese Zwänge entscheiden kann oder sich weiterentwickeln kann oder einfach das Beste aus den sozusagen Talenten oder den Punkten, die man so hat, zu machen. Ich habe geguckt hier, Wörterbuch sagt, Freiheit ist der Zustand, bei dem jemand von allen Zwängen und Pflichten frei ist. Von allen Zwängen und Pflichten? Ja, das wäre natürlich großartig. In einem Land, in einem Staat? Wenn man den Begriff Freiheit möglichst unbefangen definieren möchte, dann wäre das sozusagen eine Definition... Bist du gegen Pflichten? Bin ich per se gegen Pflichten. Für welche Pflichten bist du denn? Also als Staatsbürger? Zum Beispiel für die Schulpflicht. Welche noch? Ich bin zum Beispiel für die Pflicht, Steuern zu zahlen. Steuerpflicht? Ich bin... Was gibt es noch? Ich bin gegen... Es gibt Länder, in denen gibt es eine Wahlpflicht. Wehrpflicht haben wir auch. Wehrpflicht haben wir ausgesetzt. Würde ich mal in Klammern setzen. Genau. Schulpflicht und Steuerpflicht. Schulpflicht, Steuerpflicht. Was gibt es noch? Auch die Pflicht, bestimmte Strafnormen einzuhalten. Also Leute nicht zu erschießen oder zu bestehlen oder sowas. Gott sei Dank. Also sozusagen so grundsätzliche Verhaltenspflichten, die brauchen wir auch, würde ich sagen. Dass die Leute sich nicht völlig die Rübe einhauen gegenseitig. Willst du Pflichten, die andere wollen, die du ablehnst? Ja, ich glaube, dass wir nicht in dem Zustand sind, in dem wir eine Wehrpflicht brauchen. Also es gibt eine Debatte über eine Dienstpflicht, es gibt eine Debatte über eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich glaube, dass wir nicht die Lage haben, in der die Bundeswehr unbedingt darauf angewiesen ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Situation sich in Europa weiter zuspitzt und man irgendwie darüber diskutieren muss. Aber momentan brauchen wir eher eine gut ausgestattete Bundeswehr, die irgendwie in der Lage ist, mitzuhalten. Und wenn die Bundeswehr selber sagt, wir könnten die Wehrpflicht gar nicht organisieren, weil wir gerade so sehr mit der Modernisierung unserer Streitkräfte beschäftigt sind, dann ist für mich eher bei der Wehrpflicht, würde ich eher nicht machen momentan. So allgemeine Dienstpflicht sehe ich ähnlich. Die überlappt sich ja so ein bisschen mit der Wehrpflicht. Ich glaube, man muss so Sachen wie Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst so attraktiv machen und so viel besser bezahlen, dass das einfach mehr Leute machen, würde ich sagen. Noch irgendwelche anderen Pflichten? Muss ich im Moment drüber nachdenken. Also fällt mir bestimmt was ein. Vielleicht unser Publikum, hört ja gerade zu, vielleicht fällt dir noch irgendwelche Pflichten ein, die ganz interessant sind, zu denen du euch äußern kannst. Hans bringt sie dann am Ende mit. Ja, sehr gerne. Also es gibt so ein bisschen, was es mitunter gibt, ist so eine Diskussion über eine Pflicht, die deutsche Sprache zu verwenden. Also konservative Politikerinnen und Politiker fordern gerne sowas wie eine Deutschpflicht auf Schulhöfen oder problematisieren, dass Kinder zu Hause kein Deutsch sprechen oder so. Und ich würde als Liberaler immer sagen, dass es den Staat gar nichts angeht, was Familien in ihren vier Wänden für Sprachen sprechen. Also das finde ich problematisch, solange der Staat beispielsweise über die Schulpflicht dafür sorgt, dass Kinder dann auch die deutsche Sprache lernen. Aber was Menschen sozusagen in ihren vier Wänden für Sprachen sprechen, finde ich schwierig. Also da finde ich manches mitunter abenteuerlich, was so gefördert wird. Mir fällt gerade auf, dass du Steuerpflicht gesagt hast, weil bei den Vermögen dann bist du ja nicht dafür. Ja, die zahlen ja. Wir haben ja zum Beispiel die... Jetzt sag nicht irgendwas Einkommen. Nee, aber wir haben ja die... Natürlich, wir haben über die Abgeltungssteuer schon gesprochen. Das ist einkommend. Stimmt, aus Kapitalerträgen. Ich kann ja vermögend sein, Milliardär sein und irgendwie kein Einkommen generieren. Dann habe ich Glück. Aber was ist das für eine... Also worauf willst du hinaus? Dass meine Pflichtdefinition nicht kohärent ist? Nee, dass du für die Vermögende nicht steuerpflichtig... Genauso wie ich für die 30-Jährigen nicht für eine Schulpflicht bin. Ja, aber Vermögende hältst du da raus? Alle diese Pflichten bedürfen einer Ausgestaltung. Ich kann nicht alle Menschen schulpflichtig machen. Nein, Steuer... Also Vermögende... Ja, gut, bis gegen Vermögensteuer, Erbschaftssteuer macht dir nichts. Es gibt doch eine Erbschaftssteuer. Ja, aber die ist ja laut Verfassungsgericht auch sehr, sehr verbesserungsbedürftig und die ist viel zu niedrig. Aber das sagt aber nicht das Verfassungsgericht, dass sie zu niedrig ist. Das muss die Politik ausgestalten. Das sagen andere Parteien. Ich glaube, die FDP ist generell so am liebsten gegen Erbschaftssteuer. Christian Lindner hat bei mir letzte Woche gesagt, dass es gar keine Erbschaftssteuer gibt. Hat er sich, glaube ich, geirrt. Aber du bist also gegen eine Steuerpflicht für Vermögen, ne? Nee, wenn die einkaufen gehen, müssen sie ja Mehrwertsteuer bezahlen. Also was ist der Punkt? Das ist Konsum. Du vermickst das jetzt. Aber auch Vermögen an sich? Ich bin gegen Substanzsteuern. Ich bin gegen Substanzsteuern, ja. Okay. Ich finde Substanzsteuern äußerst problematisch, weil dort Kapital besteuert wird, was schon mal besteuert worden ist, weil wir dazu beitragen, dass Leute dieses Land verlassen, die hier vielleicht noch was investieren können. Da sind aber hier dabei, die nichts investieren, keine Frage. Ja, das Argument ist nicht allumfassend. Aber ich sehe nicht den Punkt bei der Entwicklung der Steuereinnahmen, die wir haben, bei der Entwicklung der staatlichen Aufgaben, bei den Ausgaben, die wir haben, dass wir irgendwie jetzt uns eine neue Steuer ausdenken müssen. Sehe ich einfach nicht. Die Vermögenssteuer muss man sich nicht ausdenken, muss man nur wieder reaktivieren. Die ist ja da. Und das wäre verfassungsgemäß. Ja, klar. Schauen wir mal, kommt auf die Ausgestaltung an. Genau. Genau. Gibt noch den schönen Satz zum Thema Freiheit, damit wir das abschließen können, ob du dem zustimmst. Ja. Das ist immer das allererste beim Thema Freiheit, wenn du so auf Wikipedia guckst. Zitat ist, Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Das ist doch, ist das nicht Rosa Luxemburg? Weiß ich nicht, stimmt zu dem Satz? Ja, auf jeden Fall. Freiheit muss wehtun. Freiheit muss unbequem sein. Also eine Freiheit, die nur denjenigen nutzt, die aufgrund der ökonomischen Umstände oder aufgrund einer guten Rechtsberatung oder einer Situation, in der sie geboren sind, Freiheit gibt. Es ist auch Freiheit, aber es ist nicht genug Freiheit. Freiheit hat auch eine quantitative Komponente. Karl Hermann Flach, der erste Generalsekretär der FDP, hat gesagt, mehr Freiheit für mehr Menschen. Darum muss es gehen. Also nicht wenig Freiheit für ein Paar, sondern mehr Freiheit für mehr Menschen. Wir wollen sozusagen auch mehr Menschen erreichen mit der Freiheitsdimension. Freiheit haben wir jetzt geklärt. Hast du gesagt, ist es möglich eine Sache, um seinen Selbstwillen zu tun? Um ihre Selbstwillen zu tun, genau. Um ihre Selbstwillen zu tun? Also wegen der Sache. Ich will eine bestimmte Sache tun. Ich will sie nicht tun. Ich will mich dafür nicht rechtfertigen. Ich will mich dafür nicht entschuldigen müssen. Ich will das tun. Ich will jetzt Theaterwissenschaft studieren statt Jura. Und ich tue das einfach, obwohl ich vielleicht irgendwie mir das vor einem Jahr noch anders gedacht habe. Oder obwohl meine Eltern sagen, mach doch lieber Jura. Oder obwohl meine FDP-Kumpels sagen, was willst du mit Theaterwissenschaft? Einfach eine Sache tun, weil man sie tun will. Und vielleicht kann ich mir es nicht leisten und ich kann es trotzdem tun. Das ist Freiheit. Dann hast du liberal benutzt. Ja. Was bedeutet für dich liberal? Also ich habe keinen sozusagen Latein, es ist Latein, glaube ich, in der Schule gehabt. Aber ich glaube, dass aus dem Spanischen zu wissen und aus dem Französischen, dass das ein Begriff ist, der mit dem Wort frei und Freiheit zu tun hat. Also im Grunde ist liberal, Liberalismus erstmal nur die Übersetzung einer politischen Idee, einer politischen Ideologie, die sich an Freiheit orientiert. Und dementsprechend ist der politische Liberalismus, ist der Liberalismus eine Philosophie, die sich dafür einsetzt, dass Menschen die größtmögliche Freiheit haben. Und er kommt aus einer Zeit, nämlich aus dem 19. Jahrhundert, in der es in Europa und in Deutschland noch sehr viele Fürsten gab, die über eine Legitimation von Gott verfügten und überhaupt gar keine Legitimation durch das Volk hatten. Und die konnten einfach über andere Menschen entscheiden, die dann eben nicht frei waren. Die konnten keine Zeitungen gründen, die konnten keine Versammlungen machen, die konnten keine Gewerkschaften gründen. Und damals gab es eben Menschen, die gesagt haben, das ist nicht in Ordnung, wenn wir in diesem Land leben müssen oder in diesem Land leben. Dann wollen wir auch mitentscheiden, welchen Regeln wir uns unterwerfen und im Rahmen dieser Regeln möglichst viel Freiheit haben. Und so ist der politische Liberalismus entstanden und den gibt es in vielen verschiedenen Ländern. In manchen Ländern hat er auch eine unterschiedliche Bedeutungsdimension, aber in Deutschland ist er eben eine alte politische Philosophie, die das staatliche Handeln an der Freiheit des Einzelnen ausrichten will. Und zwar sowohl ökonomisch als auch gesellschaftlich. Und es gab immer mal wieder Trennungen, es gab immer mal wieder eher linksliberale Parteien, eher rechtsliberale Parteien in anderen europäischen Ländern, ist das auch so. Und in der FDP kommen eben alle Liberalen zusammen und versuchen gemeinsam Politik zu machen und so das Beste für unser Land zu erreichen. Ich will mal eins am anderen jetzt, also Liberalismus, sagst du, orientiert sich an der Freiheit des Einzelnen, also die Ausrichtung. Was ist mit der Freiheit der Gesellschaft oder des Kollektivs? Gibt es das? Gibt es das? Ja, also es gibt liberale Demokratien, deren besonderes Charakteristikum in der Verbindung aus Demokratie, Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und man kann sich darüber streiten, ich würde sagen, ja, auch Marktwirtschaft liegt. Und das sind liberale Gesellschaften. Und man kann schon das Freiheitsmaß in einer Gesellschaft irgendwie bewerten. Also wenn ich eine Gesellschaft habe, in der ich massive Menschenrechtsverletzungen habe, an Einzelnen, die müssen ja an Einzelnen sein, weil sozusagen einzelne Menschen Menschenrechtsverletzungen erdulden, in der ich keine unabhängigen Gerichte habe, in der ich keine freien Wahlen habe oder Korruption dazu führt, dass Leute irgendwie gewählt werden, die sich nur die Taschen voll machen, statt dem Gemeinwohl zu dienen oder was weiß ich, ja. Und dann habe ich noch irgendwie so eine Günstlingswirtschaft, in der der Staat vielleicht einzelne Unternehmen was zuschustert. Dann habe ich Probleme bei Marktwirtschaft, Probleme bei Rechtsstaatlichkeit und Probleme bei Demokratie. Dann würde ich einen Strich drunter machen und sagen, das ist eine relativ unfreie Gesellschaft. Das kann man tun. Also man kann, es gibt auch liberale Gesellschaften und es gibt auch illiberale Gesellschaften, würde ich sagen. Und die liberale Demokratie ist immer die Demokratie, in der der Staat selber Regeln unterworfen ist. Also der Staat nicht einfach alles machen kann, um in die Rechte der Bürger einzugreifen, sondern er selber an bestimmte Limits gebunden ist. Und deswegen kann man schon sagen, gibt es auch so etwas wie kollektive Freiheit, ja. Aber die speist sich aus der Freiheit des Einzelnen. Und das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, weil zum Beispiel Russland überfällt gerade die Ukraine, da wird die Freiheit einer ganzen Gesellschaft, einer Nation bedroht. Genau. Und jetzt nicht nach deiner Logik einfach nur von Millionen, also die Freiheit von Millionen einzelnen Ukrainern. Also doch, man könnte schon sagen, dass die Freiheit dieses Landes, ja klar, die Freiheit der Ukraine ist sozusagen unter Angriff von Russland. Ja, doch, auf jeden Fall. Aber interessanterweise muss man ja sagen, ist das Maß an Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechtsverletzungen, Demokratie und sozusagen, ich sag mal, so oligarchischer Korruptionsanfälligkeit in Russland ja sozusagen anders als in der Ukraine. Also viel dramatischer und viel schlimmer als in der Ukraine. Das heißt, die Parameter, die ich aufgestellt habe über die Freiheit einer Gesellschaft, die sind sozusagen, ja, also es gibt übrigens oft den Fall, dass ein autokratisches Land, dass eine illiberale Demokratie, eine liberale Demokratie angreift. Also zwei liberale Demokratien beginnen üblicherweise keinen Krieg miteinander. Aber liberale Demokratien greifen andere Länder an, das gibt es auch. Das mag vorkommen, aber zwei liberale Demokratien greifen einander nicht an. Und das Schöne an einer Situation, in der eine liberale Demokratie ein anderes Land angreift, also ich nehme an, du meinst die USA, die beispielsweise den Irak angreifen, ist, dass ich mich in dieser liberalen Demokratie auf den Marktplatz stellen kann und sagen kann, ich finde das Mist. Ich möchte nicht, dass mein Land dieses andere Land angreift. Ich möchte das aufarbeiten. Ich möchte, dass es da einen Untersuchungsausschuss gibt. Ich möchte, dass Journalisten in der Lage sind, Foltervorwürfe und was es auch immer gibt, aufzudecken und darüber zu diskutieren. Das ist die Stärke liberaler Demokratien. Und ja, insofern gibt es auch eine kollektive Dimension, würde ich sagen. Zurück zu dir. Du hast bei deiner Rede, wo du Landesvorsitzender in deiner Partei wurdest im März, gesagt den Satz, der einzelne Mensch zählt, seine Träume, seine Ideen und seine Talente. Dafür stehen die Freien Demokraten. Ist das liberal? Ja. Ja. Der einzelne Mensch zählt, das ist liberal. Ja. Also wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht? Nein. Die Perspektive und die Lebenssituation und das, was der Einzelne erreichen möchte, das ist der Maßstab politischen Handelns. Nicht, dass sozusagen jeder an sich selber denkt. Das würde ja bedeuten, dass wir keinen Sozialstaat brauchen oder dass wir keinen Staat brauchen. Das ist nicht die Haltung der Liberalen. Und könnte man ja manchen Liberalen in Deutschland unterstellen. Echt? Wem? Es gibt ja kaum eine Partei, die so... Gibt ja Libertäre. Also würdest du leugnen, dass es Libertäre bei euch gibt? Ja, kann sein. Das ist eine Handvoll. Ich weiß manchmal gar nicht so genau, was das eigentlich ist, Libertäre. Aber kann sein, dass ich davon schon mal eine Handvoll gesehen habe. Fest steht aber, dass die FDP zu den Parteien gehört, die dieses Land so lange regiert haben, wie kaum eine andere Partei. Ich glaube, die CDU hat uns mittlerweile, die CDU, CSU hat uns mittlerweile überholt durch die größten Koalitionen, die wir jetzt gehabt haben. Aber ich glaube, bis vor zehn Jahren war die FDP die Partei, die Deutschland am längsten regiert hat. Und wenn ich mir die Entwicklung unserer Staatsverschuldung, wenn ich mir die Entwicklung unseres Sozialstaats, wenn ich mir die Entwicklung auch vieler Aspekte, die man gut oder schlecht finden kann, die einfach zum Wesen dieser Bundesrepublik gehören, anschaue, dann komme ich zu dem Ergebnis, dass die FDP offenkundig den Sozialstaat nicht abschaffen will. Und offenkundig... Haben wir Glück gehabt. Ja, weil du unterstellst sozusagen, weil ich gesagt habe, der Einzelne mit seinen Träumen zählt und daran will ich mich ausrichten, dass ich damit meinen würde, wenn jeder an sich selbst denkt, ist auch an alle gedacht... Ich stelle nur Verständnisfragen, damit wir dich gut verstehen. Ja, ja, ich weiß. Und ich versuche zu erklären, was ich meine. Und ich kenne natürlich diesen Satz, das ist ja sozusagen eine Karikatur von FDP. Also wenn sozusagen versucht wird zu unterstellen, jetzt gar nicht von dir, aber ich habe das schon mal gehört, kann sein, dass ich schon mal gelesen habe, die FDP sei eine Partei, die sich nicht für Sozialpolitik interessiere oder eine Partei, die sich nicht für den sozialen Aufstieg Einzelner engagieren würde, was ich nicht so sehe. Eine Partei der Reichen und der Egoisten. Dann würde man... Der Männer. Zum Beispiel beide, also letzteres haben wir ja schon problematisiert. Ich würde sagen, dass wir mehr männliche Wähler und mehr männliche Mitglieder haben als Frauen, stimmt. Aber dass wir eine Partei der, was auch immer das heißt, Reichen oder eine Partei der Egoisten wären, das muss ich wirklich zurückweisen. Also da würde ich auch nicht sagen, naja, stimmt, habe schon ganz viele Egoisten gesehen und so, so wie bei den Männern, nee, also wir sind keine Partei der Reichen, wir sind auch keine Partei der Egoisten, sondern wir sind eine Partei des politischen Liberalismus. Und als solche glauben wir oder glaube ich auch, dass der einzelne Mensch mit seinen Träumen wesentlich mehr erreichen kann, als man das manchmal so denkt. Und es auch die Aufgabe von Politik ist, einzelnen Menschen Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass Dinge möglich sind, dass Dinge drin sind. Und das auch, weiß ich nicht, dass man sich nicht in einer Sackgasse befindet als Mensch, sondern wahnsinnig viel erreichen kann. Und der Staat eine Verantwortung dafür hat, das möglich zu machen. Eine Frage zum Wohle dieses Interviews. Musst du fest um 16 Uhr weg oder hast du ein bisschen Spielraum? Weil wir sind schon anderthalb Stunden drin, das ist super spannend. Also ich muss um 17 Uhr gleich zum Sport. Also haben wir ein bisschen Spielraum? Ja, aber nicht mehr als eine Viertelstunde. Also ich muss so, es wäre super, wenn wir um Viertel nach vier durch sind, kriegen wir hin. Wie mir ist gerade eingefallen, weißt du, was im Bundestag oben steht, also im Reichstag? Dem deutschen Volke. Also dem deutschen Volke. Zum Wohle des deutschen Volkes. Also auf der Außenfassade steht, dem deutschen Volke. Dem deutschen Volke. Genau. Und der FDP-Slogan wäre eigentlich dem einzelnen Menschen. Also, wenn man heute den Reichstag neu bauen würde, dann könnte man mal darüber diskutieren. Aber ich kann auch mit dem deutschen Volke gut leben. Aber das ist ein Unterschied. Das eine ist ein Kollektiv, das eine ist eine Gesellschaft. Ja, aber es läuft doch, wenn man eine gemeinwohlorientierte Entscheidung treffen will, und das tun wir als Politik, dann läuft das darauf selber hinaus. Wie gesagt, für gemeinwohlorient. Ja, natürlich. Ja, klar. Deswegen mache ich ja Politik. Ich mache ja Politik nicht für mich oder für einzelne Leute, sondern ich mache Politik für das Gemeinwohl. Karl Hammann-Flach, mehr Freiheit für mehr Menschen. Ich bin dafür, dass mehr Menschen in der Gesellschaft mehr Entscheidungsspielräume, mehr Entfaltungsmöglichkeiten, mehr Gelegenheiten haben, ihre Träume zu verwirklichen. Und ich weiß auch nicht, warum das so komisch ist. Wir haben irgendwie gerade das BAföG erhöht. Wir haben gerade die Minijob-Grenze erhöht. Wir haben die gekoppelt an den gesetzlichen Mindestlohn, damit die Minijob-Grenze immer dann steigt, wenn der Mindestlohn steigt. Wir setzen uns gerade dafür ein, dass Leute, die auch nicht in Aktien investieren können, mit dem Generationenkapital am Kapitalmarkt partizipieren können. Also das, was wir so täglich machen in der Politik, ist gemeinwohlorientiert, klar. Also sonst wäre ich da falsch. Aber es wäre ein lustig, Reichstag dem einzelnen Menschen. Aber es ist doch die Frage, also das eine ist die Frage, was ist sozusagen das Motto oder was will der Architekt dem Bundestagsabgeordneten oder der Politikerin mitgeben, die dann in dieses Gebäude marschieren. Ja, so und dann sagt er dem deutschen Volke, so als Programmsatz für alle, so und was will ich als Liberaler zur Maxime meines staatlichen oder meines politischen Handelns machen. Und ich will als Liberaler zur Maxime meines Handelns machen, dass der Einzelne möglichst viele Entfaltungsmöglichkeiten hat. Das ist der Grund, mit dem ich sozusagen Politik mache. Gut, zurück zu Liberalismus. Du hast ja vorhin schon mit linksliberalen und rechtsliberalen geredet, dass es in den 20ern Parteien gab und so weiter. Gehe ich recht in Annahme, dass die FDP eine rechtsliberale Partei ist? Nein, ich würde sagen, die FDP ist eine liberale Partei. Also vereint ihr linksliberale und rechtsliberale Vorstellungen? Wir vereinen vor allen Dingen Menschen, die sich als Liberale verstehen und die keinen Bock haben, sich von morgens bis abends in das komische Links-Rechts-Schema einordnen zu lassen. Es gibt ja ein Spektrum rechts-links und da ist natürlich dann auch die FDP zu verordnen. Aber das Rechts-Links-Spektrum bildet die politischen Parteien nicht hinreichend ab. Also wenn ich zum Beispiel die Frage beantworten sollte, wo jetzt Sarah Wagenknecht auf dem Links-Rechts-Spektrum sich bewegt. Darüber reden wir jetzt nicht. Aber wir reden darum, ob die FDP... Würdest du sagen, dass Sarah Wagenknecht eine linke Politikerin ist? Wir reden jetzt über die FDP. Ja. Und ich verstehe aber nicht ganz... Und ich kann die FDP auf dem Links-Rechts-Schema nur unzureichend abbilden. Ich will gar nicht über das Links-Rechts-Schema reden. Ich will darüber reden, ob ihr tatsächlich nicht eine rechtsliberale Partei seid. Weil was würde denn dafür sprechen, dass ihr auch sozialliberale oder linksliberale Aspekte vereint? Also es gibt sozialliberale Aspekte. Es gibt auch Menschen, die sich als sozialliberale oder als linksliberale bezeichnen. Aber wenn man sich die mal genau anschaut, dann wird man feststellen, dass es sich dabei im Grunde einfach um liberale Kennzeichen handelt. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt in der politischen Rechten und in der politischen Linken, die ein Interesse daran haben, den politischen Liberalismus auf ihre Seite zu ziehen. Das ist auch total okay. Also es gibt in Holland beispielsweise den Marc Rütte, der jetzt gerade gesagt hat, der hört auf mit Politik. WWD, das ist eine Partei, die im Grunde ist wie die deutsche FDP plus die Leute in der CDU, die sind wie Friedrich Merz. Also der Wirtschaftsflügel aus der CDU plus FDP. Die neigen natürlich zu einer gewissen, wenn du jetzt dein Schema nimmst, es ist vielleicht eher eine rechtsliberale Partei. Weil es auch die D66 gibt, eine Partei, die wahrscheinlich, also die linksliberale Parteien, die linksliberale Aspekte irgendwie verkörpert in Holland und ziemlich viele Leute auch umfasst, die wahrscheinlich in Deutschland bei den Grünen irgendwie bei den Realos wären. Und natürlich haben linkere Parteien und rechtere Parteien immer ein Interesse daran, diese liberalen Parteien irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Und ich befürchte, dass dieses Links-Rechts- auf irgendwelche Seiten ziehen momentan in der Spaltung, die wir in der Gesellschaft so erleben, muss man ja nur mit offenen Augen durch das Land gehen, dass das immer stärker wird. Und ich will mich dem widersetzen. Ich will keine Rechtsliberalen und Linksliberalen. Ich will, dass es eine liberale Partei gibt und das ist für mich die FDP. Gut, ich habe oft hier Leute sitzen, die sich selbst als liberal bezeichnen. Ja, das ist auch schick, sich als liberal zu bezeichnen. Ja, natürlich, aber in Wahrheit sind sie halt Neoliberale oder Wirtschaftsliberale. Was meinst du denn mit Neoliberal? Oder Wirtschaftsliberale. Das ist ja eine andere Bezeichnung für Rechtsliberale. Also ihr setzt euch für privates Eigentum ein? Und sich für privates Eigentum einsetzen? Grenzenloses privates Eigentum. Dafür setzen sich Wirtschaftsliberale ein. Also für grenzenloses privates Eigentum setzen sich Liberale nicht ein, sondern vor dem Respekt, vor dem Eigentum in den Grenzen unserer Verfassung. Ist ja klar. Du setzt dich für eine Begrenzung von Vermögen ein? Das wäre mir jetzt neu. Ich setze mich dafür ein, dass... Oder eine Begrenzung von Eigentum? Ja, klar. Wir haben doch Enteignungsgesetze in Deutschland. Wenn man irgendwie eine Autobahn baut oder so, da gibt es Leute, die ganz froh sind, dass es eine Enteignungsbehörde gibt, weil dann gibt es nämlich eine Entschädigung und dann haben die noch was davon. Ich habe noch nie mitbekommen, dass du dich für die Enteignung von Wohnungskonzernen auch stark machst. Nee, für die Enteignung von Wohnungskonzernen mache ich mich auch nicht stark. Ach so. Ja, das sind ja die Vermögen dann. Die Frage ist ja wieder, also du willst sozusagen... Bei Autobahn und Gasleitungen und so weiter, da wird dann im Namen von Vermögenden enteignet. Oder halt, oder Leuten, die Gas brauchen oder mit dem Auto zur Arbeit kommen wollen. Ich glaube... Wir sind beim Unterschied zwischen liberal und wirtschaftsliberal. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum du darauf pochst, dass sie liberal sind. Weil ich nicht verstehe, was am Eigentum rechtsliberal ist. Eigentum ist ein Recht aus der Verfassung. Eigentum ist sogar etwas, das muss ich jetzt einmal ganz kurz vorweg sagen, Eigentum ist sogar etwas, was es gab, bevor es das Grundgesetz gab. Und also warum jetzt Eigentum irgendwie rechts ist oder wirtschaftsliberal, weiß ich nicht. Aber die FDP setzt sich auf jeden Fall dafür ein. Ich meine, Eigenschaften für Wirtschaftsliberale sind unter anderem, also immer Bezug auf private Eigentum, Schutz, unbedingt der Schutz von privaten Eigentums. Der Markt regelt so gut wie alles. Nicht so gut wie alles, aber vieles. Das meiste. Privatisierung ist immer von... Nicht immer, aber... Immer gern gesehen. Also ein Minimalstaat, also Polizei, Armee und so weiter, das kann noch bleiben. Soziale Gerechtigkeit ist im Großen und Ganzen kein Thema für Wirtschaftsliberale. Was ist denn jetzt an euch liberal? Also... Sozialliberal zum Beispiel. Wenn man die Liberalismusdefinition zugrunde legt, über die wir gesprochen haben und das Eintreten für Regeln in den Vordergrund stellt, die dem Einzelnen es ermöglichen, eine möglichst große Freiheitsentfaltung zu haben. Dann gehört zum Beispiel der Schutz eines funktionierenden Rechtsstaats zu den Kernforderungen der Liberalen und die Verteidigung von Bürgerrechten, die Verteidigung von Menschenrechten, der Schutz von Minderheiten. Das sind Punkte, für die sich Liberale einsetzen und... Wirtschaftsliberale auch. Genau. Ja. Jetzt sind wir genau an dem Punkt. Und genauso wie sich Wirtschaftsliberale einsetzen, für Rechtsstaatlichkeit, setzen sich vermeintliche Linksliberale ein für Marktwirtschaft. Und deswegen gibt es diese künstliche Trennung in Rechts- und Linksliberal nicht. Jeder, der sich als Sozialliberal... Natürlich gibt es sie. Ja, aber sie ist... Wie könnte man dann eine eigene Partei gucken? Ja. Du warst doch noch nicht am Leben. Aber ich habe es trotzdem zu Hause im Bücherschrank stehen. Die Frankfurter Thesen. Die Freiburger Thesen. Kennst du dieses von 1971? Das Grundsatzprogramm der FDP. Ja, da steht zum Beispiel... Krasse Sachen stehen. Da steht zum Beispiel drin, Umweltschutz hat Vorrang vor persönlichem Gewinnstreben. Oder da gibt es ein ganzes Kapitel über eine Bodenreform. Zum Beispiel ist das ganz am Ende. Und es gibt ein Kapitel über die Vermögenssteuer, glaube ich auch, in den Freiburger Thesen. Das ist krasse Sachen, die wir heute mit der heutigen FDP wahrscheinlich nicht mehr zu machen sind. Also interessanterweise... Das war das erste Parteiprogramm, das wirklich den Satz hatte, Umweltschutz hat Vorrang vor Gewinnstreben und persönlichen Nutzen. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, das habt ihr dann irgendwann rausgestrichen. Nein, der Satz... Der Satz steht bei euch im Programm? Ja, den würde ich heute immer noch genauso sagen. Na klar. Der steht bei euch im FDP-Programm? Verursacherprinzip und Leute dafür haften und zahlen zu lassen, dass sie die Umwelt verschmutzen? Aber hallo. Aber hallo. Das ist ein Satz, den der FDP heute sagen würde? Dass der Schutz der Umwelt Vorrang hat vor persönlichem Nutzen. Vor Gewinnstreben? Ja, ja natürlich. Warum steht er im Wahl- und Grundsatzprogramm nicht mehr drin? Ist denn der Umweltschutz heute... Warum steht der Satz nicht mehr drin? Warum steht er wieder raus? Wenn ihr so liberal seid. Steht er da wirklich nicht drin? Da steht er nicht mehr drin. Da stehen aber andere Sätze, die ziemlich in die gleiche Richtung gehen. Ich kann ja nochmal einen Satz vorlesen aus dem Programm. Aber zum Umweltschutz will ich erstmal sagen, also gerne, weil jetzt kommst du gleich mit der Vermögenssteuer und der Erbschaftssteuer und der Bodenreform. Da hat sich das ein bisschen geändert, das Bild der FDP. Interessant. Aber beim Thema Umweltschutz würde ich sagen, wir haben vertreten, bevor es die Grünen gab, dass Umweltschutz wichtig ist und wir vertreten sind immer noch. Und wir haben, was die Instrumente angeht, gerade in der Ampelkoalition, krasse Diskussionen darüber, ob irgendwie CO2-Steuer oder Emissionshandel oder Ordnungsrecht oder Technologieoffenheit. Ja, da kann man sich irgendwie die Köpfe einschlagen. Aber, dass man irgendwie grundsätzlich die Umwelt schützen muss und dass es irgendwie unser Ziel ist, die Umwelt zu schützen, das ist ja wohl so. Da steht ein Satz drin, wie Liberalismus nimmt Partei für Fortschritt durch Vernunft. Also da steht nicht, Liberalismus nimmt Partei für Technologieoffenheit. Aber Liberalismus nimmt Partei für Fortschritt durch Vernunft, finde ich großartig. Fortschritt durch Vernunft ist im Grunde dasselbe wie Technologieoffenheit? Nee, ist nicht dasselbe. Ah, natürlich nicht. Aber Technologieoffenheit ist ein Begriff. Fortschritt durch irgendwas. Das ist ein Begriff, den man in verschiedenen technischen Diskussionen anwendet und das ist eine Überschrift. Ja, da kann man vieles drunter fassen. Liberalismus fordert Demokratisierung der Gesellschaft? Ja, es war ja, also die Freiburger Thesen waren ja die Vorbereitung der FDP auf... Das war ja Grundsatzprogramm. Genau, es war die Vorbereitung der FDP auf die Sozialliberale Koalition unter Willy Brandt. Das waren die Freiburger Thesen. Dafür sind die gemacht worden. Und dann ist man in diese Koalition reingegangen und... Weil ihr eine liberale Partei sein wolltet. Wir sind damals eine liberale Partei gewesen. Also ich würde sagen, wir sind damals eine liberale Partei gewesen und wir sind immer noch eine liberale Partei. Das behauptest du ja, darum überprüfen wir jetzt. Das überprüfst du, genau. Es gibt doch noch einen schönen Satz, Liberalismus fordert Reform des Kapitalismus. Wo finde ich den Satz bei euch heute? Zum Beispiel beim Einsatz von Christian Lindner für eine globale Mindestbesteuerung. Zum Beispiel bei der Reform des Kartellrechts, der großen Unternehmen es verbietet, ihre Marktmacht auszuspielen. Zum Beispiel bei... Den Satz gibt es bei euch nicht. Das K-Wort finde ich nirgendswo. Wir im Grundsatzprogramm... Ja, das stimmt. Also Kapitalismus ist irgendwie, finde ich, ein schwieriger Kampfbegriff. Das ist ein Kampfbegriff? Ja, das ist ein Kampfbegriff. Weil er in Deutschland verwendet wird, um etwas zu beschreiben, was nicht der Realität entspricht. Denn was wir in Deutschland haben... Wir haben keine kapitalistische Gesellschaft, keine kapitalistische Wirtschaftsweise. Also wir haben eine soziale Marktwirtschaft, in der der Staat während der Corona-Krise und während des Ukraine-Krieges, glaube ich, insgesamt 800 Milliarden Euro mobilisiert hat, um Menschen zu helfen, um Unternehmen zu retten, um Strom runter zu subventionieren. Ist die soziale Marktwirtschaft keine kapitalistische Wirtschaftsweise? Ich hoffe es. Ich hoffe. Also haben wir doch Kapitalismus. Wir haben einen Kapitalismus eigener Spielart, der sich... Wie jedes Land. Genau. Touché. Alles klar. Stimmt. Das ist so. Aber wir haben einen... Wir haben eine kapitalistische Wirtschaftsweise. Wir haben eine, ja, mit einem sehr starken Staat. Mit einem Staat, wo man sich manchmal die Frage stellt, ob das noch so, ob das eigentlich noch genügend Freiheit und genügend eigene Initiative lässt, damit auch es Fortschritt durch Vernunft gibt, wie man mit den Worten der Freiburger Thesen sagen würde. Aber das ist doch ganz spannend zu beobachten, wie bestimmte Themen damals in den 70er Jahren bei den Freiburger Thesen eine Rolle gespielt haben und jetzt immer noch eine Rolle spielen im täglichen politischen Handeln und in den täglichen politischen Diskussionen. Wir haben vorhin gesprochen über 219a StGB, also über die Streichung des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche. Und das ist eine Diskussion, die aus der Sicht der FDP wahrscheinlich mit genau den gleichen Argumenten geführt worden ist, wie damals in den 70er Jahren argumentiert worden ist. Mit der gleichen Kritik an einem übergriffigen Staat, mit der gleichen Kritik an strafrechtlichen Lösungen, mit der gleichen auch Selbstreflexion, dass staatliches Handeln nicht immer zum Besten der Gesellschaft ist, sondern dass der Staat auch übergriffig sein kann und deswegen zurückgestutzt werden muss. Und deswegen sind die Freiburger Thesen, es ist ein historisches Dokument, das würde man heute nicht mehr so beschließen, aber es ist für mich eine interessante Quelle und ein interessantes Buch, was ich irgendwie auch gerne zur Hand nehme. Wir sind darauf hergekommen, weil du uns weismachen willst, dass ihr eine liberale Partei seid und keine neoliberale oder wirtschaftsliberale Partei seid. Du hast jetzt immer noch kein einziges Beispiel gebracht. Na, ich weiß nicht genau, was du mit neoliberal meinst, aber wenn du sagst, dass wir eine, also ich akzeptiere, wir können wieder einen Deal machen, wenn du sagst, du akzeptierst, dass wir auch eine sozialliberale Partei sind, dann sind wir auch eine wirtschaftsliberale Partei. Ihr wart sozialliberale. Ich sag's ja. Ihr seid es nicht mehr, ihr habt es abgeschafft. Was ist mit der Reform des Kartellrechts, die wir gerade in der Ampelkoalition beschlossen haben? Was ist mit der globalen Mindestbesteuerung? Was ist mit der Reform des Kapitalismus oder Umweltschutz hat Vorhang vor Gewinnstreben? Das habt ihr rausgestrichen. Also es gibt Leute, die sagen, dass der Emissionshandel, wen die FDP fordert, sogar das härteste Klimaschutzargument ist. Ich finde, das lässt sich eigentlich ganz gut hören. Ich verstehe, dass Sozialliberalismus oder Linksliberalismus, wenn man ihn als eine romantische Betrachtung der 70er Jahre versteht, dass das heute nicht das ist, was die FDP verkörpert. Aber du kannst uns ja noch nicht erklären, was für den Unterschied zwischen wirtschaftsliberal und liberal ist, obwohl du behauptest, dass du liberal bist. Weil dann müsstest du ja sagen, dass ich das nicht erklären kann, liegt daran, dass ich es nicht erklären will. Was macht dein Argument noch schwächer? Nein, weil mein Argument ist und mein Punkt ist, dass die FDP eine liberale Partei ist, die sich in der Mitte des politischen Spektrums befindet. Ja, ihr nennt euch so. Mir ist Folgendes wichtig. Die FDP ist nicht eine Collage aus ein paar sozialliberalen Bildern und ein paar wirtschaftsliberalen Grundsätzen. Und das mischt man dann zusammen, hat man die FDP. Sondern das Eintreten für die Rechte von Minderheiten, für den Rechtsstaat, für Menschenrechte. Und das Eintreten für Marktwirtschaft, das Eintreten für Unternehmertum, für Eigeninitiative, für niedrige Steuern, ist zurückzuführen auf das gleiche Menschenbild, auf das gleiche Staatsverständnis. Und das ist ein liberales Staatsverständnis. Und natürlich gibt es Leute, die treten in die FDP ein. Ich mach dir gleich ein Angebot. Nicht zum Eintritt, sondern vielleicht was sozusagen das Argument angeht. Die treten in die FDP ein. Kannst du auch für mir Angebote zu machen? Bist du nicht am Grabbeltisch oder beim Kuh an? Alles gut, die treten in die FDP ein und sagen, ich will irgendwie niedrig steuern. Es gibt Leute, die treten in die FDP ein und sagen, ich will irgendwie 290a abschaffen. Und natürlich gibt es dann verschiedene Schattierungen, aber trotzdem ist beides zurückzuführen auf eine liberale Wurzel. Und mein Punkt ist, es gibt sowas wie Moden. Es gibt natürlich Jahre und Jahrzehnte, in denen ist irgendwie die gesellschaftliche Diskussion eher geprägt von Themen, die von Leuten irgendwie verinnerlicht werden, die sich vielleicht eher als sozialliberal verstehen. Und dann gibt es das Gegenteil. Als man damals in die sozialliberale Koalition gegangen ist, da gab es einen krassen gesellschaftlichen Reformstau. Das haben die 68er angeprangert. Da gab es irgendwie alte Nazis in der Justiz, in den Universitäten. Und dann in der FDP auch, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann hat man irgendwie gesagt, wir wollen diesen Reformstau jetzt auflösen durch gesellschaftliche Modernisierung und durch Demokratisierung, wie die Brandmeer Demokratie wagen. Und da war die FDP irgendwie mit dabei. Und als man in den 90er Jahren nach, als man irgendwie gemerkt hat, es gibt einen wirtschaftlichen Reformstau, da war die FDP wieder dabei. Und ja, es ist halt unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Moden, unterschiedliche Liberalismusverständnisse. Aber trotzdem ist es eine liberale Partei, die sich irgendwie, so wie andere Parteien auch, mal so und mal so entwickelt und mal so und mal so zeigt. Und man kann sehr gut, als jemand, der sich als wirtschaftsliberal oder jemand, der sich als sozialliberal versteht, in der FDP-Politik machen. Du verstehst dich ja nicht als sozialliberal. Ich verstehe mich als liberal. Es gibt Leute, die schon den Satz, ich verstehe mich als liberal, als sozialliberal interpretieren. Damit muss ich leben, damit kann ich auch gut leben. Aber ich... Ja, wir haben ja gerade aufgezeigt, dass du dann doch eher wirtschaftsliberal bist. Wenn du sagst, dass ich wirtschaftsliberal bin, dann ist das so. Hast du eine Ideologie? Ideologie ist ein bisschen so ein Begriff wie Kapitalismus. Was? Ja, ist so ein bisschen aufgeladen. Ideologie als Begriff? Ja, schon der Begriff Ideologie unterstellt ja meinem Gegenüber, wenn ich sage, das, was du jetzt sagst, ist ideologisch, dann unterstellt das eine gewisse Faktenfreiheit und eine gewisse Verbohrtheit. Also das ist so... Du benutzt ja das Wort ideologisch sehr gerne, darum frage ich. Ja, also hast du... Habe ich das öfter benutzt oder... Willst du dir ein Beispiel sagen? Ja, mach mal. Es ging um bei Atomkraft. Ah ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Erinnere ich mich, dass du das gerne hier... 6. September 2022. Der einzige Grund, warum das Kernkraftwerk in Lingen im Emsland nicht auch in den Reservebetrieb geht, ist der linke Landesverband der Grünen in Niedersachsen. Habeck muss sich gegen die Ideologen in seiner Partei durchsetzen. Also du benutzt gerne das Wort Ideologie, wenn es um die anderen geht. Genau, und deswegen würde ich sagen, das ist ja ein Zitat, was ich gebracht habe im Landtagswahlkampf in Niedersachsen. Und das habe ich gebracht, um dem grünen Landesverband in Niedersachsen zu unterstellen, dass er mit Blick auf die Ablehnung der Kernenergie zu dogmatisch, zu verbohrt und zu sozusagen faktenfrei ist. Du meinst mit Ideologie was Negatives? Genau, in dem Kontext was Negatives. Hast du eine Ideologie? Das war jetzt meine Frage. Ja, ich versuche das zu reflektieren, weil ich mitunter beobachte, dass Liberale dazu neigen zu sagen, ich bin völlig ideologiefrei und nur pragmatisch. Und ich finde aber, dass ein rein pragmatischer Zugang dem Ideal der Freiheit, dem Ideal der liberalen Demokratie nicht immer gerecht wird. Sondern sozusagen, ich glaube man braucht in der Politik mitunter auch ein größeres Ziel, nach dem man strebt. Und es gibt gerade in Deutschland gibt es so eine Haltung bei den Menschen, dass Menschen dafür verlacht werden, wenn sie sowas haben. Also Helmut Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Dann sagt man, haha, das war noch ein taffer Politiker, der hat nur pragmatisch gerade, der hat natürlich keine Ideologie. Und ich finde, wenn man Ideologie versteht als verbohrt, als faktenfrei, als sozusagen, dann ist es ein Kampfbegriff, den ich auch so verwende. Aber ich habe schon Ideale. Also ich würde im Grunde genommen sagen, ich würde sagen, ich bin kein Ideologe, ich habe keine Ideologie, aber ich habe schon Ideale. Also ich habe schon so. Und diese Ideale sind auch größer, als zu sagen, keine Ahnung, ich verhandle jetzt gerade über die Größe des Bundestages und der muss irgendwie 630 statt 736 Sitzen haben. Also es gibt für mich... Also du hast Ideale und die anderen haben Ideologie. Ja, die anderen sind ja aber auch andere. Also wahrscheinlich gibt es andere Leute, die würden über mich sagen, der Coole ist ein Drecksideologe, der irgendwie, ja, aber das ist okay, so ist das eben. Vielleicht hat jeder Mensch gerade politisch gesehen eine Ideologie. Vielleicht ist das so, ja. Das Synonym ist ja Weltanschau. Ich versuche es ja, genau das versuche ich ja, ich versuche ja zu reflektieren, dass jeder von uns eine Form von Ideengebäude um sich herum hat. Aber kennst du den Spruch, wer mit einem Finger auf jemanden zeigt, sagt mit vier Fingern auf sich. Ja, ja, genau. Also deswegen sage ich auch, also alles gut, ich kann sozusagen... Darum finde ich es immer lustig, wenn du halt anderen Ideologie unterstellst, obwohl du ja selbst sein hast, über die wir jetzt gerade Viertelstunde vorher geredet haben. Ja, 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 genau. Also das reflektiere ich und ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Deine liberale Ideologie. So, alles gut. Mit solchen Anwürfen kann ich leben. Eine fossile Weltanschauung, das passt doch. Eine fossile Weltanschauung passt nicht. Nein, der Einsatz von... Eine fossile Ideologie? Der Einsatz von... Das ist übrigens offizielles Synonym für Ideologie. Eine Weltanschauung, eine Wertvorstellung. Ja, das mag sein, dass das so im Wörterbuch steht, aber es gibt einen bestimmten politischen Sprachgebrauch. Wenn ich im Bundestag sage, liebe Kollegen von den Grünen, trotz aller Koalitionstreue würde ich Sie bitten, abseits von jeder Ideologie mal darüber nachzudenken, ob es nicht sein kann, dass man jetzt doch die Kernkraftwerke ein bisschen länger laufen lässt, damit die Leute ihren Strom bezahlen können und wir uns unabhängiger von Putins Gas machen, dann ist das natürlich ein sozusagen, also wie sagt man, das ist politischer Meinungskampf. Ja, das gehört dazu. Und trotzdem bin ich so offen zu sagen, dass auch ich eine politische Weltanschauung habe. So, und wenn du das als Ideologie bezeichnen willst, dann ist alles gut. Aber wenn du jetzt gerade zu mir sagst, du hast eine fossile Ideologie, dann ist das ja keine neutrale Beschreibung meiner Weltanschauung. Du hast auch eine Atomideologie. Nein, ich habe keine Atomideologie. Du hast für Atomkraft geworben. Ja, ich habe für Atomkraft geworben, aber das ist doch der Punkt. Atomkraft ist eine sichere Stromversorgung. Du suggerierst damit natürlich, dass wir, wenn die weg ist, die Stromversorgung nicht mehr sicher ist. Zumindest nicht mehr so bezahlbar wie vorher. Bezahlbar. Ja, aber das ist doch genau der schöne Punkt. Genau, also ich finde das eine ganz spannende Frage. Du hast mitbekommen, dass das jetzt alles abgeschalten ist und ist irgendwie die Stromversorgung nicht sicher. Ne, wir verbrennen ja auch jeden Tag. Ist der Strom nicht billiger geworden? Alles gut, wir verbrennen ja jeden Tag Kohle in Deutschland. Das ist mit den Grünen ja kein Problem. Wir verbrennen jeden Tag. Mit euch auch nicht. Ja, genau. Wir könnten auch keine Kraftwerke wieder anschalten. Haben wir ja vorgeschlagen. Sind wir bei der fossilen Ideologie? Nein, wir sind nicht bei der fossilen Ideologie, weil nicht alles, was ein Politiker macht, und zwar egal, ob es ein Grüner ist oder ich, ist ideologisch. Und nicht alles, was ein Politiker macht, ist sozusagen auf der Ebene... Was du sagst. Du hast gesagt, Atomkraft ist sichere Stromversorgung und ist billiger. Dabei ist der Strom jetzt nach der Atomkraft billiger geworden. Aber nicht alles, was... Ja, dank Kohle. Der Klimawandel lässt grüßen. Ob ich das... Also das finde ich schlecht, dass wir Stadt auf Kernenergie auf Kohle setzen. Finde ich schlecht. Finde ich offiziell schlecht. Trotzdem habe ich keine Ideologie mit Blick auf fossile Energien oder auf Kernenergie. Mir ist wichtig zu sagen, es geht nicht darum... Also nicht alles, was Politiker sagen oder was Politiker tun, ist auch gleich so wichtig, dass es ihrer Kernweltanschauung entspricht. Also wenn der Bundeskanzler sagt, boah, jetzt bauen wir irgendwie neben Stade und Wilhelmshaven noch ein drittes LNG-Terminal auf der Insel Rügen, dann ist er ja kein LNG-Ideologe, sondern versucht einfach das Thema Energieversorgung zu lösen. Aber ich würde schon sagen, dass es legitim ist, im politischen Meinungskampf einander zu unterstellen, dass jemand ein Thema wichtiger nimmt, als es eigentlich ist. Und das ist genau der Punkt des Zitats, in dem ich dem grünen Kollegen sage, dass er die Kernkraftwerke da abschalten will. Übertreibt er? Ist er faktenfrei? Ist er verbohrt? Will ich ihm unterstellen, dass er es zu einem ideologischen Thema erhebt, obwohl es eigentlich ein sachliches Thema wäre? Mein Punkt war, Fler, hast du dich ja auch sachlich geirrt. Das ist immer möglich. Apropos Ideologie, mir ist aufgefallen, unter deiner IG, der als Chef der Jungliberalen, der warte ja, also deine Partei an sich war nicht im Bundestag. Erinnerst du dich noch an dieses Bild? Klar, das haben wir auf einem Bauernhof in Amelinghausen in der Lüneburger Heide geschossen, das Foto. Also für unsere Podcast-Hörer, ihr steht nackt an der Wand. Das ist so. Der Arsch zu mir gerichtet und ihr sagt, wer hätte gedacht, dass wir mal die Ideale der 68er verteidigen müssen. APO 2.0. Gehe ich rechnen an, dass du der hier bist? Der Arsch? Ich hoffe, YouTube sperrt das jetzt hier. Das ist eine plausible Beschreibung, ja. Das kommt hin. Ideale der 68er? Was sind die Ideale der 68er, die hier verteidigen müssen? Wir sind genau an der Stelle, an der wir gerade mit den Freiburger Thesen gewesen sind. Nämlich, dass wir in Deutschland mitunter einen Reformstau, eine gesellschaftliche Intoleranz, eine Entfernung politischer Debatten von der realen Welt haben, die es erforderlich machen, dass neue politische Bewegungen, dass neue soziale Bewegungen, dass Demonstrationsbewegungen auf den politischen Prozess einwirken und gesellschaftliche Modernisierung und wirtschaftliche Modernisierung und so befördern. Und das waren die 68er. Und die 68er haben, glaube ich, mit dazu beigetragen, dass es die sozialliberale Koalition gab am Ende im Deutschen Bundestag und die Kanzlerschaft von Willy Brandt gab. Und vor dieser sozialliberalen Koalition gab es eine große Koalition von 66 bis 69 mit Kurt Georg Kiesinger und eben sozusagen Widerstand dazu befand sich die damalige außerparlamentarische Opposition, die APO. Und als wir aus dem Bundestag rausflogen, haben wir, um für Aufmerksamkeit zu sorgen, um dafür zu sorgen, dass man merkt, die FDP vertritt politische Meinungen, die jetzt im Bundestag nicht mehr vertreten werden, haben wir uns an die Wand gestellt und ein Foto nachgestellt, das aus der Kommune 1 stammt. Genau, die 68er, also diese Kommune 1, die haben sich ja explizit als Revolutionäre verstanden. Das stimmt, ja. Ihr auch? Nein, nein. Also ich verstehe mich nicht als Revolutionär. Also es gab übrigens Liberale, die sich als Revolutionäre verstanden haben. Eben. Genau, zum Beispiel 1848, wir haben ja gerade das Jubiläum der bürgerlichen Revolution gefeiert. Und es gab, also ich lese gerade ein interessantes Buch über die liberale Revolution 1848 und damals gab es irgendwie die Demokraten und die Liberalen und die waren sich nicht so ganz einig darüber, ob man den König jetzt gleich abschaffen soll oder ob man dem König nur eine Verfassung an die Seite stellt. Jedenfalls wollten sie ein neues System. Und dieser sogenannte Konstitutionalismus hat am Ende dazu geführt, dass wir irgendwann mal über viele Ecken dann in Deutschland eine Verfassung bekommen haben. Und jetzt haben wir ja eine demokratische Verfassung und da wir eine demokratische Verfassung haben und eine liberale Demokratie sind, will ich natürlich als Liberaler diese liberale Demokratie nicht überwinden, sondern verteidigen. Deswegen bin ich kein Revolutionär. Kann man nicht noch eine, also durch eine Revolution ist aber gedanklich, machen wir eine Prämisse auf, eine noch bessere Verfassung hinbekommen. Eine noch bessere Demokratie. Wäre das, wenn ich das jetzt fordern würde, wäre das verfassungsfeindlich? Ach, also es gibt eine interessante... Würdest du dagegen kämpfen? Du verstehst, also man kann ja quasi... Naja, es gibt ja eine interessante Debatte darüber, ob man nicht eigentlich bei der deutschen Wiedervereinigung eine neue Verfassung hätte schreiben müssen. Steht sogar in Artikel, ich glaube 146 drin. Genau, das Grundgesetz wird durch eine Volksabstimmung, eine Verfassung überwunden. Genau, also man kann natürlich darüber diskutieren, ist auch nicht verfassungsfeindlich. Verfassungsschutz wird dich jetzt nicht beobachten, weil du dieses interessante Thema... 146, genau, Geltungsdauer des Grundgesetzes. Also natürlich kann man diese Diskussion führen, aber ich glaube, dass das Grundgesetz die beste Verfassung ist, was dies auf deutschem Boden je gegeben hat. Ich glaube, dass das Maß an... Aber jede Verfassung ändert... Ja, 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 klar. Trotzdem glaube ich, dass das Maß an individueller und kollektiver Freiheit, das wir in Deutschland haben, noch nie so groß war wie unter dem Grundgesetz. Gut. Und deswegen möchte ich keine Revolution. Gut. Es gibt übrigens, nur weil ich gerade parallel darüber nachgedacht habe, es gibt übrigens heute auch noch Liberale, die Revolutionäre sind. Es gibt zum Beispiel Liberale in Russland oder in Belarus, die explizit von sich sagen, dass sie Liberale sind, die sich als Liberale begreifen und die im Gefängnis sitzen und von Autokraten eingesperrt werden, die keine liberale Demokratie wollen, sondern die autokratische Herrscher sind. Also Liberalismus und Revolution schließt sich nicht aus. Aber ich würde in Deutschland momentan davon abraten, da wir eine liberale Demokratie sind. Ich glaube trotzdem, dass du links von Nawalny stehst. Dass ich links von Nawalny stehe, das kenne Nawalny nicht. Wenn du seine Inhalte kennst. Ja, also es gibt ja bei Nawalny... Nationalliberal könnte man das sagen. Ich meinte aber nicht Nawalny, sondern ich meinte Wladimir Karamursa, den ich persönlich kennengelernt habe mehrfach und den ich einfach sehr vermisse. Ihr seid jetzt ja nicht mehr APO, also ihr seid keine außerparlamentarische Opposition mehr. Ihr seid im Bundestag, du bist im Bundestag. Würdest du mir zustimmen, dass die heutige APO, wenn man sie so nennen würde, die Klimaaktivisten sind? Ja. Verteidigst du deren Ideale und deren Recht, außerparlamentarische Opposition zu sein? Ja, ich verteidige deren Recht, außerparlamentarische Opposition zu sein. Was heißt das? Das heißt, dass man sich friedlicher Mittel bedienen können muss, um auf seine Interessen, seine Belange, seine Forderungen aufmerksam zu machen. Und das finde ich gut und das gehört in einer freiheitlichen Gesellschaft dazu. Tun Sie das. Du hast ja gesagt Klimaaktivisten, also ein Begriff von Fridays for Future bis letzte Generation. Ja, also ich würde sagen Fridays for Future auf jeden Fall. Also es ist nicht gewalttätig, einen Schultag zu boykottieren. Wir haben aber bei der letzten Generation ein Maß erreicht, bei dem man durchaus darüber diskutieren kann, ob im Einzelfall eine strafbare Nötigung vorliegt und dann ist es halt nicht mehr gewaltfrei. Aber du hast dich ja teilweise schon entschieden. Ich meine, du hast ja die letzte Generation als Straftäter bezeichnet. Ja, wenn sie welche sind, klar. Aber es ist jetzt nicht nur, weil ich sage, ich bin letzte Generation, bin ich nicht automatisch ein Straftäter. Also nur wer eine Straftat begeht, ist ein Straftäter. Genau, aber du weißt das ja manchmal schon vorher, also am 13. April, als die FDP-Zentrale beschmiert wurde. Genau, da meinte ich die Leute, die das da gemacht haben. Waren die schon verurteilt? Nein, aber das ist im politischen Meinungskampf. Du wusstest schon, dass es ein Straftat ist. Okay. Ja, und das geht auch gar nicht und ist kein, sozusagen, vielen Dank, kein Beitrag für eine politische Debatte. Sind Sitzblockaden eine Straftat? Nicht immer, können aber eine sein. Also kommt, ist kompliziert, kommt drauf an, gibt es tausende Entscheidungen, kommt drauf an, ob ich ein Konnex habe. Steht neben dem Strafgesetzbuch, der Sitzblockade-Straftat ist. Genau, steht neben dem Strafgesetzbuch. Jetzt gucken ja einige von der letzten Generationen hier zu. Erklär denen mal, wann sie für dich straffrei, beziehungsweise akzeptable Sitzblockaden machen können. Es scheint mir so zu sein. Die sind genervt von dir, weil sie immer von dir angemacht werden, als Straftäter. Ja, also ich habe auch schon mit Vertreterinnen und Vertretern der letzten Generationen diskutiert. Würde das auch wieder tun, werde das auch wieder tun. Du kämpfst ja für deren Freiheit. Ich würde gerne auch noch darüber sprechen, ob das eigentlich was bringt für den Klimaschutz. Das ist jetzt nicht die Frage. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist... Erklär sie mal, wann sie legale Sitzblockaden aus deiner Sicht machen. Sie machen eine legale Sitzblockade, wenn es einen konkreten Konnex gibt zwischen der Sitzblockade und dem Ding, was sie blockieren. Jetzt werden die Vertreter der letzten Generation sagen, ja, ich blockiere Straßenverkehr. Straßenverkehr scheidet klimaschädliche Gase aus und deswegen ist jede Sitzblockade in einem hinreichenden Konnex. Ich würde sagen, das steht nicht in einem hinreichenden Konnex, sondern da muss ich schon einen konkreten, weiß ich auch nicht... Aber es ist nicht abwegig, dass sie das sagen, dass der Verkehr reguliert werden muss. Das sagt ja die Bundesregierung an sich. Ich dachte gerade, es wäre nicht abwegig zu sagen, dass der Konnex besteht zwischen der Handlung und dem... Würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, es ist nicht abwegig, deswegen müssen Gerichte darüber entscheiden. Und deswegen gibt es auch unterschiedliche Gerichte, die darüber entscheiden. Aber ich muss eines, also sozusagen, ich muss eines abkönnen als Demonstrant oder als jemand, der sich da an der Straße festklebt. Wenn ich dann verurteilt werde wegen einer Straftat und dann im Gerichtssaal sage, ich gehe jetzt als nächstes wieder raus und mache das nochmal und dann kriege ich vielleicht keine Bewährungsstrafe mehr, sondern muss direkt ins Gefängnis, dann ist das eben etwas, was ich mir selber zuzuschreiben habe. Du vorverurteilst sie ja schon. Nein, ich vorurteile nicht. Ich interpretiere lediglich das, was sie gesagt haben. Und was sie sagen ist, ich mache das jetzt wieder, nachdem ich verurteilt worden bin, weil der hinreichende Konnex zwischen meiner Sitzblockade und dem Ding, was ich da irgendwie blockiert habe, nicht besteht. Diese Sitzblockade-Rechtsprechung, diese Sichtweise darauf, ich will mich auch nicht verstecken hinter der Justiz. Ja, ich halte das wirklich für problematisch. Ich halte das wirklich für problematisch. Die warten jetzt auf legale Sitzblockaden-Tipps. Ja. Von Konstantin Kuhle. Kann ich nicht, also ich kann nicht mehr sagen, als dass ich dazu rate, nicht pauschal sich auf die Autobahn zu setzen. Ich glaube, das wird immer zu Vorurteilen. Kann man sich legal auf die Autobahn setzen, nach Konstantin Kuhle? Nein. Würde ich sagen, geht nicht. Würde ich sagen, dafür ist da zu viel unterschiedlicher Verkehr unterwegs. Ich würde als Anwalt davon abraten, das Strafbarkeitsrisiko ist zu hoch. Was ist mit einer normalen Straße? Auch nicht. Letzte Woche hast du dieses Lkw-Fahrer-Video gesehen wahrscheinlich? Ja, also ich habe es nicht selber gesehen, aber ich habe gesehen, dass darüber berichtet wurde. War der Lkw-Fahrer, war das in Ordnung, was er da gemacht hat? Nein, das war nicht in Ordnung. Der ist, glaube ich, richtig reingefahren in die. Also er wollte die erst wegziehen, dann haben sie sich wieder hingesetzt. Und dann hat er sich überfahren einfach. Und das hat er auch angesetzt, um sie zu erfahren. Nee, das geht nicht. Der muss vorurteilt werden. Das ist Straftäter. Das weißt du jetzt auch schon. Das habe ich jetzt extra gesagt, um zu verhindern, dass du mir unterstellst. Ich würde die letzte Generation anders behandeln als diejenigen, die in einem Lkw da auf die Leute zufahren. Diese Diskussion löst krasse gesellschaftliche Spannungen aus. Und wir hatten vorhin schon mal das Strafrecht. Und die Frage ist, ist das Strafrecht eigentlich in der Lage, diese gesellschaftlichen Spannungen aufzulösen? Wie so eine Art Zaubermittel, wie so eine Art Zauberstab. Ich komme einfach mit dem Strafrecht, halte den an die letzte Generation dran. Und dann teilt sich das auf in gute Sitzblockaden und in schlechte Sitzblockaden. Und das wird natürlich nicht passieren. Die Debatten, die bezeichnen sich so als Straftaten und die, die ganz okay sind, vielleicht auch in anderen Ländern, da sagst du, das ist ja zivile Ungehorsam. Ja, ich mache das, weil das eine ist die juristische Betrachtung, das andere ist die politische Betrachtung. Und die politische Betrachtung ist, dass das, was die machen, krass schädlich für den Klimaschutz ist. Krass schädlich für die politische Debatte. Keine Sau interessiert sich mehr für Klimaschutz wegen der Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation. Das behauptest du? Ja, das behaupte ich. Aber du fragst mich ja auch danach. Also das ist meine Haltung. Ich glaube, dass das nichts bringt. Und ich glaube, dass wir tolle Staatsanwälte, Richterinnen haben, die einigermaßen damit klarkommen, diese Straftaten zu bewerten oder zu bewerten, ob es überhaupt welche sind. Es gibt Richter und Richterinnen, die Freispruch machen, die sagen, das ist keine Nötigung. Ja, es ist halt saukompliziert. Aber das Strafbarkeitsrisiko besteht. Deswegen würde ich davon abraten. Und ich nenne Leute, die schwarze Substanzen auf die FDP-Geschäftsstelle kippen, die möglicherweise dazu führen, dass man es nicht mehr abkriegt und dauerhaft verunstaltet. Die nenne ich Straftäter. Und mache das, weil ich politisch glaube, dass das eine Art von Debattenführung ist, die uns nicht weiterführt. Du hast auch im Bundestag im November 2022 gesagt, dass sie Militant sind. Bist du sicher, dass du da die richtigen Worte gewählt hast? Du weißt ja, was Militant heißt. Ich habe sogar, als ich die Rede vorbereitet habe, mal angeguckt, was das Wort Militant bedeutet. Und das setzt ja so eine gewisse... Soll ich das sagen? Ja, mach mal. Der Begriff Militant steht sowohl für eine kriegerische Haltung, ein aggressives Auftreten, eine physische Gewaltbereitschaft von Personen und Gruppen im Kampf. Ja. Also... Das würdest du bei der letzten Generation sagen? Teilweise kann ich das schon... Die sind aggressiv? Ja, aber sauaggressiv. Wenn sie auf der Straße sitzen, das macht andere aggressiv. Ja, es macht andere aggressiv, aber es ist natürlich auch eine aggressive Form in den Alltag von... Ja, es ist ein aggressiver Eingriff, wenn ich mich auf die Straße setze und Leute davon abhalte, zur Arbeit zu kommen oder ihre Familie zu besuchen oder sonst was. Klar, es ist aggressiv. Waren die Anti-Atomkraft-Bewegungen in den 70ern, war das auch alles Straftaten? Oder hier die Leute, die in meiner Heimat damals an den Montagsdemos teilgenommen haben, die haben sich auch gegen bestehendes Recht teilweise... Ich bin dir... Wir reden über zivilen Ungehorsam. Ja, genau. Ich bin dir sehr dankbar, dass du zwei Beispiele genannt hast, die ich... Also du hast im Grunde genommen zwei Beispiele genannt, die genauso problematisch sind wie die letzte Generation. Ja, und im Nachhinein sagen wir alle, ein Glück haben die Leute das gemacht. Meinst du mit der... Moment mal, meinst du mit der Montagsdemonstration die echten Montagsdemonstrationen? Die Montagsdemos. Die zum Fall der Mauer geführt haben? Okay. Weil es gab auch Leute, die haben Montagsdemonstrationen gemacht, um... Ich rede jetzt hier nicht Pegida oder sowas, ne? Und was ist mit denen, die gegen die Agenda 2010 demonstriert haben? Die haben auch gesagt, wir machen jetzt Montagsdemonstrationen. Ja, aber das war ja nicht verboten. Nein, verboten ist... Aber die Montagsdemonstrationen waren in der DDR verboten. Mein Punkt ist, ich glaube, ich habe mit der letzten Generation neulich erst eine Diskussion gemacht, Podiumsdiskussion in Göttingen. Ja. Und dann habe ich irgendwie noch eine Radiodiskussion mit denen gemacht und das finde ich immer ganz interessant. Und da wird mitunter gesagt, ziviler Ungehorsam, der zur Abschaffung der Rassentrennung in den USA geführt hat. Ziviler Ungehorsam... Rosa Parks. Ziviler Ungehorsam, der zur Abschaffung der Apartheid in Südafrika geführt hat. Ziviler Ungehorsam, der dazu geführt hat, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer. Das sei vergleichbar mit dem zivilen Ungehorsam oder was die letzte Generation dafür hält, den sie machen. Und das würde ich krass zurückweisen. Das würde ich krass zurückweisen. Das ist kategorial was anderes. Warum? Weil es nur eine richtige Antwort auf Apartheid, Rassentrennung und die Benachteiligung von Frauen gibt. Und das ist, Frauen müssen die gleichen Rechte haben, Apartheid ist ein Menschenrechtsverbrechen und Rassentrennung ist ein Menschenrechtsverbrechen. Punkt. Darauf gibt es nur eine richtige Antwort. Auf das, was die letzte Generation anfängt und auf die Frage, mache ich Hartz IV oder mache ich, keine Ahnung, was für eine Migrationspolitik will ich haben? Oder was hast du noch für ein Beispiel genannt? Bei der Antiatomkraftbewegung. Bei der Antiatomkraftbewegung, genau. Das finde ich so komplex, dass es nicht eine richtige Antwort gibt. Da gibt es einfach nicht eine richtige Antwort. Es gibt nicht eine einzige richtige Antwort auf die Frage, wie kriege ich die klimaschädlichen Gase runter. Es soll Länder geben. Also es soll auch Parteien geben, die das, was die letzte Generation und Fridays for Future fordern. Und zwar einfordern, weil Parteien das versprochen haben und warum sie dafür gewählt wurden. Das sind Parteien, die sagen, wir verschreiben uns dem 1,5 Grad Ziel. Das sind kurigerweise Parteien, die jetzt gerade eine gesellschaftliche Mehrheit hinter sich bekommen haben, weil sie seit zwei Jahren jetzt an der Regierung sind. Das ist zum einen die SPD, die Grünen und eine Partei, die du kennst, die FDP. Ja. Und deswegen ist es auch legitim. Das steht bei euch im Wahlprogramm und Grundsatzprogramm. Wir bekennen uns ausdrücklich zu dem Ziel, aus dem Pariser Abkommen die Erdbeerwirkung auf einem anderen Grad Ziel zu begrenzen. Darauf beziehen sich letzte Generation und Fridays for Future. Ja. Also die nehmen euch nur beim Wort. Es ist legitim, dass die sogenannte letzte Generation Druck auf Regierungsparteien macht. Das ist doch klar. Aber den Druck suchst du dir aus. Nein, ich sage, dass es einen Unterschied macht, ob ich gegen eine objektiv klare Menschenrechtsverletzung demonstriere oder ob ich demonstriere und mit dem Weg nicht einverstanden bin bei einem Ziel, wo sich alle einig sind. Also es soll sogar Länder in Europa geben, die setzen, um klimafreundliche Politik zu erreichen, auf Kernenergie. Warum kleben die sich dann nicht für Kernenergie auf die Straße, wenn das die einzig objektive richtige Maßnahme ist? Weil ihr das nicht gefordert habt und das nicht versprochen habt. Also wir haben es mittlerweile, siehe mein Zitat, aus dem niedersächsischen Land. Stimmt, im Koalitionsvertrag ist es nicht. Ihr habt das nicht versprochen. Ihr habt aber versprochen, dass ihr euch für die anderthalb Grad... Einverstanden. Und das macht ihr nicht. Es gibt aber unterschiedliche Wege zum anderthalb Grad Ziel hinzukommen. Dass wir jeden Tag tonnenweise Kohle verbrennen in Deutschland, ist sicherlich kein Beitrag dazu. Sicherlich kein Beitrag dazu. Und dann haben wir gesagt, lass doch statt Kohle so viel zu verbrennen, die Kernkraftwerke ein bisschen länger laufen. Das nützt uns, weil wir was fürs Klima tun und es nützt uns, weil wir nicht so abhängig sind von Putin. Da haben die Grünen und die SPD gesagt, machen wir nicht. Okay, muss ich mit leben. Alles gut. Ich will das Fass auch nicht aufmachen. Ich versuche nur zu erklären, dass das... Ja, weil das Thema saukompliziert ist. Und weil ich nicht sagen kann, also genauso wenig, wie ich sozusagen übers Knie brechen kann, ob die eine Sitzblockade eine Straftat ist oder nicht, das kann ich halt einfach nicht sagen. Es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an, es kommt auf den Richter an, der es zu entscheiden hat. Kann ich nicht sagen, es gibt den einen objektiv richtigen Weg zum 1,5 Grad Ziel. Es gibt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sind davon überzeugt. Und ich finde das auch interessant, dass wir ohne die Speicherung und Verpressung von CO2, von klimaschädlichen Gasen im Boden, nicht die nötige Reduzierung der klimaschädlichen Gase hinbekommen werden. Trotzdem ist es schwierig, das in Deutschland umzusetzen. Wir können ja gleich mal über eure Klimavorstellung nochmal reden. Aber Nummer zwei macht es viele ungehorsam. Die Definition davon ist, in Kauf zu nehmen, auf Basis der geltenden Gesetze für seine Handlung, die moralisch begründet ist, bestraft zu werden. Ihr seid ja eine Bürgerrechtspartei. Ja. Aber wenn Rosa Parks... Ist Ziviler ungehorsam nicht ein Bürgerrecht? Und darum, weil ihr, du, dich nackt an die Wand gestellt hast und die Ideale der 68er-Verteidiger, die früher auch als Straftäter beschimpft wurden, müsstest du nicht der Erste sein, der diese letzte Generation, egal ob das jetzt passt oder nicht, was die machen, aber deren Außerparlamentarische Opposition verteidigst. Ich muss der Erste sein, wenn es darum geht, die Aktivisten der letzten Generation gegen staatliche Willkür zu verteidigen. Ich finde, man kann sich mal sehr intensiv darüber unterhalten, auch mal mit Ronen Steinkel, wie es eigentlich sein kann, dass die Staatsanwaltschaft in Bayern Journalisten abhört, wenn sie mit der letzten Generation telefonieren. Wollte ich dich auch noch fragen. Ja, finde ich problematisch. Muss man sich tatsächlich mal die Frage stellen, wie das eigentlich sein kann. Ich finde aber, dass es einen, wenn ich über zivilen Ungehorsam spreche, Riesenunterschied macht, ob ich die Regel breche, die ich abschaffen will, wie Rosa Parks setzt sich nach vorne im Bus, weil sie damit gegen die Maßgabe der Rassentrennung verstößt und damit karikiert und zeigt, wie absurd und wie menschenrechtsfeindlich das ist, oder ich einfach irgendeine Regel breche, irgendeine, die nichts damit zu tun hat, dass ich mich dafür einsetze, dass das 1,5 Grad Ziel erreicht wird, wo sich alle einig sind, dass sie es wollen und dass es wichtig ist, wo es aber sehr unterschiedliche Wege gibt, hinzukommen. Was ist denn der Weg? Du gibst ihm ja inhaltlich recht und sagst einfach nur, aber ja, diese Art zu protestieren, dieser zivile Ungehorsam, der passt mir nicht. Aber das war ja nicht meine Frage. Meine Frage war, grundsätzlich solltest du als FDPler der Bürgerrechte verteidigen und zivile Ungehorsam kann als Bürgerrecht gelten. Da sind wir uns ja einig, angesichts der Historie, solltest du nicht grundsätzlich die Freiheit der Andersdenkenden und damit auch des Vier Ungehorsams verteidigen? Egal, wie du jetzt deren grundsätzliche anlegst. Nee, das ist mir zu pauschal. Das ist mir zu pauschal. Weil du hast über Montagsdemonstrationen gesprochen, das ist Versammlungsfreiheit, das ist ein Bürgerrecht. Du hast gesprochen über die Anti-AKW-Bewegung, das waren auch Versammlungen, Meinungsfreiheit, okay, alles klar. Aber wenn ich sozusagen die Verletzung einer Strafnorm, gegen die ich an sich nicht vorgehe, also deren politische Forderung ist ja nicht, den Nötigungstatbestand abzuschaffen, sondern deren politische Forderung ist, dass die Ampel endlich das 1,5-A-Grad-Ziel einhält. Okay, alles gut. Aber darum geht es denen doch nicht. Es geht denen doch nicht darum, den Nötigungsparagraf abzuschaffen. Wenn ich gegen den verstoße, dann ist das erstmal per se kein Bürgerrecht. Nee, es ist kein Bürgerrecht, einfach so viele Nötigungen begehen, anzudürfen, wie ich will. Nee. Ob es Nötigungen sind, müssen Gerichte entscheiden. Das müssen Gerichte entscheiden. Genau. Sau kompliziert. Sau kompliziert. Du hast die letzte Generation auch als Antidemokraten bezeichnet. Ja, weil sie keinen Widerspruch dulden. Weil sie keinen Widerspruch dulden. Du redest selbst mit denen und die erdulden. Ich sehe ständig sie in Diskussionen, wie sie Widerspruch erdulden. Ständig. Auch mit dir. Und dann gehen sie anschließend los und kippen einem Fabel über die Geschäftsstelle. Das ist doch keine Art, unter Demokraten miteinander umzugehen. Was würden wir denn sagen, wenn künftig die Identitäre Bewegung oder die Nazis so vorgehen würden? Das will ich, dass wir so miteinander diskutieren. Ich glaube, die Identitäre Bewegung bezieht sich nicht darauf, das einzufordern, was ihr selbst versprochen habt. Die wollen was ganz anderes. Das stimmt, die wollen was ganz anderes. Aber trotzdem ist es aus deren Sicht, aber das kann kein Kriterium sein, um eine Protestform einzufordern. Ich beziehe mich darauf, dass du die letzte Generation als Antidemokraten bezeichnest und gesagt hast, auch am 4. März, wenn sich ihre Radikalisierung in diesem Tempo vorzert, wird diese Truppe früher oder später ein Fall für den Verfassungsschutz werden. Das stimmt, ist ja dann so. Habe ich mal geguckt, was der Verfassungsschutzpräsident zu denen sagt? Ja, ja, ja. Ich weiß, was er dazu sagt. Er sagt, die letzte Generation sagt im Grunde, hey Regierung, hallo Konstantin, ihr habt so lange geschlafen, ihr müsst jetzt endlich mal was tun. Dann sagt Haldenwang weiter, also anders kann man eigentlich gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert, wenn man die Funktionsträger zum Handeln auffordert. Das soll ein Antidemokraten sein? Ich empfinde die Attitüde, sich nicht auf Diskussionen oder... Sie lassen sich auf Diskussionen, das kannst du einfach nicht sagen. Nein, 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 nein. Sich darauf nicht zu beschreiben, das sage ich auch nicht. Stimmt. Hast du schon gesagt. Nee, ja, ich finde die Attitüde, sich auf Diskussionen einzufassen und dann anschließend zu sagen, so, wir haben jetzt irgendwie nett miteinander diskutiert und wir haben uns irgendwie nicht einigen können und deswegen darfst du jetzt irgendwie deine Mutter mit dem Auto nicht besuchen. Deswegen setze ich mich jetzt hier vor deine Haustür, um es mal ein bisschen zu karikieren. Das ist eine Art und Weise, miteinander umzugehen, die ich antidemokratisch nenne. Weil man sich zur Erlangung politischer Ziele nicht der Diskussion und dem Erlangen einer Mehrheit widmet, sondern weil man als radikale Minderheit etwas einfordert und schmollt und dann unzufrieden ist, wenn man das nicht erreicht. Weil man offensichtlich nicht in der Lage ist, Mehrheiten für sein politisches Handeln zu erzielen. Und das nenne ich antidemokratisch. Und ja, ich verstehe, dass, wenn man selber der Meinung ist, dass etwas ziviler Ungehorsam ist, dass das auch unbequem sein muss. Also man könnte sagen, wenn ziviler Ungehorsam nicht wehtut, dann ist es keiner. Ja, verstehe ich alles. Und so. Und deswegen gibt es auch glücklicherweise rechtsstaatliche Mittel zu untersuchen, ob das alles so in Ordnung ist, was im Einzelnen mit der letzten Generation gemacht wird. Aber ich kann nicht sagen, das, was ihr macht, ist ein Bürgerrecht und ich feiere das und ich finde das super. Hältst du das wirklich für radikal, was die machen? Ja. Ja. Ich habe mal geguckt, ich meine, es gibt ja auch andere, der Verfassungsschutzpräsident, der jetzt nicht als Linke oder Klimatyp gilt, hat das ja verneint. Andreas Voskuhle. Ja. Auch zehn Jahre Verfassungsgerichtspräsident, war auch schon hier zu Gast. Ja, das war eine super Folge. Nennt das Sandkastenspiele, was die machen? Das ist alles andere als radikal. Ihre Forderungen sind ja auch nicht radikal. Die Forderungen sind tatsächlich, liebe FDP, mach das, was ihr selber versprochen habt. Ja. Also. Und das ist übrigens auch nötig. Ich meine, der Weltklimarat hat jetzt im März nochmal herausgegeben, dass das, worauf sie sich beziehen, der Grund, warum sie sagen, ihr müsst was machen, ihr müsst unter Druck gesetzt werden, damit ihr euer Ziel, was ihr selber versprochen habt, eingehalten werdet. Und das sagt der IPCC ja selbst, ein schneller und weitreichender Wandel in allen Sektoren und Systemen ist notwendig, um tiefgreifende und anhaltende Emissionsminderungen zu erreichen. Ja. Das tut die Bundesregierung nicht. Das sagt die Bundesregierung selber. Das weißt du. Die Bundesregierung und Deutschland und damit deine Koalition, wo du teilwann bist. Tut nicht genug, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das würde ich sagen, ist so. Und trotzdem tut sie mehr, als viele andere Industriestaaten auf der Welt. Das ist aber jetzt, das ist nicht das Kriterium. Sie tut ihren eigenen Ansprüchen nach nicht genug. Und das ist doch das, was die letzte Generation Fridays for Future einfordern. Ja, das stimmt. Und das können sie auch sozusagen abstrakt erstmal einfordern. Und wenn sie dann aber eine strafbare Nötigung begehen, wenn das festgestellt wird, gerichtlich müssen sie dafür trotzdem gerade stehen. Das ist halt so. Wollen wir nur zur FDP-Klimapolitik an sich kommen? Wie du magst. Ich meine, ihr seid eine Antisubventionspartei. Na, wir stellen in Zweifel, ob es sozusagen immer den richtigen Anreiz setzt, wenn man über lange Zeit einen Wirtschaftsbereich subventioniert. Ja. Außer wenn es um Klimaschädelsubvention geht, oder? Es gibt unterschiedliche Begründungen für Subventionen. Über welche willst du sprechen? Ja, erstmal müssen alle weg. Also ich beziehe mich auf das Umweltbundesamt und die Bundesregierung wieder, die festgestellt hat, im Jahr, wir geben circa 60 Milliarden Euro indirekt oder direkt für klimaschädliche Subventionen aus. Ja, dann gehen wir sie doch mal durch. Sag doch mal, dann können wir doch mal darüber diskutieren. Wir können ja mal über die reden, wo die FDP hauptverantwortlich für ist, in Sachen Verkehr oder so weiter. Was hältst du? Es gibt die unterschiedliche Subventionen im Verkehr, da sind 31 Milliarden Euro pro Jahr drin. Ja, was ist das denn zum Beispiel? Pendlerpauschale, oder? Die Entfernungspauschale heißt das ja? Ja. Es gibt die Dienstwagenpauschale oder das Dienstwagenprivileg, es gibt die Energiesteuerbefreiung von Kerosin, es gibt die Mehrwertsteuerbefreiung von internationalen Flügen, es gibt das Dieselprivileg, das sind insgesamt 31 Milliarden Euro. Ja, dann fangen wir doch mal vorne an mit der Entfernungspauschale, das wäre halt ein krasser Schuss ins Kontor für alle Menschen, die jeden Tag zur Arbeit fahren. Gut, da bist du dagegen, dann reden wir darüber mal nicht, dann sind wir immer noch bei 25 Milliarden. Aber es ist, du kannst mir jetzt vorwerfen und das wäre auch... Ich will nur über die reden, die du anerkennst. Also Entfernungspauschale, okay, du willst ja immer verhandeln, sind wir noch bei 25 Milliarden. Was ist mit dem Dieselprivileg? Oder Dienstwagenprivileg? Es gibt Leute, die fahren mit dem Auto zur Arbeit, die brauchen einen Dienstwagen, das ist auch nicht immer die größte Karre, sondern das sind oft Leute, die sonst zwei Autos hätten und deswegen finde ich das gar nicht, finde ich das ganz gut, dass es da eine pauschale Versteuerung gibt. Die meisten Neuwagen werden übrigens über das Dienstwagenprivileg mittlerweile angeschafft, weil Unternehmen... Das sind sehr oft, wie du weißt, E-Fahrzeuge, weil die einer geringeren Besteuerung unterliegen. Ihr seid ja auch lustigerweise gegen die Subventionierung von E-Autos, aber ihr seid nicht gegen die Subventionierung von Dienstwagen und Dieselfahrzeugen. Naja, wir können die alle... Das ist lustig, ne? Naja, was heißt lustig? Also wir müssen die alle durchgehen im Einzelnen, diese Subventionen und uns mal überlegen, warum die eigentlich eingeführt worden sind und wenn es gute Gründe gibt, sie abzuschaffen, dann können wir uns ja mal gucken, ob wir darauf einigen. Ist das kein guter Grund, also einfach ein logischer Sagen, okay, wenn ihr schon gegen die Subventionierung von E-Autos seid, was ihr seid, naja, außer beim Dienstwagenprivileg, da gibt es das ja. Haben wir ja nicht abgeschafft. Nee, da müsstet ihr aber auch gegen das Dienstwagenprivileg sein und gegen das Dieselprivileg. Richtig? Rein logisch? Nein, ist nicht logisch, weil es ja noch andere Probleme gibt als den Klimaschutz und über die müssen wir auch sprechen. Gibt es wichtige Probleme als Klimaschutz? Ja, es gibt jedenfalls noch andere Themen als den Klimaschutz und wenn ich sage, es gibt nur den Klimaschutz und wir richten alles auf Klimaschutz aus und jede andere Thematik spielt keine Rolle mehr, dann werde ich in dieser Gesellschaft keine Mehrheit für irgendwas hinkriegen. Aber wer gegen die Subventionierung von E-Autos ist, muss doch auch gegen die Subventionierung von Dieselautos sein, oder? Wer A sagt, muss B sein? Wir subventionieren doch E-Autos. Es werden doch E-Autos subventioniert in der Gesellschaft. Das findet doch statt. Ja, da seid ihr ja dagegen. Man zahlt doch für ein E-Auto weniger als für einen Verbrenner an Steuern. Es gibt das, das hat Christian Lindner noch nicht abgeschafft. Also es ist doch nicht so, dass wir sozusagen jetzt hier einmal... Beziehungsweise über Wahlprogramm, da habt ihr euch ganz klar gegen E-Autos Subventionierung angesprochen, aber ihr fordert halt nicht Dieselprivileg beenden. Ihr wollt praktisch gar keine Klimaschinnensubvention beenden, das ist ja der Punkt. Also ich würde schon, also ich würde ehrlich gesagt schon sagen... Nenne mir doch mal ein Beispiel. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht und kann ich auch im Einzelnen nicht einsteigen. Dafür bin ich viel zu wenig Steuer- und Klimaexperte. Dafür, dass ihr das mal ab Graziel einhalten wollt. Aber ich weiß, dass ich, wenn ich in den Bundestagswahlkampf gehe und sage, liebe Freunde, das Wichtigste ist, dass wir den Planeten retten und deswegen schaffen wir jetzt die Entfernungspauschale ab, dass ich dann 0,5 Prozent bekomme. Das wird nicht passieren. Du kannst ja dann alle anderen abschaffen. Wir sind ja bei circa 60 Milliarden pro Jahr. Dann lässt du die Entfernungspauschale... Ja, da gibt es auch sozusagen Dokumente, aber man muss die halt sozusagen durchgehen und vielleicht gibt es ja einen Weg. Ich will das gar nicht... Das ist gar nicht mein Punkt. Vielleicht gibt es ja einen Weg, wie wir diese klimaschädlichen Subventionen runterkriegen. Ich glaube sogar, dass das besser wäre, wenn wir weniger klimaschädliche Subventionen hätten. Ich glaube aber, dass die Art und Weise, über Klimaschutz zu reden, bei dem ich das als Prinzip verabsolutiere und alle, die irgendwelche anderen Themen einbringen, wie irgendwie sozialer Ausgleich oder Leute müssen auch zur Arbeit kommen, die sind irgendwie Teufels. Es geht um die Finanzierung der Katastrophe. Wie bitte? Es geht um die Finanzierung der Katastrophe. Und wenn wir das Verbrennen von Fossilen fördern, dann ist das... Ja, aber wir brauchen doch eine politische Mehrheit dafür. Das Land ist uns um die Ohren geflogen, als... Nein, haben wir nicht, weil wir auch... Ihr habt eine Mehrheit... Eure Parteien haben eine Mehrheit bekommen. Ihr seid für das 1,5 Grad zählt. Also müsst ihr das machen. Ja, aber ich will nicht den Leuten einfach die Entfernungspauschale streichen. Das werde ich nicht tun. Dann hast du noch 10, 20 andere Sachen. Ich habe eine ganze Liste... Ja, die müssen wir im Einzelnen mal durchgehen und dann kann ich dir sagen, welchen Weg es da gibt. Ist dieser Referent in eurer Fraktion immer noch da, dieser Klimawandelleugner oder Verleugner? Welchen meinst du? Der Herr Hendrich? Steffen Hendrich? Steffen Hendrich ist... Ist er immer noch da? Ist immer noch Mitarbeiter der Bundestagsfraktion. Stehst du hinter dem? Ich habe mit Steffen Hendrich in meinem täglichen Arbeiten wenig zu tun, weil ich Innen- und Rechtspolitik mache und keine Klimapolitik, aber ich äußere mich auch nicht zu den Arbeitsverträgen einzelner Mitarbeiter. Das kann ich nicht machen. Ich meine, wenn in deiner innenpolitischen Fraktion da irgendwie einer, der sich für Rechtsextremismus einsetzt, arbeiten würde, dann würdest du das auch problematisch finden, oder? Ja. Und wenn jetzt ein Klimaskeptiker bei euch arbeitet, der das nachweislich im Großen und Ganzen propagiert, dann ist das auch problematisch, oder? Die hypothetische Frage, ob ich einen Nazi beschäftigen würde, kann ich mit Nein beantworten. Die konkrete Frage, ob eine, wie jetzt die arbeitsrechtliche Situation von Steffen Hendrich ist, kann ich nicht beantworten. Ich meine, der Typ behauptet, der Klimawandel habe unter dem Strich eher einen positiven Effekt oder aber solche, die eine Zunahme von dürren Hitzewellen und Extremniederschläge als Folge des Klimawandels in Abrede stellen. Trifft sich mit der Klimawandel-Leugner-Szene bei der Forschung eines Gegenberichts zum Bericht des Weltklimarats dabei. Ja. Schreibt für Eike, dieser Klimawandel-Leugner-Organisation, hat auch gesagt hier, ich denke nicht, dass wir eine Klimakrise oder einen Klimanotstand haben, ich denke, wir haben eine Krise der Klimapolitik. Ich glaube, ich habe mich an anderer Stelle... Weil Politiker von den Aktivisten getrieben wäre. Ja, also ich kenne die Zitate, genau, es nervt mich, weil ich mich an anderer Stelle von den Zitaten schon differenziert habe und das auch hier tue, aber ich gleichzeitig es nicht richtig finde, als Mitglied der Fraktionsführung öffentlich über die Arbeitsverhältnisse von Mitarbeitern zu sprechen. Denn, anders als Steffen Hendrich kann ich abgewählt werden. Das kann er nicht. Ihr könnt ihn feuern. Könnt ihr zur AfD schicken. Das, dazu möchte ich mich nicht äußern, das finde ich vermessen. Das würde kein Arbeitnehmer in Deutschland, würde das wollen, dass man in einem Interview über einzelne Arbeitsverträge redet. Das macht man nicht. Zum Schluss, du bist ja im Innenausschuss. Noch drei kurze Fragen. Dann kommen nämlich die Publikumsfragen. jetzt schon? Wenn du willst. Also, du hast ja nur gesagt, wir haben nur eine Viertelstelle länger. Ja, leider. Ein Thema, du bist Teil des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Da werdet ihr auch informiert, was die Geheimdienste so alles wissen. Weißt du, wer Nord Stream 2 gesprengt hat? Dazu kann ich mit Blick auf das Parlamentarische Kontrollgremium nichts sagen. Weißt du das? Ich will nur wissen, ob du das weißt. Ich habe nicht gesagt, wer es war. Ja, die Frage ist aber so gestellt, dass ich, also ich muss da tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil es strafbar ist, über Inhalte aus den Sitzungen des Parlamentarischen Kontrollgremiums zu sprechen. Und da du sozusagen mit dem Einstieg in die Frage unterstellt hast, dass das möglicherweise in der Sitzung eine Rolle gespielt haben könnte, möchte ich vermeiden, darüber etwas zu sagen. Ich finde aber, unabhängig. Wurdet ihr dazu schon gebrieft? Das ist glaube ich nicht geheim. Doch. Definitiv. Wurdet ihr auch von einem Jahr schon dazu gebrieft? Bevor es passiert ist. Das ist glaube ich auch nicht geheim. Du spielst an auf einen Artikel, also ein englischsprachiger Artikel, in dem unterstellt wird, es habe, genau, ich glaube, das ist der Artikel, den habe ich auch gelesen, in dem drin steht, es habe im Bundestag ein Briefing von Nachrichtendiensten gegeben über die Sprengung von Nord Stream 2. Die bedrohte, also angedrohte, Da ist es ja noch nicht passiert. Genau, so steht das da drin, also so wird es da unterstellt. Und ich kenne diesen Artikel, aber ich kann sozusagen diesen Artikel nicht mit meiner Tätigkeit im Parlamentarischen Kontrollgrebium öffentlich zusammenbringen. Ich weiß, aber ich glaube, es ist nicht geheim, ob ihr vor der Sprengung darüber schon brieft. Definitiv. Ja, ja, definitiv. Das heißt ja immer, dass der BND immer keine Ahnung hat. Ist das wirklich so? Nein, ich muss sagen, dass ich es verständlich finde und irgendwie auch nachvollziehbar, dass selbst liberale Demokratien wie die Bundesrepublik Deutschland Nachrichtendienste haben. Wir haben ja drei, BND, Verfassungsschutz und militärischen Abschirmdienst. Und weil wir da über krasse Behörden reden, die krasse Befugnisse haben, die irgendwie Kommunikation mitlesen dürfen, die Telefongespräche abhören können, die menschliche Quellen führen und so weiter, bedarf die Tätigkeit dieser Dienste einer parlamentarischen Überwachung. Und weil die halt über Geheimnisse sprechen, muss das irgendwie geheimstecken. Wissen unsere Zuschauer alles. Wir hatten schon sehr, sehr viele Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgrebium. Ich will nur wissen, ist der BND wirklich so doof, wie er gemacht hat. Genau, und ich will das irgendwie so ein bisschen reflektieren, dass man natürlich, wenn man sich sozusagen mit den Nachrichtendiensten beschäftigt, man notwendigerweise auch einen Einblick erhält, wie die so arbeiten. Ja, ist ja klar. Also sonst kann man es ja nicht verstehen. Man muss denen Fragen stellen. Dafür seid ihr da. Genau, man muss denen Fragen stellen. Man muss sie kontrollieren. Vorhalte machen. Man muss vielleicht auch mal was hinterfragen, Motivation hinterfragen, gucken, ob sie in ihrem gesetzlichen Rahmen geblieben sind. Also wer sich damit beschäftigt, der muss notwendigerweise ein bisschen verstehen, wie die so arbeiten. Und ich bin im Parlamentarischen Kontrollgremium seit, ich glaube, anderthalb Jahren. Es hat ein bisschen gedauert nach der Bundestagswahl, aber so ungefähr anderthalb Jahre bin ich jetzt da drin. Sodass ich, glaube ich, ein gewisses Grundverständnis entwickelt habe, aber dazu sagen will, dass ich nicht, also man lernt immer noch was Neues. Ja, so. Und mit diesem gewissen Grundverständnis, was ich jetzt irgendwie entwickelt habe, würde ich schon sagen, dass es Bereiche gibt, in denen unser Bundesnachrichtendienst mitunter in der Öffentlichkeit schlechter wegkommt, als er tatsächlich arbeitet. Ich habe mich ja gewundert, ich meine, es gibt ja auch andere Mitglieder eures Gremiums wie Herrn Kiesewetter, der, obwohl er bei euch im Gremium sitzt, öffentlich dann irgendwie spekuliert über Täterschaft, zum Beispiel bei Nord Stream 2. Obwohl das ja quasi dann andere Sachverhalte sind, als die, über die man hört, was ihr so gebrieft wurde. Ist das, macht man da sowas? Ich schätze Roderich Kiesewetter sehr. Er ist ein toller Kollege, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite. Ist das redlich? Also ich finde, ich schaue mir seine Interviews immer sehr gerne an und möchte nicht schlecht über den Kollegen sprechen. Und kann ich auch nicht, weil ich ihn gut finde. Dann Thema Rechtsextremismus. Vor der Wahl, ich habe noch so eine Meinung, so ein Gaskommentar in der neuen Zürcher Zeitung gesehen, du warst vor der Wahl, als du in der Oppositionswarte, hast du dich oft gegen Rechtsextremismus eingesetzt, gegen Nazis. Du hast unter anderem hier gesagt, angesichts der Taten der jüngeren Vergangenheit muss die Bekämpfung des Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus zu einer neuen Generationenaufgabe werden. Ja. Würdest du mir versprechen, dass ich das Gefühl habe, seitdem ihr an der Macht seid, dass das bisher nicht eingetreten ist, dass du dich eher an der letzten Generation abarbeitest, als an den Rechtsextremisten unseres Landes? Oder auch die Politik an sich? Das macht mich sehr nachdenklich und würde mich auch treffen. Nee, das würde mich treffen, weil ich den Satz, den ich geschrieben habe, nach wie vor richtig finde. Ich finde den auch sehr richtig. Die Bekämpfung der Rechtsextremisten als Generationenaufgabe? Fuck yeah. Ich habe vier Jahre im Innenausschuss gesessen, ich habe fast jede Sitzung mitgemacht und das waren die vier Jahre, in denen Walter Lübcke erschossen worden ist, in denen Halle und Hanau stattgefunden haben. Und du sitzt da als Anfang-30-Jähriger, der irgendwie in dieses Parlament gekommen ist und sich mit, weiß ich nicht, Einwanderungsgesetz, Wahlrecht und solchen Sachen beschäftigen will und kriegst plötzlich einen Einblick in die Dramatik, die die Radikalisierung der extremen Rechten in Deutschland für den Bestand unserer Demokratie bedeutet. Und deswegen habe ich das so geschrieben und würde das auch wieder tun. und ich glaube, dass wir bestimmte Schlussfolgerungen aus diesen Taten bisher noch nicht gezogen haben. Und auch, da bin ich auch nicht mit zufrieden, würde ich sagen. Warum ich, damit ich zufrieden bin oder warum wir es nicht gemacht haben? Warum ihr das erstens macht und zweitens, warum du dich ja auch öffentlich meinst. Seitdem du Teil der Regierung bist, ich sehe sehr selten noch das. Also du setzt dich gegen die AfD ein? Ja. Als politischer Arm des Rechtsextremismus? Dafür habe ich einen Ordnungsruf bekommen neulich. Ja. Also es ist jetzt nicht so, es ist eine Form von zivilem Ungehorsam im deutschen Bundestag. Gegen AfD und in der Politik und so weiter. Sure. Aber ich sehe nicht, dass du dich in deiner Politik gegen den gesellschaftlichen Rechtsextremismus einsetzt und dass ihr an sich nichts macht. Es gibt die rechten Netzwerke. In der Polizei, in den Sicherheitsbehörden. Es gibt, es gibt, also witzigerweise habe ich heute Morgen, bevor ich hierher gekommen bin, eine lange E-Mail geschrieben an meine beiden, ich bin Berichterstatter für das Beamtenrecht im Bundestag. Also jede Fraktion hat für jedes Thema einen Berichterstatter. Ich bin Berichterstatter für das Beamtenrecht und wir arbeiten gerade an einer Reform des Bundesdisziplinargesetzes, um rechtsextreme Beamte, um Nazis schneller aus dem Staatsdienst entfernen zu können. Und ich habe gerade jetzt irgendwie daran gearbeitet, deswegen trifft es mich irgendwie, dass man den Eindruck hat, das mag aber auch sein, dass das Thema kommunikativ irgendwie nicht mehr so eine Rolle spielt bei mir. Ich glaube nach wie vor, dass das wichtig ist. Ich glaube, dass wir schauen müssen, dass rechtsextreme Netzwerke, die beim Staat tätig sind, zerschlagen werden müssen. Ich glaube, dass wir eine grundsätzlich andere Sicherheitsarchitektur brauchen. Ich glaube, dass unsere Nachrichtendienste im Inland nicht hinreichend miteinander kommunizieren, wenn es um rechtsextreme Gefährder und Gewalttäter geht. Dass wir das nicht ändern, liegt ein Stück weit daran, ohne dass ich jetzt jemanden konkret beschuldigen will, dass die Länder sehr stark auf ihren eigenen Behördenbestand achten. Also niemand will gerne seine Informationen, die er hat, beim Landesnachrichtendienst, also beim Landesamt für Verfassungsschutz teilen mit anderen. Niemand will das gerne öffnen, sozusagen. Das ist jetzt nicht nur ein Föderalismusproblem. Auch. Das ist auch ein Föderalismusproblem. Aber was das Thema rechtsextreme Netzwerke im Beamtenbereich angeht, da sind wir gerade tätig und da kann ich nur sagen, da wirst du von mir und von uns noch einiges hören. Und ich halte es nach wie für ein wichtiges Thema. Ich war vor ein paar Wochen war Vorstand des Bundesverfassungsschutzberichts 2022, die aktuellen Zahlen und Verfassungsschutz sind, dass es 40.000 Menschen in Deutschland gibt mit Rechtsextremismuspotenzial. 14.000 davon sind gewaltbereit. Dann sind, es gibt bewaffnete Nazis in Deutschland, die legal bewaffnet sind. Also die sind höchst gefährlich. Gewaltbereite Rechtsextremisten. Stark steigende Zahlen, die letzten Zahlen, die ich gefunden habe von 2021, sind 1.600. Ich glaube, wenn wir jetzt im letzten Jahr und das heutige Jahr sehen, wird die Zahl immer noch weiter ansteigen. Die sind alle immer noch bewaffnet. Nee, also tatsächlich sind einige entwaffnet worden, aber das geht nicht schnell genug. Das liegt unter anderem daran, dass wir irgendwie... Du hast übrigens auch nur die Entwaffnung von den 500 Reichsbürgern gefordert, was ich gesehen habe. Nee, ich würde auch sagen, alle gewaltbereiten Rechtsextremisten müssen entwaffnet werden. Keine Frage. Geht aber übrigens mit unserem Geld in Waffenrecht schon. Muss man aber machen. Passiert nicht. Ja, Landesinnenminister, bitte loslegen. Also, verstehe ich, ja, aber... Das sind Länder schuldig. Auch der Bund kann bestimmte Dinge schneller machen und muss sie verbessern. Ich denke zum Beispiel an den Aufbau eines Gefährderbewertungssystems, wie wir es im Bereich Islamismus haben. Radar, Radar heißt das, Radar Islamismus haben wir. Wir brauchen das auch im Bereich Rechtsextremismus. Schneller, muss schneller aufgebaut werden, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir auch noch mal intensiv darüber diskutieren könnten, wie es eigentlich dazu kommt, dass die AfD bei 20 Prozent steht in manchen Umfragen. Aber unabhängig davon ist die Bekämpfung von Rechtsextremismus ein wichtiges Thema für mich. Nach wie vor, würde ich sagen. Dass ich es sozusagen, ich glaube, würdest du mir glauben, wenn ich sage, dass ich merke, dass ich es auch wirklich merke, dass ich mein Kommunikationsverhalten seit wir in der Regierung sind, selber dramatisch verändert hat. Also dass die Art und Weise, wie ich über Politik rede, über das, was ich mache, so, das fällt mir total auf. Du hast, bevor du in die Regierung gekommen bist, hast du dich, wenn ich sagen würde, sehr oft gegen Nazis und Rechtsextremismus eingesetzt. Ja, aber es gibt andere Themen. Seitdem du in der Regierung bist, in der Regierungskoalition, seitdem du öffentlich auftrittst, du fällst, kann Hans dir ja gleich auch nochmal sagen, meistens da auf, dass du dich gegen die letzte Generation, gegen junge Leute einsetzt, die sich an euch richten, weil die Forderungen nicht einführt. Anstatt das zu machen, wofür du ja unter anderem geile Arbeit vielleicht geleistet hast, nämlich die bewaffneten Nazis entwaffnen und die Nazis an sich kleiner werden lassen. Das entspricht aber nicht der Wahrheit, sondern ich arbeite gerade an der Öffentlichkeit. Dazu kann ich ja mich jetzt verhalten. Ich arbeite jetzt gerade an einem Gesetz, ja in diesen Wochen, mit dem rechtsextreme Beamte, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen und trotzdem mit der Dienstwaffe durch die Gegend laufen, aus dem Staatsdienst entfernt werden. Das ist eine Sache, die ich auch gefordert habe in der letzten Wahlperiode und die wir jetzt umsetzen. Also das ist eine Sache, die ich sozusagen selber mache und so das tue ich. Und ich finde es, ja es ist, sagen wir mal, ein schöner Vorwurf zu sagen, du arbeitest dich an der letzten Generation ab und kümmerst dich nicht um Rechtsextremisten. Die Wahrheit ist, in den letzten Wochen vor der sogenannten Sommerpause habe ich vor allen Dingen Fachkräfteeinwanderung gemacht. Das war das große Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe. Also, ja, kann sein. Ich nehme das gerne mit und gelobe, dass ich mir mein eigenes Kommunikationsverhalten zum Thema Rechtsextremismus nochmal angucke. Aber man kann mich ruhig am Ende der vier Jahre auch an den Gesetzen und an den Verbesserungen messen, die wir da erreicht haben. Ich messe dir an deinen Worten. Kannst du immer machen. Letztes Thema. Ja, zum Schluss. Frankreich. Ja. Da gab es den Polizeieinsatz gegen den 17-jährigen Autofahrer. Der wurde am 27. Juni getötet, erschossen vom Polizisten. Das Video der Tat war tagelang im Netz. Du hast dich unter anderem am 6. Juli, also mehr als 10 Tage nach dieser Tötung im Bundestag hingestellt und hast gesagt, zitiere, meine Damen und Herren, am 27. Juni dieses Jahres kam ein 17-jähriger Franzose bei einer Polizeikontrolle ums Leben und im Nachgang entwickelten sich schlimme Ausschreitungen, Vandalismus, nie dagewesen Attacken auf Polizeibeamte. Merkst du es? Du bist der Auffassung, dass ich die Tat relativiere und dass ich möglicherweise das nicht so klar benenne, wie du es jetzt siehst? Der 17-jährige Franzose ist nie ums Leben gekommen. Ja, er ist erschossen worden. Das weiß ich. Der wurde getötet von einem Polizisten. Ja, ja, das weiß ich. Das hast du mit keiner Silbe in deiner Rede angesprochen. Ich glaube, wenn du die Rede weiter verfolgt und gehört hast über die Aufstiegschancen von Menschen in verschiedenen Stadtteilen gesprochen. Ich habe über die Fehler in der Stadtplanung gesprochen, die dazu führen, dass wir in bestimmten Bereichen in Deutschland in der Stadt die Polizei als Opfer zumindest charakterisiert. Du hast nicht die Tat den Täter den Polizisten in irgendeiner Weise thematisiert. Du hast wenn dann zu schnellen Strafen der Krawallmacher in Frankreich aufgerufen. Nein, da ging es schon nicht mehr um Frankreich. Da ging es um die Frage, was man aus dieser Tat für Deutschland lernen kann und was möglicherweise das mit uns zu tun hat. Ja, aber auf jeden Fall Polizeigewalt offenbar nicht. Das war nicht dein Thema. Weil es in dieser aktuellen Stunde, die übrigens die AfD beantragt hatte, um Folgendes geht. Da kann man nicht die Wahrheit sagen? Also, warum gibt es diese aktuelle Stunde? Die gibt es, weil die AfD gerne den Eindruck erwecken, dass wir morgen Krawalle, wie es sie in Frankreich gegeben hat, oder Ausschreitungen, wie man es nennen will, dass es die morgen auch in Deutschland gibt. Und der ganze Sinn meiner Rede, warum ich die so gehalten habe, ist, dass ich keinen Bock habe auf eine Diskussion, bei der die politische Rechte die ganze Zeit ruft, Migranten sind schuld daran, dass unsere Städte in Schutt und Asche gelegt werden und die Linke die ganze Zeit ruft, die Polizei besteht aus Faschisten, die die ganze Zeit Migranten erschießen. Darum ging es nicht. Es ging darum, dass ein Polizist einen 17-Jährigen erschossen hat und du das nicht so gesagt hast. Ich bin mir sicher, dass Konstantin Kuhle, wenn ein 17-Jähriger einen Polizisten erschossen hätte, du nicht gesagt hättest, meine Damen und Herren, am 27. Jungen dieses Jahres kam ein Polizist ums Leben. Ich nehme wahr, dass dir das nicht reicht und ich respektiere das und ich kann es auch verstehen, warum dir das nicht reicht und warum das, warum man das auch anders sagen kann. Das ist eine Verzerrung der Wirklichkeit. Der Grund, warum ich die Rede so gehalten habe, war, dass ich kein Öl ins Feuer gießen wollte, sondern dass ich einen Beitrag dazu leisten wollte. Wenn du die Wahrheit sagst, gießt Öl ins Feuer. Nein, die gesamte Rede steht unter der Motivation, habe ich gehalten in der Motivation, dass wir es nicht zulassen dürfen, dass die gesellschaftliche Spannung, die wir in Deutschland leider auch haben, sich weiter so entwickelt, wie sie ist. Und man hätte es auch sagen können, wurde von einem Polizeibeamten erschossen. Würde die Realität wahrscheinlich... Müsste man das sagen? Willst du das künftig sagen? Also ich verpflichte mich hierzu gar nichts, was ich im Bundestag irgendwie irgendwo sage. Das ist aber die Wahrheit, Konstantin. Ja, aber trotzdem kann ich nicht sagen, was ich wann wo sagen werde. Aber ich akzeptiere und ich respektiere, warum man das irgendwie so, ja, warum man das für angemessen erhält. Das kann ich total nachvollziehen und, ja, kann ich, nehme ich als konstruktive Kritik so auf. Aber die Gesamtrede, muss ich sagen, damit bin ich zufrieden und glaube nicht, dass ich da irgendwie einen großen Patzer mir geleistet habe. Letzte konstruktive Kritik. Ich habe zwar in einer sehr wichtigen Studie, die vor zwei Wochen vorgestellt wurde, im Innenministerium sind wir mal Muslimfeindlichkeiten nichts von dir gehört. Da kam es, weil wir beim Rechtsextremismus waren, da kam ein, das zentrale Ergebnis war, jeder Zweite in Deutschland stimmt muslimfeindlichen Aussagen zu. Ja. Das ist doch eine riesengroße Glocke in Sachen Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft. Warum habe ich da von dir nichts gehört? Keine Ahnung, aber ich war vor, weiß ich gar nicht mehr, vier Wochen, acht Wochen, also ein bisschen bevor die Studie erschienen ist, hier um die Ecke, fußläufig in der HU bei einer Diskussion der Alhambra-Gesellschaft, in der es um innermuslimischen Dialog ging und habe eine Rede gehalten über, ist online verfügbar, kann man sich angucken, über antimuslimische Stereotype und über auch sozusagen die Tatsache, dass wir was gegen Muslimfeindlichkeit tun müssen. Also ja, ich kann mich nicht zu allem äußern. Würdest du mir zustimmen, wer von Rechtsextremismus redet, darf über Muslimfeindlichkeit nicht schweigen? Ja, würde ich zustimmen. Gott sei Dank, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Hast du dich gut geschlagen, glaube ich? Ich will mich selber nicht bewerten. Das muss uns Hans jetzt sagen. Achso, ja, mal sehen, was anhanden. Als dritter mal gucken, was du als Publikumsfragen noch als Auftauch. Danke für deine Zeit, kommen bald wieder. Alles Gute. So, jetzt geht's weiter. Klar. Es war eine lebhafte Diskussion und ich steige direkt ein mit den Fragen. Warum verdienen Menschen, die auf unser Geld aufpassen, so viel mehr Geld als die Menschen, die auf unsere Kinder aufpassen? Das ist eine gute Frage, bei der ich mich frage, ob es um, also geht es um Leute, die in Banken arbeiten oder geht es um Leute, die in sozusagen, die auf Steuergelder aufpassen, weil auch die oftmals mehr verdienen als. Ja, ich habe den Eindruck, es zielte auf Banken, Fondsmanager und sagen wir die Finanzbranche. Ja, also die Begründung ist natürlich, dass Menschen, die auf Kinder aufpassen, also typischerweise Erzieherinnen, Erzieher, Menschen, die im sozialen Sektor arbeiten, bezahlt werden aus Steuermitteln, Beitragsmitteln, teilweise auch Gebühren, die man noch da oben drauf bezahlt. Das heißt, man muss das Geld sozusagen einmal einsammeln und muss dann eine Bürokratie organisieren, um dieses Geld sozusagen zu verteilen. Und bei Menschen, die im Bankensektor arbeiten oder so, da organisiert sich das sozusagen von selbst. Also da muss ich sozusagen nicht, da greife ich nicht regulierend ein. Das ist die Begründung, warum es so ist. Aber da steckt ja eine Prioritätensetzung letztlich irgendwie mit drin, dass uns Kohle mehr wert ist als Kinder. Es steckt eine Prioritätensetzung der Gesellschaft da drin und wir müssen uns die Frage stellen, ob die Politik in der Lage ist, diese Prioritätensetzung zu korrigieren. Und ich bin mir, also ich glaube nicht, dass die Politik das so korrigieren kann, dass sie einfach ein Einheitsgehalt für alle festlegt. Aber ich glaube, dass die Politik sich durchaus Gedanken darüber machen kann, wie man Erzieherin und Erzieher besser bezahlt oder wie man für eine vernünftige Gesundheitsvorsorge arbeiten kann oder wie man vielleicht dafür mal sorgen kann, dass überall, ich weiß gar nicht, ob das überall schon so ist, aber es war in Niedersachsen jedenfalls nicht immer so, dass Leute, die einen Erzieherberuf ergreifen, nicht wenn sie eine Ausbildung machen, auch noch Geld mitbringen müssen, was ich für absurd halte. Also das halte ich für völlig daneben. Da würde ich versuchen oder schlage ich vor, dass man denen eine ordentliche Ausbildungsvergütung bezahlt. Ausbildungsvergütung. Dazu wurde gefragt, wie bist du denn eigentlich in so jungen Jahren an 40.000 Euro Kredit für deine Ausbildung gekommen? Es gibt einen Vertrag zwischen der Bucerius Law School und zwischen der Hamburger Sparkasse und zwischen der Deutschen Bank und jeder, der eine Zusage bekommt für einen Studienplatz an der Bucerius Law School und sagt, ich brauche einen Kredit, bekommt automatisch diesen Kredit. Man braucht keinerlei Sicherheiten, man braucht keinerlei reiche Eltern oder Bürgen oder sonst was, sondern es reicht, dass man den Studienplatz hat und dann bekommt man die Kredite. Also es spielt keine Rolle. Andere wiesen darauf hin, es gibt ja auch Kredite bei der KfW. Da wird gesagt, bei 7,8% Zinsen bei der KfW und Einsparungen im BAföG-Bereich. Wie soll da für Arme oder Kinder aus armen Familien deiner Meinung nach keine Abschreckung erfolgen? Die Einsparungen im BAföG-Bereich beziehen sich nach meiner Kenntnis nicht auf den BAföG-Satz, sondern auf die Gesamtsumme. Das ist also ein bisschen komplizierter. Es wäre absolut, also nach meinem Verständnis absolut daneben, wenn man jetzt sozusagen den BAföG-Satz runternehmen würde. Ja, weil wir haben irgendwie 10% der Inflation jetzt gehabt. Das heißt, natürlich muss das sozusagen langfristig mehr werden. Aber die Frage ist, wie organisiere ich sozusagen das System, dass ich insgesamt den BAföG-Bereich effizienter organisieren kann. So ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Punkt bei BAföG. Ja, aber wenn die Gesamtsumme nachher, ich greife es jetzt mal wirklich, ohne es zu wissen. Angenommen, BAföG ist in der Summe wegen mir 20.000 Euro. Ja. Darauf 7,8%, das ist eine Menge Holz. Ja, finde ich, ist sozusagen abschreckend, würde ich sagen. Nehme ich als abschreckend wahr, würde ich sagen. Ich bin, nächste Frage oder Anmerkung, ich bin ehemaliges Mitglied der FDP, deswegen ausgetreten, weil die FDP seit 1981 nicht mehr einen wirklich relevanten linksliberalen Flügel hat. Wie siehst du das? Ich bedauere, dass Menschen aus der FDP austreten, weil sie den Bürgerrechtsliberalismus oder weil sie das, was sie unter Liberalismus verstehen, in der FDP nicht sehen oder erkennen können. Und wir haben ja ausführlich mit Thilo über die sozusagen Zeit der sozialliberalen Koalition gesprochen, die endete 1982 mit dem konstruktiven Misstrauensfotum. Und es gab damals sehr viele Menschen 81, 82, die aus der FDP ausgetreten sind. Ich glaube, ein Drittel oder so der Menschen. Bekannte Namen, Günther Verheugen, dabei ehemaliger Generalsekretär. Ingrid Matthäus Mayer. Also ganz spannende Persönlichkeiten, die ausgetreten sind. Es gab aber damals auch Persönlichkeiten wie Gerhard Baum, wie Burkhard Hirsch, wie Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, die explizit in der FDP, oder Hildegard Hambrücher, die explizit in der FDP geblieben sind. Wie nah fühlst du dich denen? Ich fühle mich denen sehr nah. Und ich, Warum? Weil ich sie für inspirierende Persönlichkeiten halte und weil ich sie für glaubwürdig in ihrem Einstehen für den Rechtsstaat und für die Menschenrechte halte. Und bei einem Gespräch mit Gerhard Baum kann man sehr viel lernen. Und ich habe selber jüngst als Abgeordneter gegen die Bundesregierung geklagt, vor dem Bundesverfassungsgericht, weil sie mir nicht genug gesagt haben über die Nachrichtendienste. Und ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, wenn nicht vorherige Generationen wie ein Gerhard Baum oder so auch mal gesagt hätten, ich lasse mir nicht alles gefallen. Und deswegen habe ich eine gewisse Nähe zum Bürgerrechtsliberalismus. Ich habe aber versucht in dem Gespräch mit Thilo Jung zum Ausdruck zu bringen, dass dem Liberalismus nicht geholfen ist, wenn er sich aufspalten lässt in Links- und Rechtsliberalismus und dass Menschen, die die FDP auf eine bestimmte Art und Weise haben wollen, das ist ja legitim, dass die in der FDP besser aufgehoben sind als außerhalb der FDP. Ja, aber eine Prioritätensetzung ist ja nicht notwendigerweise eine Aufspaltung. Das stimmt. Und diese Prioritätensetzung, die habe ich natürlich auch, aber das liegt bei mir natürlich, Ja, ich mache natürlich Innen- und Rechtspolitik. Das ist ja sozusagen der Punkt, unter dem ich immer so leide, dass man mir nur, in Anführungszeichen, weil ich Innen- und Rechtspolitik mache, in der die FDP natürlich in einer Koalition mit der SPD und den Grünen sich für die Bürgerrechte einsetzt, Strafnormen zurückschreckt, eine Einwanderungspolitik macht mit einem Einwanderungsgesetz, jetzt diskutieren wir über eine Staatsangehörigkeitsreform, also diese Dinge, wir machen sozusagen, uns gleichzeitig einsetzen für einen funktionierenden und modernen Rechtsstaat, dass man daraus ableitet, man sei irgendwie links oder linksliberal. Das entspricht nicht den Tatsachen, sondern ich bin auch, das sage ich jetzt auch mal so ganz offen, jemand, der sich klar mit der Finanzpolitik von Christian Lindner und der Verkehrspolitik von Volker Wissing identifizieren kann. Ich kann mich mit dem identifizieren, was die machen und ich begreife mich als Liberaler und ich mache aber eben Innen- und Rechtspolitik und manche sozusagen verstehen das dann schon als Sozialliberaler, aber nur weil ein Liberaler Innen- und Rechtspolitik macht, ist er nicht automatisch links, genauso wie ein Liberaler, der Wirtschaftspolitik macht, nicht automatisch rechts ist. Also du bist liberal auch in der politischen Farbenlehre. Manche würden sagen, guck an, Kuhle ist ein cooles Chamäleon. Ja, wenn man den, also manche würden das sagen, ja, das kann ich, also verstehe, warum man das sagt. Ich möchte dem aber entgegentreten und sagen, dass das Rechts-Links-Schema eben politische Haltungen nicht hinreichend abbildet. Also ich kann sozusagen, verstehe mich nicht als Linker und ich verstehe mich auch nicht als Rechter. Das beschreibt mich nicht akkurat so und es gibt auch nicht nur, gibt halt nicht nur links und rechts, ja, sondern es gibt auch eine Mitte und es gibt auch eine Dimension, die nicht erwirtschaften oder verteilen ist, sondern bei der es um Weltoffenheit und um Abschottung geht und die kommt auch noch dazu, ja. Also es gibt neben der wirtschaftlichen Dimension auch eine gesellschaftliche Dimension, und das ist politikwissenschaftlich ja auch mittlerweile erwiesen und ich habe ja vorhin die Kontrollfrage gestellt, ob Sarah Wagenknecht eigentlich eine linke Politikerin ist, die leider nicht beantwortet worden ist, aber ich weiß es nicht. Ja, das ist aber auch nicht der Ort hier. Ja, alles gut. Ich meine, das müsstest du mit ihr oder mit einem ihr nahestehenden Podcast nicht. Absolut, absolut. Ich versuche das nur als sozusagen als einen Gedanken in den Raum zu stellen, weil ich eben glaube... Ja, oder auch ein halbgeschicktes Umschiffungsmanöver. Who knows? Ja, who knows? Halbgeschick ist aber okay. Hier gibt es eine Folgefrage. Ist das nicht eine politische Geisterfahrt von Christian Lindner, wenn andere Länder wie China und die USA vermehrt erfolgreich in die staatlichen Ausgaben und Interventionen gehen, um das Land aufzubauen? Bezieht sich auf seine Position eher restriktiv davor zu gehen? Also wir hatten 2021 eine Zinsbelastung im Bundeshaushalt von knapp 4 Milliarden und 2 Jahre später, jetzt Ende 2023, werden es wahrscheinlich so um die 30 Milliarden sein. Das ist einfach nur Geld, was wir ausgeben, weil wir Schulden gemacht haben. Diese 30 Milliarden sind mehr als der Bildungshaushalt. Wir geben im Bundeshaushalt mehr Geld für die alten Schulden aus, um die zu bedienen, als für Bildung. Und das zeigt, dass Schulden gefährlich sind. Dass Schulden, die Handlungsspielräume kommender Generationen einschränken. Und deswegen hat Christian Lindner meine Unterstützung, wenn er da vorsichtig vorgeht. Und jeder weiß auch, die teuersten Ausgaben sind die, die man nicht rechtzeitig tätigt. Ja, das stimmt. Das merkt man manchmal auch privat. Dann ärgert man sich hinterher. Jetzt hatten wir gerade eine Zeit in Deutschland, in der, oder wir haben sie immer noch, in der wahnsinnige Krisen über unser Land hereinbrechen, an denen wir teilweise selber mit Schuld sind. Ja, unsere Abhängigkeit in der Energiefragen von Russland mal vorausgesetzt. Und das ist der russische Krieg gegen die Ukraine und das ist die Corona-Krise gewesen. Und wir haben eine wirklich sehr, sehr hohe Summe mobilisiert als Gemeinwesen, um das einigermaßen abzufedern für die Menschen. Da ist auch viel zu Bruch gegangen. Es ist auch gesellschaftlich viel zu Bruch gegangen in dieser Zeit. Und jetzt haben wir einen Bundesfinanzminister, der sagt, der Staat kann nach so einer krassen Zeit nicht jedes Risiko abfedern und nicht jeden Ausgabenwunsch erfüllen. Und das finde ich sinnvoll. Ja, aber welche, auch das war eine Frage, da wird kritisch gesehen, welche Prioritäten dann wieder Christian Linden als Finanzminister sieht, Kindergrundsicherung errechnet waren, vom Fachministerium zwölf Milliarden Bedarf. Jetzt steht als Platzhalter zwei Milliarden drin und jetzt hofft die Ministerin, die Familienministerin, irgendwas zwischen zwei und sieben Milliarden. Wäre immer noch eine Halbierung des Bedarfs. Ein anderes Beispiel, die Folgeforschung, Pflegefolgenforschung für Long-Covid war ausgerechnet worden, dass 100 Millionen nötig sind, um die Forschung zu betreiben. Jetzt wurden im Haushalt 20 Millionen plus vielleicht noch mal 20 gebilligt. Das ist noch nicht mal die Hälfte. Und am gleichen Tag hat Christian Lindner, derselbe Finanzminister, ein Steuerentlastungspaket für die Wirtschaft von sechs Milliarden verabschiedet. Das vergrößert doch die Schere zwischen denen, denen man das Geld gibt und denen, denen man es nicht gibt. Man muss sich jede einzelne Ausgabe angucken und entscheiden, ob die was bringt oder nicht. Und wenn man mehr hätte, wenn man gerne mehr hätte, dann muss man sagen, warum man gerne mehr hätte. Wenn man irgendwie was abgeben kann, dann so. Aber man kann nicht das so aufrechnen. Also ich kann jetzt sozusagen auch... Aber man kann es gegenüberstellen. Ja, na klar, das kann man machen. Aber das ist natürlich... Die einen sechs Milliarden als Entlastung für die Unternehmer und gleichzeitig die bestenfalls Halbierung der Finanzierung der Kinder grundsicherung. Ja, also das ist nur eine schöne Gegenüberstellung. Und dahinter stehst du? Ja, also wir haben über 100 Familienbezogene politische Leistungen in Deutschland. Wir haben soziale Leistungen. Und eine wachsende Kinderarmut. Ja, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Wie kann es sein, dass wir so viele soziale Leistungen in Deutschland haben, dass die Familien teilweise gar nicht wissen, dass sie anspruchsberechtigt sind? Beispielsweise mit Blick auf den Kinderzuschlag, den man bekommt, wenn man arbeitet, aber so wenig Geld verdient, dass man seine Kinder davon nicht vernünftig ernähren kann. Manche sagen, das ist Ausfluss. Und das wissen die Leute gar nicht. Manche sagen, das sei Ausfluss dessen, was man neoliberale Politik nennt. Dass wir so viel Geld für Sozialleistungen ausgeben, dass wir nicht wissen, wo es am Ende landet. Ja. Weil neoliberale Politik ja nicht nur von einer liberalen Partei gemacht wird, sondern in England war es Labour unter Tony Blair, in Deutschland war es unter Gerhard Schröder. Entlastung der Wirtschaft von sozusagen staatlichen Eingriffen, Vorgaben. Das nennt man neoliberale Politik. Und manche sagen, das, was wir da jetzt erleben, in den Familienstrukturen, im Sozialgefüge ist zeitversetzter Ausfluss dieser Politik. Daher käme das. Ich sehe die Entwicklung der deutschen Sozialausgaben, die Entwicklung der Steuereinnahmen und ich frage mich, ob unser Sozialstaat eigentlich effizient genug organisiert ist. Manche würden sagen, dass eine effizientere Organisation des Sozialstaats neoliberale Politik ist, wahrscheinlich. Aber ich glaube, unser Sozialstaat ist nicht effizient genug. Die Leute wissen überhaupt nicht, was ihnen zusteht. Die beantragen das nicht. Die kriegen das nicht. Und dann sagt die Familienministerin, ich brauche 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung. Da fragt man zurück, was ist denn die Kindergrundsicherung? Dann sagt sie, das sage ich euch später. Ich will erst mal 12 Milliarden haben und dann sage ich, was die Kindergrundsicherung ist. Und dann sagt der Finanzminister, der dafür zuständig ist, die Kohle zusammenzuhalten, na, also liebe Frau Paus, da muss ich aber erst mal wissen, was sie damit machen wollen. Das finde ich sinnvoll. Und die 6 Milliarden Entlastung für die Unternehmen. Endlich, endlich mal eine Antwort. Das finde ich super, dass er das gemacht hat. Wir haben ja Menschen, die machen sich Sorgen, ob es morgen überhaupt noch eine Industrie in Deutschland gibt. Weil jeden Tag Betriebe dicht machen, weil die Energiepreise so gigantisch sind, dass wir wirklich wirtschaftlich große Probleme haben. Bin jetzt gerade viel unterwegs im Land und ja, die Unternehmen müssen entlastet werden. Und wir müssen was gegen Kinderarmut tun. Aber da brauche ich ein Konzept für. Ja, also ich hatte mal gehört, dass die Elemente dieser Kindergrundsicherung durchaus auch in Gesprächen zwischen den Ressorts unter Beteiligung des Finanzressorts schon genannt worden seien. Aber ich stecke da ja nicht drin. Also dann brauchen wir mal ein Gesetz. Dann brauchen wir mal gesetzlich, was ist die Kindergrundsicherung? Und dann dürfen es auch wieder mehr als sieben Milliarden sein? Na, wenn es eine plausible Erklärung gibt, mehr als zwei, dann gibt es eine plausible Erklärung gibt, warum das so viel sein muss und es einen fünf Milliarden Mehrbedarf gibt, dann müsste Lisa Paus noch sagen, wo die anderen fünf Milliarden herkommen sollen und dann kann man sowas beschließen. Ja, warum muss sie das sagen, wenn der Finanzminister hat ja auch nicht gesagt, woher die sechs Milliarden Erleichterungen für die Wirtschaft kommen. Am Ende müssen wir alle gemeinsam den Haushalt beschließen. Am Ende müssen alle gemeinsam, also ich muss die Hand am Ende auch dafür heben, obwohl ich gar nicht im Familienausschuss bin, muss ich am Ende auch sagen, so machen wir es. Und da sitzen dann alle in einem Boot in so einer Regierung. Konkrete Frage, weshalb müssen Jugendliche immer noch einen Teil ihrer Ausbildungsvergütung abgeben, wenn die Eltern Bürgergeld beziehen? Eine, wie ich finde, super berechtigte Frage. Wir haben ja dafür gesorgt, dass sie den Löwenanteil nicht mehr abgeben müssen und darauf bin ich sehr stolz, dass wir das hinbekommen haben und ich glaube, einen kleinen Teil gibt es immer noch. Wenn es nach mir geht, könnte man das auch ganz abschaffen. Okay. Dann jetzt eine Grundsatzfrage, die dich freuen wird. Warum scheint der Freiheitsbegriff der FDP praktisch nie die Freiheit von Existenz- und Zukunftsängsten für die breite Klasse oder für die breite Masse zu umfassen, sondern immer nur die Freiheit der Reichen. Also Freiheit von Angst, Freiheit von Existenzbefürchtung. Also ich würde sagen, dass ein wohlverstandener Freiheitsbegriff auch die Freiheit vor Existenzangst, vor Zukunftsängsten umfassen muss und wenn meine Partei bei dem Fragesteller oder der Fragestellerin so ankommt, das macht mich traurig und nachdenklich und da muss man dann muss man das anders rüberbringen, denn unsere Inhalte, wir haben ja beispielsweise über das Thema Aktienrente, wir haben über das Thema Minijobgrenze, wir haben über das Thema Bürgergeld, gerade eben ganz kurz, aber wir haben über viele Punkte gesprochen, mit denen wir uns dafür einsetzen, dass der Einzelne mehr Freiräume und weniger Existenzangst hat und ich glaube, ja, das ist ein richtiger Freiheitsbegriff, wenn man auch keine Angst haben muss vor der Zukunft. Wir haben noch drei Minuten, wir probieren ein paar Speed-Fragen. Akzeptierst du sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, dass finanzielle und soziale Ressourcen entscheidende Faktoren für die Chancen auf die Entwicklung von Kindern haben? Ja. Wie will die FDP Steuerhinterziehung bekämpfen, damit nicht wieder ein Schaden von 100 Milliarden, wie zum Beispiel 2022 entsteht? Durch eine vernünftige personelle Ausstattung der Finanzbehörden und in dem ein neues Bundesamt für die Bekämpfung von Finanzkriminalität geschaffen wird. Da ist Christian Lindner gerade dran, macht da ziemlich was möglich und finde ich auch gut. Also da wird was passieren oder passiert schon was. Bist du für die Finanztransaktionssteuer und warum ist die FDP dagegen? Ich bin gegen die Finanztransaktionssteuer, weil sie gerade denjenigen, die vielleicht mal anfangen, was anzulegen, auch noch was davon wegnimmt. Fundamentale Frage, muss Intoleranz toleriert werden? Manchmal muss sie im politischen Diskurs hingenommen werden, man muss ihr dann aber fundamental widersprechen und sich überlegen, wie man aktiver für Toleranz eintreten kann. Du hattest vorhin gesagt im Gespräch mit Thilo, du seist gegen die nochmalige Besteuerung von schon versteuerten Vermögen. Da wurde gefragt, mein Vermögen als Lohnabhängiger ist mein Einkommen. Bist du dann auch dafür, dass ich, wenn ich mit meinem Einkommen einkaufen gehe, keine Mehrwertsteuer mal zahlen muss? Das eine sind direkte, das andere sind indirekte Steuern. In beiden Fällen ist es eine Form von doppelter Steuer. In der Logik deiner Argumentation müsstest du eigentlich sagen, Mehrwertsteuer Ich habe ja zu Thilo auch gesagt, dass das Argument nicht das ganze Argument ist, warum ich gegen eine Vermögensbesteuerung bin. Auch der Schutz des familiengeführten deutschen Mittelstandes, der uns sehr gut durch einige Krisen gebracht hat, ist ein Punkt, der dazu beiträgt. Ich will nicht, dass das Kapital abwandert. Es gibt viele Gründe, warum ich gegen eine Vermögensbesteuerung bin. Die Substanzbesteuerung ist einer davon und das Argument ist nicht perfekt. Das stimmt. Dann dürfte nämlich auch, wenn der Bauer Eier auf dem Markt verkauft, dürfte er für diese gar keine Steuereinnahmen zahlen müssen. Weil die ja von den Hühnern kommen, die er schon mal beim Kauf versteuert hat. Ich verstehe das Argument. Ich bin trotzdem gegen eine Vermögensbesteuerung, weil ich schon die Prämisse nicht teile, dass der Staat unbedingt viel mehr Geld braucht. Also da bin ich schon an der zwei Fragen noch aus dem jungen Naiv-Forum, die vorab gekommen sind, soll nicht vergessen werden. Gibt es Fälle, in denen du Verstaatlichung als gerechtfertigt siehst und jetzt zwar nicht Enteignung für Autobahnbau, sondern in anderen Fällen? Ja, zum Beispiel, wenn Putin die Ukraine angreift und man Gazprom Germania heißt das Ding glaube ich verstaatlicht. Wirst du dich aus dem Grund der Technologie Offenheit, zum Beispiel für die Aufhebung von bereits ausgesprochenen Verboteneinsätzen, zum Beispiel FCKW-Einsatz als Kühlmittel in Kühlschränken? Nein, FCKW schädigt Ozonen in der Atmosphäre und ist deswegen aus gutem Grund international geächtet mittlerweile. Dann letzte Frage, welche linke Kritik am Kapitalismus hältst du für berechtfertigt? Was muss man verbessern? Du hast gemeint, dass das die letzte Frage ist. Ich glaube, dass in der Marktwirtschaft mitunter derjenige besonders lautstark ist, wenn es um die Durchsetzung eigener Interessen geht, der schon lange am Markt aktiv ist. Also ein Unternehmen, das in fünfter, sechster Generation geführt wird, das leistet oftmals in Deutschland, gerade die kleinen Betriebe einen unglaublichen Beitrag zu unserem Wohlstand. Mitunter wird aber derjenige, der schon lange da ist oder derjenige, der besonders groß ist, eher gehört, als derjenige, der mit einer neuen Idee auf dem Markt auftaucht oder mit einer neuen Idee auf den Markt drängt und vielleicht viel effizienter ist als der große. Und diese Kritik, wenn man es Kapitalismus nennen will, würde ich teilen. Ich würde aber sagen, das ist gar keine linke Kritik am Liberalismus, sondern eine liberale Kritik am Kapitalismus. Dann eine allerletzte Frage von mir, weißt du eigentlich, wie der Begriff der sozialen Marktwirtschaft entstanden ist? Also ich habe das mal gelesen, aber ich kann es sozusagen jetzt nicht aus dem FF wiedergeben. Es war Alfred Müller Armag. Ja, der Name sagt mir was. Alfred Müller Armag, das war ein CDU-Mitglied, ein Nationalökonom. Vor der CDU-Karriere war er aktives Mitglied der NSDAP gewesen und er hatte in den Zeiten 1947, als selbst die CDU in ihrem Alener Programm vom verheerenden Kapitalismus sprach und dieser Begriff überhaupt nicht en vogue war, da hat er damals gesagt, lass uns das doch einfach Marktwirtschaft und zwar soziale Marktwirtschaft nennen. Es war einfach ein relativ geschicktes Wording, es war aber nichts anderes als ökonomisch gesehen der Kapitalismus, der mit einer bestimmten sozialstaatlichen Ausprägung versehen werden sollte. Aber ökonomisch war es der Kapitalismus. Ich begreife den Begriff Kapitalismus als einen verkürzenden Kampfbegriff, der der realen Situation der Marktwirtschaft in Deutschland, unabhängig davon, wo sie herkommt, nicht gerecht wird. Wir haben ein starkes soziales Netz in Deutschland, das will ich und das will die FDP auch nicht abschaffen, aber wir könnten uns mal darüber unterhalten, wie wir den Staat effizienter gestalten. Aber Kapitalismus ist eine ökonomische Kategorie, bedeutet eine Form des Wirtschaftens, die auf Kapitaleinsatz beruht, der als Ziel hat, die Maximierung des eingesetzten Kapitals, und und zwar die Aneignung von Mehrwert, der gesellschaftlich erzeugt wurde, aber dann in mehr oder weniger privater oder staatlicher Form angeeignet. Genau, und dieses Wirtschaftsmodell hat uns weltweit den meisten Wohlstand gebracht. Und es heißt bei Ökonomen Kapitalismus. Ja, das mag sein, aber wir haben ja festgestellt, dass es eine besondere Ausprägung des Kapitalismus in Deutschland gibt mit einem starken Sozialstaat, was auch vernünftig ist. Dieser Sozialstaat ist aber in einer Weise orientiert und organisiert, dass er nicht mehr effizient ist und der Staat muss sich nach solchen Krisen, wie wir sie jetzt erlebt haben, auch ein Stück weit zurücknehmen, damit auch in der Gesellschaft wieder asoziale Scheren nicht weiter auseinandersetzen. Das stimmt, aber offensichtlich tut er das in unserem Sozialstaat auf eine Art und Weise, wo er irgendwie Geld verbrennt, aber es kommt bei den Betroffenen nicht an und das kann so nicht bleiben. Konstantin, danke schön. Danke für deine Zeit, deine Antworten, danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung, ohne die, ihr wisst, dass es dieses Format überhaupt nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.